der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinen Willen, der wird es finden. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Das ist Matthäus 10. Kapitel 11 Jetzt kommt Kapitel 11. Und es geschah, als Jesus die Befehle an seine zwölf Jünger vollendet hatte, zog er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu verkündigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, Bist du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Wow. Johannes der Teufel Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Denn dieser ist's, von dem geschrieben steht, Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Johannes der Teufel Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Teufel. Siehst du? Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die an den Marktplätzen sitzen und ihren Freunden zurufen und sprechen, wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes ist gekommen, der aß nicht und trank nicht. Da sagen sie, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagen sie, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von ihrem Kinder. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. Denn ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbart. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und geladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist leicht. Denn mein Joch ist sanft. Sanft. Und meine Last ist leicht. Ja, genau. Meine Last ist leicht. Ja, genau. Das ist leicht. Kapitel 12 Matthäus 12 Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder. Seine Jünger aber waren hungrig und fingen an Ähren abzustreifen und zu essen. Als aber die Pharisäer das sahen, sprachen sie zu ihm, Siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Er aber sagte zu ihnen, Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren? Wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, welche weder er noch seine Gefährten essen durften, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen und doch ohne Schuld sind? Ich sage euch aber, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt. Denn der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Der Sohn des Menschen ist Herr über den Sabbat. Und wir wissen, dass nur Jehova Herr über den Sabbat ist. Der Herr Jesus ist Herr über den Sabbat. Als er das äußerte, guck mal, wie die Juden auch wieder reagieren. Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen, darf man am Sabbat heilen? Darf man am Sabbat heilen? Damit sie ihn verklagen können. Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat und wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? So sieht's aus. Das würde die alle machen. Wie viel mehr ist nun ein Mensch wert, als er darf? Ja, seht ihr. Darum darf man am Sabbat wohl Gutes tun. Gutes tun. Dann sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Hör mal. Und er streckte sie aus und sie wurde gesund, wie die anderen. Sie wurde gesund, seht ihr? Der Herr Jesus Christus sagt zu jemandem, strecke deine Hand aus, er berührt sie und die Hand wird gesund. Sie war schon so voll am, sag mal schnell. Ja, so verdorren, also so fast am Abfaulen oder was. Was macht Mohammed? Er schneidet Hände und Füße vom Wichsen, seitlich von Menschen ab. Jesus heilt die Hände von Menschen, Mohammed hackt sie ab. Das kannst du keinem erzählen, das ist so heftig, ne? Ihr wisst ja, dass der Mohammed ja aufgrund dieses unerträglichen Klimas den Leuten von Ukil geraten hat, Kamelurin zu trinken und die Milch von den Kamelen, Kamelurin und Milch. Und die haben das getrunken und waren überhaupt nicht begeistert. Da haben die den Schäfer umgebracht und dann hat Mohammed das erfahren, hat die Leute zu sich gerufen. Er selber hat die Hände und Füße dieser Leute abgeschlagen und mit heißen Nägeln die Augen von denen geschlossen. Hat die gequält und sie in die Wüste geworfen. Und das ist der beste Mensch, der je gelebt hat. Schaut euch das bitte an. Ja, wenn das der beste Mensch ist, der je gelebt hat, wer ist denn Jesus Christus, der die Hand von einem Menschen, die verdorrt ist, heilt? Ja, wer ist denn jetzt der beste Mensch, der je gelebt hat? Sag mal, wie kann man sowas nur vergleichen, Mann? Er muss doch der Beste sein, aller Besten. Der Beste der Besten. Der eine heilt, der eine heilt, der Jesus heilt, der andere hackt ab. Ein Iraner in Finnland macht das gleiche wie du? Ich glaube, der hat von mir gehört. Ich glaube, diese Leute haben alle von mir gehört und wollen auch diese Aufgabe dann meistern. Da gingen die Menschen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen können. Siehst du? Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte. Ja, das ist doch gut, dass er 2000 Zuschauer hat. Man bemisst das ja nicht anhand der Zuschauerzahl, sondern an dem Gewicht deiner Sätze, die du sprichst. Und glaub mir, die Atombombe, die ich in Österreich, Schweiz und Deutschland dir ausgelöst habe, kannst du nicht mitvergleichen. Und es folgte ihm eine große Menge nach und er heilte sie alle. Und er heilte sie alle. Und er befahl ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet wurde, der spricht, siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden dort wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war und er heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme sowohl redete, als auch sah. Und die Volksmenge staunte und sprach, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den obersten der Dämonen. Findest du Steuern auch so kompliziert? Sie sind einfach sicher und schnell die Rückerstattung, die dir zustehen. Da aber Jesus ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst uneins, wie kann dann sein Reich bestehen? Und wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Aber echt? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet? Erst dann kann er sein Haus berauben. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der Zukunft. Entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Schlangenbrot. Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr Böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Genau wie Handy und diese ganze Bande, seht ihr? Weil sie Böses in ihrem Herzen haben, wie sie auch immer wieder reden und so, wie sie den Herrn Jesus Christus durch den Kakao ziehen und alles, wie sie die Bibel auslegen, wie sie das Wort Gottes angreifen. Ihr Herz ist böse, absolut bösartig. Wir haben diese ganzen Dauerteams hier auf TikTok, die dann Livestreams starten und dann anfangen über die Bibel zu reden, wie sie sie auslegen, wie sie die Worte verdrehen, wie sie alles aus dem Kontext reißen. Sie führen einen Krieg gegen Gott. Das ist das. Sie führen einen Krieg gegen den wahrhaftigen Gott, die Muslime, ohne es zu verstehen und dienen dem gefallenen Engel, der sich im Koran geoffenbart hat, dessen Dämonen auch noch den Koran wundervoll finden. Und zur Rechtleitung führt. Wir haben einen wundervollen Koran gehört, der zur Rechtleitung führt. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Ja. Da antworteten etliche Am besten, ich lasse demnächst mal dieses Lied von Eminem laufen. Das kennt ihr noch? Ma Band, ma Band, ma Band, ma Band, ma Band. Mit die zwölf. Hamdi und die Band. Hamdi und die Hansi und seine Fitna Dauer Band. Ma Band, ma Band, ma Band. Und dann machst du aus die zwölf machst du äh, diese Tiktok Dauer. Dauer zwölf. Dauer zwölf. Und der Anführer ist Lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Ah, ich kann nicht mehr helfen. Hamdi und seine Band. Die zwölf. Dauer zwölf. Ist das ehrlich? Ocean's 12. Liche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Dauer zwölf. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Aber es wird kein Traum. Figur. Denn gleich wie drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Niniveh werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen. Denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und wird es verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Hier ist einer, der größer ist als Salomo. Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Städten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er. Und sie ziehen ein und wohnen dort. Und es wird zuletzt mit diesem Menschen schlimmer als zuerst. So wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht. Während er aber noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Was sagt Jesus? Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Ihr! Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, sieh da, meine Mutter und meine Brüder. Wir alle sind Mutter und Brüder für den Herrn. Wer den Willen meines Vaters tut, der ist mir Bruder und Schwester. Siehst du, der ist mir Bruder, Schwester, Mutter und alles, die auf mich hören, versteht ihr, den Willen des Vaters. Kapitel 13 An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm, so dass er in das Schiff stieg und sich setzte und alles Volk stand am Ufer. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und als er säte, fiel etliches auf den Weg und die Vögel kamen und frasen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht. Etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Wer Uhren hat zu hören, der höre. Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht so hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterbändisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem der das Wort hört und versteht der bringt dann auch Frucht und der eine trägt 100 fältig ein anderer 60 fältig ein dritter 30 fältig ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach das Reich der Himmel gleicht einem Menschen der guten Samen auf seinen Acker säht während aber die Leute schliefen kam sein jetzt wie der Herr Jesus Christus in diesen Gleichnissen zu den Leuten spricht das ist so phänomenal wie der Herr das rüber bringt da kannst du nur staunen und deswegen wenn du anfängst die Gleichnisse zu lesen du kannst gar nicht mehr aufhören du liest das komplett durch und dann geht es weiter und weiter und weiter so als er dich in seinen Bann gezogen deswegen ist es dem Muslim verboten Sie genau wissen was der Herr von ihnen verlangt Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte da zeigte sich auch das Unkraut und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm Herr hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät woher hat er denn das Unkraut er aber sprach zu ihnen das hat der Feind getan da sagten die Knechte zu ihm willst du nun dass wir hingehen und es zusammen lesen er aber sprach nein damit ich beim zusammen lesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt lass beides miteinander wachsen bis zur Ernte und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel dass man es verbrenne den Weizen aber sammelt in meine Schommen und in seinen Zweigen nisten ein Ein anderes gleichnis sagte er ihnen das reich der himmel gleicht einem Sauerteig den eine Frau nahm und heimlich in drei Scheffel Mehl hinein mischte bis das ganze durchsäuert war dies wo die ganze prophezeiung sich erfüllt haben auf einmal gibt es kein jeremia jesai jesai jesacharia gar nichts niemand sie glauben an 124.000 propheten die Allah da herab gesandt hat aber auf einmal wenn es darum geht was haben diese Leute prophezeit ja ähm ja also wir achten das nicht mehr so wir glauben nur an den koran die psalmen sabun ja willst du nicht auch mal anfangen die psalmen mal zu lesen und die prophezeiungen aus den psalmen mal durch zu gehen auf den messias und so warum er gekommen ist nee Allahs Buch reicht uns schon ja natürlich da entließ jesus die volksmenge und ging in das haus und seine jünger traten zu ihm und sprachen erkläre uns das gleichnis vom unkraut auf dem acker und er antwortete und sprach zu ihnen der den guten samen sät ist der sohn des menschen der acker ist die welt der gute same sind die kinder des reichs das unkraut aber sind die kinder des bösen der feind der sät ist der teufel die ernte ist das ende der welt zeit die schnitter sind die engel gleich wie man nun das unkraut sammelt und mit feuer verbrennt so wird es sein am ende dieser welt zeit der sohn sohn wird seine engel los senden und sie werden alle ärgernisse und die setzlosigkeit verüben aus seinem reich sammeln und werden sie in den feuer ofen werfen dort wird das heulen und das zähneknirschen sein dann werden die gerechten leuchten wie die sonne im reich ihres vaters Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte, als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und alle Arten von Fischen zusammenbrachte. Als es voll war, zogen sie es ans Ufer, setzten sich und sammelten die Guten in Gefäße, die Faulen aber warfen sie weg. So wird es am Ende der Weltzeit sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Jesus sprach zu ihnen, Habt ihr das alles verstanden? Sie sprachen zu ihm, Ja, Herr. Da sagte er zu ihnen, Darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der für das Reich der Himmel unterrichtet ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse beendet hatte, zog er von dort weg. Und als er in seine Vaterstadt kam, lehrte er sie in ihrer Synagoge, so dass sie staunten und sprachen, Woher hat dieser solche Weisheit und solche Wunderkräfte? Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder heißen Jakobus und Joses und Simon und Judas? Und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Woher hat dieser denn das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihn. Jesus aber sprach zu ihnen, Ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seinem Vaterland und in seinem Haus. Und er tat dort nicht viele Wunder, um ihres Unglaubens willen. Kapitel 14 Zu jener Zeit hörte der Vierfürst Herodes das Gerücht von Jesus. Und er sprach zu seinen Dienern, Das ist Johannes der Täufer, der ist aus den Toten auferstanden. Darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Denn Herodes hatte den Johannes ergreifen lassen und ihn binden und ins Gefängnis bringen lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist ihr nicht erlaubt, sie zu haben. Und er wollte ihn töten, fürchtete aber die Volksmenge, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Als nun Herodes seinen Geburtstag beging, tanzte die Tochter der Herodias vor den Gästen und gefiel dem Herodes. Darum versprach er ihr mit einem Eid, ihr zu geben, was sie auch fordern würde. Da sie aber von ihrer Mutter angeleitet war, sprach sie, gib mir hier auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufels. Und der König wurde betrübt. Doch um des Eides willen und derer, die mit ihm zu Tisch saßen, befahl er es zu geben. Und er sagte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde auf einer Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben, und sie brachte es ihrer Mutter. Und seine Jünger kamen herbei, nahmen den Leib und begruben ihn und gingen hin und verkündeten es Jesus. Und als Jesus das hörte, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück. Und als die Volksmenge es vernahm, folgten sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge, und er erwarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Und als es Abend geworden war, fanden sie zu ihm und sprachen, Der Ort ist zusammen und die Stunde ist schon vorgeschritten. Entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, Sie haben es nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, wir haben nichts hier als fünf Brote und zwei Fische. Da sprach er, bringt sie mir hierher. Und er befahl der Volksmenge, sich in das Gras zu lagern und nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel auf, dankte, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, zwölf Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, Ich bin's. Fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiel mir zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Warum ging er aufs Wasser? Weil er dem Herrn Jesus Christus vertraute von ganzem Herzen. 100 Millionen prozentig. Und sein Glaube war wie, als könnte er Berge versetzen. Warte, ich komme in den Tunnel. Und jetzt, der Petrus hatte vollstes Vertrauen, schaute auf den Herrn und hat aus dem tiefsten Herz geglaubt und ging auf einmal auf Wasser. Das ist genau so. Ihr könnt auch mit eurem Glaube Berge versetzen, wenn ihr nur fest dran glaubt und nicht kleingläubig seid. Deswegen sagt er, ihr Kleingläubigen, ihr. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Herr, rette mich. Jesus aber schritte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Herrmann. Da kamen die, in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Wahnsinn, ne? Sie kamen dahin, oh Gott, ich kenne es heute am ganzen Körper, und seine Jünger beteten ihn an. Und dann fragen diese Wahnsinnigen zu mir, wo, sagt Jesus es Gott, bete mich an, wer hat ihn angebetet? Ja, die Jünger haben ihn doch erkannt als Gott, Mann. Seid ihr des Wahnsinns, oder was? Als sie ihn angebetet haben, warum sagt der Herr Jesus Christus nicht, ey, das, was ihr macht, ist Anbetung. Ihr sollt Gott anbeten. Er hat die Anbetung angenommen, Mann. Sag mal, wie lest ihr denn die Bibel, Mann? Ich könnte mich den ganzen Tag darüber aufregen. Seine Jünger haben ihn doch erkannt als den ewigen Sohn Gottes. Sie fielen nieder und beteten Jesus an, und er sah das doch. War Jesus nicht in der Lage zu sagen, hey, Leute, ich bin nicht Gott, hört auf, mich anzubeten, das, was ihr macht, ist Anbetung. Hört auf, euch vor mir niederzuknien und mich anzubeten. Er hat die Gebete angenommen. Genau wie bei Thomas. Johannes 20, 28. Komm her, Thomas. Lege deine Hand an meine Seite und glaube, dass ich es bin. Thomas legte seinen Finger in die Seite des Herrn Jesus Christus und fiel zu Boden und betete ihn an und sprach, mein Herr und mein Gott. Thomas, weil du gesehen hast, glaubst du, selig sind diejenigen, die nicht sehen und doch glauben. So sieht's aus. Was meinst du, was mit euch passiert, ihr Jesus-Gottesleugner hier? Ihr Jesus-Gottesleugner, dass ihr den Herrn Jesus Christus seine Ehre gestohlen habt, seine Autorität, seine Gottheit genommen habt und aus ihm nur einen Menschen gemacht habt. Nur den Sohn Gottes. Und ich begriff noch, was überhaupt Sohn Gottes bedeutet, die Terminologie. Gott der Sohn. Sie beteten ihn an und Jesus empfängt die Gebete seiner Jünger. Wer sind wir denn, dass wir Jesus Christus nicht anbeten? Wenn selbst die Jünger ihn anbeten, natürlich bete ich Jesus an. Wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Wie ehrten wir den Sohn? Indem er die gleiche Herrlichkeit genießt wie den Vater. Wenn also schon der Vater den Sohn anbetet, wer bin ich, dass ich den Sohn nicht anbete? Wer bin ich bekloppt oder was? Ja, oder nicht? Also der Vater betet zum Sohn und wir sollen nicht den Sohn anbeten? Dann sagen wir, tickt ihr noch richtig oder was? Die Gottheit meines Herrn Jesus Christus leugnet. An diejenigen, die das machen, nicht an meine Geschwister, die genau wissen, wer der Jesus ist. Es gibt ja sogenannte Jesus-Gottesleugner, die nennen sich Christen und sagen, Jesus ist nur der Sohn Gottes. Er ist nicht Gott selber. Der Vater betet zwar den Herrn Jesus Christus an, aber er ist nicht Gott. Sag mal, geht es euch noch gut? Das kriegt doch ein Fünfjähriger hin, Mann. Ein Zehnjähriger versteht das doch. Das ist ja genauso wie mit den Muslimen. Wie ignorant muss man nur sein? Ah, ich weiß warum. Hier, das ist das Problem, was es nicht zulässt. Das Herz. So verrückt ist das Ganze. Und sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth. Und als ihn die Männer dieser Gegend erkannten, sandten sie in die ganze Umgebung und brachten alle Kranken zu ihm. Und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden ganz gesund. Heftig, ne? Der Saum vom Herrn Jesus Christus reicht aus. Einmal nur berührende Reckheilung. Kapitel 5. Und was macht Mohammed, der empfiehlt sich hier Dings Kamelurin, Honig und das wird immer nur schlimmer und der Typ kriegt mehr Bauchschmerzen. Was soll das? Was soll das, ihr Muslime? Was soll das, ihr Muslime? Muss ich wieder ausrasten? Musst Dr. Sherabohami wieder ausrasten? Oh, Gesandter Allahs. Mein Bruder hat Bauchschmerzen. Gib ihm Honig. Er hat Honig genommen, das so lala, aber es wurde schlimmer. Gib ihm Honig. Ja, okay. Jetzt hat er noch mehr Honig genommen und es wurde nur schlimmer. Ich hab gesagt, gib ihm Honig. Aber das so lala, seine Bauchschmerzen sind schlimmer. Der Bauch deines Bruders hat gelogen. Allah hat die Wahrheit gesagt. Das kannst du keinem erzählen. Keinem. Bei der Kraft des Schienweins. Bei der Grace of the Flying Shin. Unglaublich. Da man so darüber nachdenkt, ne? Die Leute kommen hin, um Heilung zu erfahren. Fragen ihn ja, was soll ich mehr machen? Der hat voll Bauchschmerzen und auf einmal sagt er, ja, gib ihm Honig. Er gibt ihm dreimal Honig. Sagt, das wird nur noch schlimmer. Was du uns empfiehlst, hilft nicht. Und dann sagt der Muhammad, anstatt zu sagen, ja gut, ich hab jetzt gerade nicht die Wahrheit gesagt, sagt er, ja, der Bauch deines Bruders hat gelogen und Allah hat die Wahrheit gesagt. Unfassbar. Traurig, traurig, traurig. Lass die Muslime da nicht aufwachen. Ich weiß nicht, mir fehlen da die Worte. Bei der Macht von Grace Heart, oder wie heißt das? Amen. Geh ihm Honig. Aber Rasulallah, es macht ihm mehr schlimmer. Ich habe gesagt, geh ihm Honig. Honig zu trinken. Ach, ihr Lieben, seid froh, dass ihr zum Herrn Jesus Christus gehört habt. Ich weiß nicht, Vielen Dank. 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 Der Wundervoll. So. Ja, wenn alle einmal so teilen, dann ist das, dann sehen das mehrere, die anderen teilen das auch, dann wird das so wie so ein Schneeballsystem. Wahnsinn. Sind wir schon bei 211.000. Das Höchste, was wir mal geknackt haben, war 2,2 Millionen, ihr Lieben. 2,2 Millionen Likes. Das ist unfassbar. Ihr könnt das überall teilen, also WhatsApp, die es da sehen ist. Ich musste kurz telefonieren. Lasst uns wieder 2 Millionen Likes machen. 2,2 Millionen. Ich hatte davon sogar noch einen Screenshot gemacht, weil ich das nicht glauben konnte. Das war so krass. Das schaffen so nur die großen TikToker und sowas und dann auf einmal wir als kleine Gruppe einfach 2,2 Millionen Likes. Das ist unglaublich. Voll die Welle abmachen. 3 Millionen ist besser. Das ist echt gut. So sieht es aus, Mama. Und bin wieder da und bereit für Tipico. Sehr gut. Ich hatte Bildschirmaufnahme gemacht. Ach so, okay. Ich hatte Screenshot damals gemacht von diesen 2,2 Millionen. Ich konnte das gar nicht glauben. Wie rasant das auch nach oben gestiegen. Ich dachte so, was ist das denn auf einmal? 2,2 Millionen, das ist Wahnsinn. Ich müsste eigentlich mit in den Top Ten gewesen sein bei dem TikTok-Ding auf Rangliste. Aber ich glaube, das funktioniert nur so richtig. Also klar, wird das auf sehr vielen For You-Pages dann angezeigt mit den ganzen Likes. Aber ich glaube, ich müsste dann irgendwie an Mettes teilnehmen, damit ich in ganz, ganz hohen Rang komme. Aber das möchte ich niemals. Da müssen wir dem Herrn vertrauen und der Herr wird das schon den Leuten zeigen, die das auch sehen sollen. So sieht es aus. So sieht es aus. Lasst unsere Daumen tanzen. Lasst die Daumen tanzen. Der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Danke, bitte. Ja, was die Welt kann, können wir schon lange, genau. Und das ist Christen zusammenhalten. Und tippen. Ja, sehr gut. Dankeschön. Danke. Danke, Jungs. Alle Ehre gebührt dem Herrn Jesus Christus. Aber wir als Geschwister sind füreinander da. Wie im Guten, so im Schlechten. Danke dir, Cousinus. Galaxy. Vielen Dank, Cousinus. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne euch alle, ihr Lieben. Ich bin da. Oh ne, Beidam, bitte komm, hör auf. Mach mich nicht wahnsinnig. Beidam, hör mal lieber das Wort Gottes, damit du beilsam für die Seele bekommst. Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen, Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat geboten und gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, Ich habe zur Weihgabe bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, Der braucht auch seinen Vater oder seine Mutter nicht mehr zu ehren. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben, ihr Heuchler. Treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund, Er lehrt mich mit den Lippen, Aber ihr Herz ist fern von mir. Ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, Weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Jesaja ist eigentlich eine Vernichtung des ganzen Islams. Nur der Prophet Jesaja Ist eine Vernichtung des gesamten Islams. Dann wird es auseinandergenommen. Und er rief die Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, Hört und versteht, Nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, Sondern was aus dem Mund herauskommt, Das verunreinigt den Menschen. Da traten seine Jünger herzu und sprachen zu ihm, Weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nahmen, als sie das Wort hörten? Er aber antwortete und sprach, Jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lasst sie, sie sind blinde, blinden Leiter. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Beide werden in die Grube fallen, seht ihr? So, ich spreche noch, der Herr Jesus, Jesus zu den Muslimen. Erkläre uns dieses Gleichnis. Jesus aber sprach, Seid denn auch ihr noch unverständlich? Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Das ist's, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger, hör zu, baten ihn und sprachen, Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach, Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach, Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Sie aber sprach, Ja, Herr. Und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, Dein Glaube ist groß, Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Und Jesus zog von dort weiter und kam an den See von Galiläa. Und er stieg auf den Berg und setzte sich dort. Und es kamen große Volksmengen zu ihm, die hatten Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere. Alle, alle kommen zum Herrn Jesus. Und sie legten sie zu Jesu Füßen und er heilte sie, sodass sich die Menge verwunderte, als sie sah, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen, und Blinde sehend wurden. Blinde sehend. Und sie kriesen den Gott Israel. Oh, Mann. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach, Ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen, und ich will sie nicht ohne Speise entlassen, damit sie nicht auf dem Weg verschmachten. Und seine Jünger sprachen zu ihm, Woher sollen wir in der Einöde so groß im Enge zu zettigen? Und Jesus sprach zu ihnen, Wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen sieben und ein paar Fische. Da gebot er dem Volk, sich auf die Erde zu lagern und nahm die sieben Brote und die Fische, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern. Die Jünger aber gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und hoben auf, was an Brocken übrig blieb, sieben Körbe voll. Es waren aber etwa 4000 Männer, die gegessen hatten, ohne Frauen und Kinder. Und nachdem er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er in das Schiff und kam in die Gegend von Magdala. Kapitel 16 Matthäus 16 Und die Pharisäer und Sadduzeer traten herzu, versuchten ihn und verlangten, dass er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen, heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jonah. Und er verließ sie und ging davon. Als seine Jünger ans jenseitige Ufer kamen, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, Habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzeer. Da machten sie sich untereinander Gedanken und sagten, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Als es aber Jesus merkte, sprach er zu ihnen, Ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot mitgenommen habt? Versteht ihr noch nicht? Und denkt ihr nicht an die fünf Brote für die 5000 und wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt? Auch nicht an die sieben Brote für die 4000 und wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt? Warum versteht ihr denn nicht, dass ich euch nicht wegen des Brotes gesagt habe, dass ihr euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzeer hüten solltet? Da sahen sie ein, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzeer. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen, Etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen, Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus der Christus sei. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Dann nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, Weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich, und folge mir nach. Denn wer seine Seele retten will, der wird sie verlieren. Wer aber seine Seele verliert um meinetwillen, der wird sie finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für seine Seele geben? Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen, und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen, in seinem Reich. Kapitel 17 Und nach sechs Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Da begann Petrus und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat dazu, rührte sie an und sprach, Steht auf, und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie den Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, Sagt niemand von dem Gesicht, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt freilich zuvor und wird alles wieder herstellen. Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist, und sie haben ihn nicht anerkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er zu ihnen von Johannes dem Täufer redete. Und als sie zur Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und leidet schwer. Er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Da antwortete Jesus und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und Jesus befahl dem Dämon und er fuhr von ihm aus, und der Knabe war gesund von jener Stunde an. Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin. Und er würde sich hinwegheben, und nichts würde euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Als sie nun ihren Weg durch Galiläa nahmen, sprach Jesus zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden, und sie werden ihn töten, und am dritten Tag wird er auch verweckt werden. Und sie wurden sehr betrübt. Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Tempelsteuer zu Petrus und sprachen, zahlt euer Meister nicht auch die zwei Drachmen? Er antwortete, doch. Und als er ins Haus trat, kam ihm Jesus zuvor und sprach, »Was meinst du, Simon, von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden?« Petrus sagte zu ihm, »Von den Fremden.« Da sprach Jesus zu ihm, »So sind also die Söhne frei.« Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an den See, wirf die Angel aus und nimm den ersten Fisch, den du herausziehst, und wenn du sein Maul öffnest, wirst du einen Starter finden. Den nimm und gib ihn für mich und dich. Kapitel 18 Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, »Wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel?« Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, »Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde. Denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jenem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Was meint ihr, wenn ein Mensch hundert Schafe hat und es verirrt sich eines von ihnen, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die nicht verirrt waren. So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Seht ihr? Wenn aber dein Bruder an dir gesündet... Wenn also Allah ein Verlangen hat, die Hölle mit Menschen zu füllen, hat unser Gott ein Verlangen, die 99 Schafe, die schon im Trockenen sind, beiseite zu lassen und auf die Suche nach dem einen verlorenen Schaf zu gehen, damit er nicht verloren geht. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Hä, Ramzi? Dein Name ist Ramzi, nicht Hansi. Ich wollte gerade sagen, warte, du weißt das nicht, Hansi. So macht der Allah das und so macht der Gott der Bibel. Das siehst du? Das sind zwei verschiedene Gottheiten. Der eine ist der Mondgötze aus Saudi-Arabien und der eine ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Der möchte, dass alle Menschen gerettet werden, der auf der Suche geht nach dem einen verlorenen Schaf. Vielleicht bist du das ja, Ramzi, den der Herr Jesus Christus sucht, das verloren ist und zu der Herde gehören soll. Amen. Sündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden ist es euch nicht untersagt, andere Glauben schlecht zu erwähnen in eurer Bibel und wir sollen zur Wahrheit stehen. Und die Wahrheit heißt Jesus Christus. Und damit fällt alle anderen Religionen aus der, fällt da weg, jede Religion. Aber natürlich, der Islam beruft sich auf die Bibel und behauptet, der Gott ist, der Bibel zu sein, der Allah. Und der Gott des Islams beleidigt ja die Juden und Christen. Das kannst du ja aufschlagen in Surah 8, Vers 55. Wahrlich, bei Allah sind die Ungläubigen schlimmer als das Vieh. Stell dir mal vor, ich würde zu dir sagen, wahrlich, bei Gott, der Bibel ist der Ramzi und seine Familie schlimmer als die Tiere. Wie würdest du dich fühlen, Ramzi? Erwähnt doch die Juden. Ja, machen wir doch. Machen wir doch auch. Johannes 14,6, ey. Danke dir. Siehst du, hört auf den Bruder hier. Kannst du das nicht ertragen, dass wir den Koran auch erwähnen? Sei doch froh, dass du Aufklärung bekommst. Wo bekommst du denn Aufklärung? Nirgendwo. Von jeder Seite werden wir belogen, was den Islam angeht, was die Bibel angeht. Und, und, und. Sei doch froh, Ramzi. Hier in diesem Raum hier, in diesem Livestream, wirst du hier die Wahrheit hören. Ob es dir nun gefällt oder nicht. Denn die Wahrheit hat den Menschen nie geschmeckt. Es tut immer weh. Die Wahrheit tut immer weh, Ramzi. Und die Wahrheit hat aber einen Namen, der dir deine Schmerzen nehmen kann. Und das ist der ewige Sohn Gottes, Jesus Christus. Er selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Weißt du, er ist dein Gott, Ramzi. Ich rate dir davon ab, Allahs zwei Hände mit Schienbein und Fuß anzubeten. Weil das hört sich an wie Transformers. Wir wollen ja nicht Transformers Optimus Prime anbeten. Das ist ja Quatsch. Da kann ich ja direkt hier die Decepticons und alles anbeten. Das ist genau das Gleiche. Die verwandeln sich dann auch. Ein Bein so und zwei Rechte Hände auf einmal an diesem Teil und dann so komische Gesichter da haben. Kann man ja auch diese Autobots anbeten. Entschuldigung. Aber das ist so krass. Die Decepticons und die Autobots. Das ist genau das Gleiche. Wann gehst du live auf YouTube? Ja demnächst. Macht euch keine Sorgen. Lasst mich nur ein wenig Vorbereitung machen. Dann komme ich schon. Ich gebe euch früh genug Bescheid. Ramzi, ich empfehle dir, dieses fliegende Schienbein da wegzulassen und zum wahrhaftigen Gott und im ewigen Leben zu kommen. Jesus Christus. Allahu Akbar. Möge Allah euch recht leiten. Allahu Mohammed. Ja, ja, natürlich. Wie kann denn ein Schienbein uns recht leiten? Ramzi, frag dich das doch selber mal. Ramzi. Ein Schienbein kann doch niemandem recht leiten. Zwei rechte Hände kann auch niemandem recht leiten. Wolliges Haar, Bart los. Wie soll denn so was jemandem recht leiten? Welches Thema in YouTube gehst du live? Die Verfälschung des Korans. Die komplette Verfälschung des Korans. Dr. Jera, wo amir hat schon wieder einige gute Sachen drauf. Kleiner Mann im grünen Anzug. Ja, genau. Hier, ich spiele das nochmal für dich ab, Ramzi. Vielleicht hilft dir das Wolliger. 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 Allah ist ein junger Mann. Allah is a young man who wears his As you know Muslims are always attacking us and our Holy Bible claiming that we Christians worship a man Yet when we open their books we find the shocking fact that Allah himself is a young man Allah is a young man Wow! Allah being a young man? Yes, that's right I'm going to prove it from the most authentic Islamic books So after watching this video you will see the hypocrisy of Muslims Because none of them read their own books Because their claims and attacks will now backfire Please watch this video until the end because we are going to cause a lot of emotional damage today Emotional damage! And frustration done by Muslims I will include the references and books mentioned in this video for you You'll find all the information you need in the description box If we go to the following Sahih Hadith We see that the Prophet of Islam Mohammed himself saying I saw my Lord in the image of a young man with curly hair wearing a green suit Aha! Mohammed had his Lord in the image of a young man who had a nice hair wearing a blue candy Is that a crazy fact? Wait! Allah is a young man? Allah is a young partner? Mohammed the Prophet of Islam being an eyewitness Confirming that Allah is a young boy? Also einige Muslime versuchen diesen authentischen Hadith zu widerlegen und weil die sich ja in Grund und Boden schämen. Und dann geht der Rob Christian darauf ein, das ist echt heftig. Alles wird geleugnet, sobald etwas Problematisches auftaucht, sofort. Aisha said that Muhammad did not see his Lord. Wait, is this true? Did Aisha even hear it directly from Muhammad or did she not hear it but simply gave her own personal false interpretation for the story without even hearing it from the Prophet of Islam? Muhammad, let us do some investigation together and see if Aisha was wrong. Hier ist Sahih Muslim, Bisharh Imam al-Nawawi, Volume 3, Pages 4 and 5. The million dollar question is, did Muhammad, did the Prophet of Islam see his Lord with his own eyes in the night of Israel? Hat Muhammad seinen Herrn mit seinen eigenen Augen gesehen? Al-Isra. Ibn Abbas was asked if Muhammad saw Allah. Ibn Abbas then replied saying, yes. Yes. Muhammad hat Allah gesehen und Ibn Abbas sagte, ja, er hat ihn gesehen. Und diese Überlieferung ist wahr. From Shurva, from Qatada and then from Anas. Muhammad saw his Lord and Al-Hasan swore that the Prophet saw his Lord and this fact does not fall under the Hadith of Aisha because she did not report that she heard it from the Prophet saying, I did not see my Lord. But what Aisha mentioned is her own false interpretation of the verse which we can find in Chapter 42, Ayah 51. It is not given to any human being that Allah should speak to him except through revelation or from behind a veil or that a messenger to the rest of the Ayah. So we can conclude that Ibn Abbas is correct. He did hear it directly from Muhammad. But on the other hand, Aisha is wrong because she gave her own false interpretation without hearing it directly from Muhammad. Thank you for watching. Please share this video all over social media and God bless. Heftig, ne? Muhammad hat also seinen Gott verhaftigt gesehen, ne? Und die Muslime sagen, nein, man kann Allah nicht sehen und dies und das und jenes. Die sind am Ende. Die sind so am Ende. Leysa kamiflisei. Nichts und niemand ähnelt Allah, ja, natürlich. Aber dennoch hat der Schienbein, zwei rechte Hände, Augen. Denn es ist ein kleiner, bartloser Mann, der hier so curly hair hat, äh, curlige Haare. So sieht's aus. Jesus ist Gott im Islam. Was sagst du hier? The muslimin of Christians, the following silly question. Prove to us that Jesus is God. First of all, we don't need to prove anything to you Muslims. Jesus already did that for us. He claimed to be God and proved it by and through his words, miracles and actions many times over in the Holy Bible. Wir müssen überhaupt nichts beweisen. Allein die Handlungen des Herrn Jesus Christus zeigen uns schon, wer er ist. Nämlich Gott der Al-Mestige. If you care to read the Bible, you would have seen it. But let us be honest, ya Muslimoon. Islam is a nation of illiteracy. You people don't read. Else you would have seen it and found it also written in your man-made Quran. So let us go to chapter 22, ayah 73 and chapter 3, ayah 49 of the Quran. And prove from the Quran itself that even the Islamic Jesus, whom you Muslims call Isa, to be God besides Allah as well. Here is chapter 22 of the Quran, ayah 73. O humanity, a lesson is set forth. So listen to it. Those idols, those gods you invoke besides Allah can never create a fly. And in the bottom it says, how powerless are those who invoke and those invoked, meaning the idols or the gods. And in chapter 3, ayah 49, we can read. And a messenger to the children of Israel, who will say to them, I've come to you with a sign from your Lord that is, I create, meaning Isa creates for you from clay something in the shape of a bird. Then I, Isa, blow in it and it becomes a living bird to the rest of the ayah. Since Allah in the first ayah, in chapter 22, ayah 73, gave us the ultimate challenge that no God or no idol other than Allah can create a fly, yet we... Ja, dann sehen wir, dass der Allah in Surah 22, Vers 73 sagt, es gibt keinen, der irgendwie was erschaffen kann, außer Gott allein. Und dann sehen wir auf einmal, dass dieser Isa im Koran aus Lehm einen Vogel formt, darin einhaucht und dem Leben verleiht. Er macht also Dinge, die nur Allah sagt. Nur er kann das machen. Ja, dann sehen wir, dass dieser Isa einen Vogel ist, und er hat Leben verleiht. Also, wer ist Isa exactly? Ja, das ist Isa. Clearly, er ist Gott. Er hat die Macht von Gott. Wir sprechen hier über die Welt verleiht, nicht ein Auto oder Bildung. Both Allah und Isa haben Leben verleiht. Der Islamic Isa hat all die Macht, um Leben verleiht. Er ist sicherlich nicht powerless. Amazing how Mohammed kept contradicting himself in his man-made Quran, und er hat sich direkt in den Feen, hier, wenn er fabricatet all diese Ayahs. Meine Muslim-Frienden, wie Allah darfst zu claimen divinität, aber er kann sich so schnell verleiht, wie wir uns Menschen verleiht. Sure, es ist nicht so, dass Allah ein Gott für mich ist. Right? That's right. So stop asking us, where Jesus is God. At least read both your Quran and our holy Bible for once in your miserable lives. And when you read it carefully and understand what you read, then there is no option but to leave Islam and accept Jesus as yours. So ist das. Sobald du es liest, aufmerksam liest, wirst du verstehen, wer dieser Isa aus dem Koran ist und wer der wahrhaftige Jesus aus der Bibel ist. So sieht es aus. Du wirst ihm folgen, aber zu einer Million prozentig. So, wir hören jetzt weiter. Matthäus' Evangelium. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten in ihrer Mitte. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Reicht siebenmal? Jesus antwortete ihm, Ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis siebzigmal siebenmal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war zehntausend Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Was bedeutet denn huldigen, Leute? Wenn jemand den anderen huldigt? Also dieser Mann, der mit Jesus redete, hat ihn gehuldigt. Was bedeutet dieses Huldigen? Gibt es auch noch einen anderen Begriff? Vergöttern, sehr gut. Er huldigt ihn, er betet ihn an, er vergöttert ihn, anbeten, ja. Huldigen, wenn du jemanden huldigst, betest du ihn an. So sieht es aus. Siehst du, der Herr Jesus Christus immer wieder, wenn die Leute ihn huldigen, anbeten, er weist sie nicht zurück, sondern er nimmt die Gebete an. Mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Er ließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, Bezahle mir, was du schuldig bist. Bezahle! Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, Habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, Du böser Knecht! Böser Knecht! Jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Seht ihr? Wie oft der Jesus das erwähnt mit der Vergebung, ne? Wie wichtig ihm das ist. Kapitel 19 Weil wir selber wollen ja wir wollen ja selber Vergebung erfahren, richtig? Dass Gott uns vergibt. Deswegen sagt er uns die ganze Zeit, Leute, wenn ihr jemanden habt, auf den ihr sauer seid, oder wo es auch schwerfällt, zu vergeben, geht hin und vergibt. Geht hin und vergibt. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, verließ er Galiläa und kam in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordan. Und es folgte ihm eine große Volks... Ich habe eine Frage an euch. Gibt es nur eine Bibel oder mehrere? Es gibt ein Urtext. Es gibt aber verschiedene Bibelübersetzungen. Ne? Ein Urtext, verschiedene Bibelübersetzungen. So sieht das. Hänge nach und er heilte sie dort. Ja, hol dir eine Schlachter 2000. Da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein? Siehst du, die zwei werden ein Fleisch sein, nicht der Mann wird mit drei Fleisch sein, so wie Allah das macht. Der Allah ist der Gott der Sünde. Er verleitet die Muslime zu sündigen. Merkt ihr? . Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. Vielen Dank. 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 Danke, Herr. Und... ... 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 ...... ... Bist du noch da? Talha. Ja genau, der Kosinus schreibt schon, du musst die Bibel lesen, um Jesus Christus kennenzulernen. Lies am Anfang das Neue Testament. Genau. So ist das. Kosinus hat recht. Lies das Neue Testament und lerne Jesus Christus kennen. Hi, mein lieber Gott, segne dich schon deine Familie. Eine Frage, warum schlagen sie sich hier auf den Kopf mit einem Blutentee? Bitte? Warum schlagen sie immer mit Messer auf den Kopf mit einem Blutentee? Achso, ja, sie geiseln sich selber für Imam Hussein. Weil sie das nicht verkraften könnten, dass er dann so gestorben ist und sie wollen trauern um ihn. Indem sie sich selbst halt verprügeln und sich halt zu Tode schlagen und sich selbst geiseln und so. Das ist ihr Trauern gegenüber Imam Hussein. Aber das grenzt ja schon an Wahnsinn. Es gibt Videos und Bilder, wie jemand mit so einem Schwert an seinen Rücken klatscht und das Ganze so aufgeht. Das ist so unglaublich, ey. Was bedeutet Agenda? Was? Was bedeutet Agenda? Ich verstehe kein Wort. Kannst du mal bitte deutlicher reden? Was bedeutet Agenda 2030? Das kenne ich, ja. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Elite sich vorbereitet, diese ganze Gesellschaft in eine digitale Unterdrückung rein zu verfrachten und dass die neue Weltordnung jetzt bald etabliert wird, bis 2030. Also so sagen es die meisten. Digitalisierung wird fortgeschritten. Das Bargeld wird verschwinden. Digitale Euro wird eingeführt. Digitale Währung. Wo wurde Jesus Christus gekreuzigt? Auf Golgatha. Wo ist das? In Israel. Ah, okay. Entschuldigung. 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 Mach's gut. Kann man sein Grab besuchen? Ja, natürlich. Du kannst nach Israel reisen und das Grab des Herrn besuchen. Aber das Grab ist leer, denn der Herr ist auferstanden. Was sucht ihr den Gekreuzigten hier? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Kannst du bitte sondern eben Maja 3927 erklären? Eben Maja. Maja. 33, 37. Ne, 39. 27. I have been commanded to fight the people until they say la ilaha illallah. Ja, was verstehst du darunter nicht? Muhammad wurde angewiesen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie sagen la ilaha illallah. Und das ist dann auch perfekt eingedeckt mit Sura 9, Vers 5 und Sura 9, Vers 29, wo Allah den Muslimen befiehlt, alle Menschen zu bekämpfen, bis sie Muslime werden oder halt Jizia bezahlen. Nein, er sagt, das steht nicht im Koran. Das stimmt nicht, sagt er. Ich erkläre ihm das. Und er sagt, naja. Ja, natürlich, er schämt sich in Grund und Boden, weil er weiß, dass er einer Religion angehört, die dazu aufruft, uns alle zu bekämpfen. Und wer will schon so einer Religion angehören, in einer Gesellschaft, wo wir von Frieden, Toleranz und Akzeptanz den ganzen Tag reden. Das passt also nicht. Der Islam passt also nicht zu solchen westlichen Ländern, wo wir alle in Freiheit leben, wo die Religion so nebensächlich ist und so Hass und sowas keinen Platz hat. Versteht ihr? Solche privaten Fragen möchte ich nicht beantworten, Thaler. Naja, Schnarchi. Schnarchbärchen. Komm, wir müssen wieder weiterhören. Das Wort Gottes. Ich möchte wenigstens das Matthäus-Evangelium mit euch noch zu Ende hören. Da gingen die Pharisäer und hielten Rat, wie sie ihn in der Rede fangen könnten. Und sie sandten ihre Jünger samt den Herodianern zu ihm, die sprachen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an. Darum sage uns, was meinst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Was steht auf der Münze? Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er, ihr Heuchler. Ihr Heuchler, ihr. Was versucht ihr mich? Was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Gebt mal her, die Münze. Da reichten sie ihm einen Denar. Und er sprach zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Und wir haben eben, wir müssen da mit ihr Kopf drauf. Sie antworteten ihm, des Kaisers. Gebt dem Kaiser. So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und gebt Gott, was Gott ist. Und Gott, was Gottes ist. Amen. Als sie das hörten, verwunderten sie sich. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Hätten Mohammed und die Sahaba von Jesus Christus gelernt und dem Geld nicht nachgejagt. Mohammed hat ja die Leute ausgeraubt. Die beste Beute war ihm zuteil. Die besten Frauen. Alles, die gesamten Besitztümer der Ungläubigen gehörten alles ihm. Unglaublich. Und der Herr Jesus Christus sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist. Und gebt Gott, was Gott ist. Ihr sollt nicht nach irdischem trachten. Ihr sollt nach Gottes Himmelreich trachten. An jenem Tag traten Sadduzeer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat gesagt, wenn jemand ohne Kinder stirbt, so soll sein Bruder dessen Frau zur Ehe nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren bei uns sieben Brüder. Der erste heiratete und starb und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Gleicherweise auch der andere und der dritte bis zum siebten. Zuletzt nach allen starb auch die Frau. Wem von den sieben wird sie nun in der Auferstehung als Frau angehören, denn alle haben sie zur Frau gehabt? Wie antwortet Jesus? Aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet. Damit hat er dem Islam den Boden unter den Füßen weggezogen. Merkt euch das. Matthäus 22. Der Herr Jesus Christus sagt, in der Auferstehung, in dem Himmelreich, gibt es kein Heirat noch verheiratet werden. Seht ihr? So ist das. Das macht der Herr. Wie die Muslime ihre Seele wegwerfen. Wie die Muslime ihre Seele wegwerfen. Tschüss, Talat. Ich hoffe, ich konnte dir alles erklären. Ich hoffe, dass du dir Gedanken machst um deine Ewigkeit. Ja, der Herr Jesus Christus hat dem Islam gerade... Sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Wir werden wie die Engel Gottes im Himmel sein. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist, der spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und als die Menge dies hörte, erstaunte sie über seine Lehre. Überstaunt, erstaunten sie über seine Lehre. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzeer in den Mund gestopft hatte, versammelten sie... Der Jesus hat den Mund gestopft von diesen Leuten. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Meister, welches ist das größte Gebot des Gesetzes? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Siehst du, selbst im Alten Testament steht das. Die zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Siehst du, hat der Mohammed auch sowas gelehrt? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darin hängen die ganzen Propheten und das Gesetz. Was hat Mohammed gelehrt? Nimm Tschüss ja! Mach sie fertig! Nimm ihre Besitztümer! Ja, das hat er gelehrt. Seht ihr? Kein einziger Satz mit Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nicht einen einzigen Satz Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber das ist ja natürlich der beste Mensch der Welt. Das wisst ihr ja. Der beste Mensch der Welt bringt natürlich solche Sätze. Ich wurde angewiesen, die gesamte Menschheit zu bekämpfen, bis sie sagen, La ilaha illallah, Mohammedan Rasulallah. Der Hansi, der ist der Größte. Ich heuchte davon alle. Mit seinem Weißenbart, den er schwarz gefärbt hat. Obwohl sein Prophet ihm die Hölle dadurch versprochen hat. Ja, bedrängt ihn mit diesen Hadis. Ihr könnt alle bedrängen mit diesen Hadis und sagen, weil du bist ja voll der Heuchler-Typ, ey. Du versuchst den Islam zu verteidigen und deinen Propheten, obwohl dein Prophet dich in der Hölle gespissen hat, ey. Aufgrund deiner Färbung von deinen Barthaaren, ey. Hast du Kontakt zu dem Bruder Mannsack? Wer ist das denn? Wer ist das? Oh, das war nicht gerade das beste Feldherr. Ja stimmt, der war ja immer irgendwie an der Seite und hat die Leute für sich kämpfen lassen, ne? Der hat die Leute einfach für sich kämpfen lassen. Khalid ibn Walid, der war der heftigste Feldherr von Mohammed. Der hat alles erobert. Er hat Mohammed die ganzen, ja, wie sagt man, ganzen Güter ihnen zukommen lassen, ne? Der Hansi sagt, er lasst mich reden, bevor er anderen zuhört. Ja, der Hansi ist heftig, ey. Der Hansi, der denkt wirklich, dass er irgendwie Ahnung hätte von irgendwas, ne? Das ist echt traurig. Ich werde das nie vergessen, als mein Bruder und ich mit ihm da über eine Stunde am debattieren waren über die Gottheit, ne? Und ihn die ganze Zeit erklärt haben. Und er nicht partout, sich nicht fangen lassen wollte, ne? Wisst ihr noch? Obwohl wir ihn zig Schmale schon hatten. Er wollte immer wieder rauskommen wie so ein Glibberregal. Er wollte es partout nicht zugeben, ey. Das war so heftig, ey. Deine Josus, sagt er. Deine Josus. Deine Josus. Ich liebe Jesus mehr als ihr. Ich liebe Jesus mehr als ihr, sagt er immer, ne? Der hasst Jesus so sehr, das glaubt ihr gar nicht. Der hasst ihn so sehr, das glaubt ihr gar nicht. Alle Muslime hassen Jesus. Alle. Alle Muslime hassen Jesus. Obwohl sie nur mit ihrem Mund sagen, ja, wir lieben Jesus. Nein, wir hassen ihn. Allein nur die Tatsache, wie Muslime reagieren, wenn man über Mohammed redet und wie man über Jesus redet. Ganz einfach. Zeichne ein Bild von Jesus. Schau die Reaktion von Muslimen. Und zeichne ein Bild von Mohammed. Und dann schau mal die Reaktion von Muslimen. Ein Haufen von Heuchlern seid ihr. Otterngezüchten und Schlangenbrot. Wie der Herr sagt. So ganz einfach. Den Test kann doch jeder von euch machen. Jeder kann den Test machen, um herauszufinden, ob sie Jesus Christus lieben, so wie sie sagen, mit ihren Lippen. Ja? Nee, der andere Account ist nicht ganz weg. Der mit 23.000 Dollar da. Die haben mich jetzt langsam gesperrt bis zum 30. September. 30. September. Ich glaube, das ist der Sonntag oder was. Nein, nein, Sonntag. An einem Sonntag bin ich wieder frei. Freedom. Freedom von Dr. Cheikh Abu Amir. Da muss der Hashtag rein. Free Dr. Cheikh Abu Amir. Free Cheikh Abu Amir. Free. Da muss ich dieses Lied von DJ Bobo reinmachen. Das ist Freedom. Freedom. Da muss ich das. Ich bin ein. Da muss ich das. Da muss ich das. Da muss ich das. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich wollte dir einfach nur mal so für deine Arbeit danken. Ich verfolge dich jetzt schon so ungefähr seit knapp drei Jahren. Und ich komme aus einer Familie, wo die Hälfte wirklich sehr streng islamisch ist und die andere Hälfte sehr streng christlich. Und ich hatte in meiner Jugend immer damit zu kämpfen. Ich wusste nicht, was ist jetzt für mich das Richtige. Und du hast mich da schon sehr zum Umdenken gebracht. Deswegen erstmal vielen Dank dafür. Und ich wollte einfach mal fragen, warum machst du nicht mehr so wie früher irgendwie so mal Livestreams auf YouTube und dann lädst du die hoch, so diese eineinhalb Stunden Videos. Ja, die letzte war ja vor zwei Monaten, da habe ich auf Kollegah reagiert. Du musst bei YouTube immer, da gibt es ja Videoübersicht, Videos, Shorts und so, da musst du auf die Livestreams draufklicken, dann siehst du den aktuellsten immer. Ja, genau, genau, richtig. Aber damals war es schon ein bisschen aktiver. Da war auch schon ein bisschen so Lockkick-Zeiten. Ja, ich versuche in nächster Zeit auch mal ein bisschen aktiver auf YouTube zu sein. Mir fehlt die Zeit, weil ich bin ja immer unterwegs und ihr seht das ja. Und abends dann ist das halt ein bisschen schwierig, Wochenende dann auch. Und da muss ich einiges erledigen und da bleibt nicht mehr so viel Zeit übrig. Das ist das Problem. Aber ich versuche, deswegen habe ich dieses TikTok zu holen, damit wir immer so ein bisschen miteinander verbunden sind und trotzdem mit den Leuten ins Gespräch kommen und viel noch aufklären. Mach es so, wie du kannst, mach es so, wie du Zeit hast. Genau, richtig. Da wollte ich, wie gesagt, ich wollte dir einfach nur mal danken. Ich verfolge dich schon so lange und du hast mich echt schon richtig zum Umdenken gebracht. Ich habe es auch schon versucht. Ich habe auch schon versucht, meinen Familienmitgliedern das ein bisschen beizubringen. Ich habe mir zum Beispiel auch die Bücher geholt, damals von Christian Prinz. wo du das mal empfohlen hast. Aber ich versuche, den zu zeigen, aber ich brauche dir nichts vom Pferd zu erzählen. Du bist derjenige, der am besten weiß, wie die Leute darauf reagieren. Ja, natürlich, klar. Sehr, sehr auf den Clips getreten. Leider schon, leider schon. Und wenn es gerade auch so enge Verwandte sind wie Onkels oder Vater vielleicht, dann ist das schon sehr schwierig auf jeden Fall. Kennst du ja von deinen eigenen Eltern genauso. Ja, natürlich, klar. Die sind da sehr, sehr verbissen in der Sache. Man muss das versuchen, so gut es geht rüberzubringen. Aber man weiß, man kennt ja kein Geheim. Es gibt ja kein Geheimrezept, wie man das machen soll. Man muss einfach versuchen. Richtig, richtig. Ja, gib dich auf. Bitte zum Herrn und bitte ihn, dass er dir helfen soll. Mach ich, mein Lieber. Gott segne dich. Gott segne auch dich. Super hast du das gemacht, dass du deinen Verstand benutzt hast und genau gesehen hast, wer der Herr ist. Danke dir, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, Dankeschön. Bitte. Hast du noch eine Frage oder so? Nee, nee, danke. Das war's. Ich wollte nur einfach mal meinen Dank aussprechen. Okay, danke dir. Ja, danke für deine Worte. Die geben auch wieder Kraft und lassen mich da auf jeden Fall weitermachen. Sehr gerne. Super. Lass dich nicht unterkriegen. Und du weißt schon, was das Richtige ist, mein Freund. Amen, Amen. Danke dir, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich. Amen. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Ja, wie viele Leute. Bei ihm ist das heftig, ne? Hälfte strenggläubige Christen, die andere Hälfte alles so Muslime, ne? Strenggläubige Muslime. Und dann hat er natürlich so wie so ein Tauziehen, ne? Aber dann durch das, was wir da geleistet haben, hat er nochmal darüber nachgedacht. Gott sei Dank. Dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Wie wundervoll. Weil der Herr arbeitet, ne? Ich kann immer nur staunen. Wie der Herr Jesus Christus jeden von uns benutzt, um die Menschen zu erreichen. Das ist absolut traumhaft. Absolut traumhaft. Und ich komme niemals aus dem Staunen raus, wenn ich über Jesus Christus nachdenke. Halb Türke, halb Italiener. Ah, okay. Halb Türke, halb Italiener. Aber gut, mir schon mal. Wir sind alle Brüder. Amen. Gott segne euch die Wundervollen. Möge der Herr euch immer beistehen bei all euren Angelegenheiten. Du hast viel inspiriert. Ja, ich konnte so ein bisschen in die Herzen der Menschen reinreden, ne? Und sie so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Danke dir. Jesus hat nicht das Gesetz aufgehoben. Er kam, um das Gesetz zu erfüllen. Er ist nämlich das perfekte Gesetz. Er konnte als einziger alle Gebote um Gesetze halten, weil er sündlos ist und perfekt. Gott im Fleisch. Man sieht, dass du ausgeglichen bist ohne Angst, ohne Furcht. Du hast nicht ein graues Haar. Doch, hier habe ich doch grau. Aber das ist so wie George Clooney-Effekt. Das macht dich nur attraktiver. Euer Dr. Scherr, aber wir sind Dr. Scherr, Dr. Clooney. Tja, bald komme ich mit so Anzug hier. Und dann mache ich so meinen Martin und so sage ich so, hey. Wie gefällt dir mein Gott hier? Dann sagt die alle, oh, da ist unser sexy, sexy Dr. George Clooney-Abu Amir. Dr. Scherr, Abu Amir von George Clooney in Katastrophalen Zwischen. Ah, das ist das Herrliche. 400.000 Likes, Leute. Komm jetzt, für George Clooney-Abu Amir. Für George Clooney-Abu Amir. Wer ist George Clooney? Hier. Dr. Scherr, Abu Amir ist sehr heftiger wie Georgi. Georgi! Georgi! Der gute Georgi, der gute Georgi. Da mache ich auch Werbung für so Kaffee und sowas, ne? Für Espresso. Georgi, meine, meine gute, meine gute Georgi. Was sprichst du denn, ne? Sprichst du mehr Türkisch oder sprichst du mehr Italienisch? Kannst du überhaupt keine beiden von den Sprachen sprechen? Nee, ich kann beides. Ich sage mal so, ein bisschen besser kann ich Türkisch, weil ich aufgrund dessen, als meine Eltern sich damals getrennt haben, bin ich zu meinem Vater gezogen, längere Zeit. Daher spreche ich ein bisschen besser Türkisch, aber Italienisch kommt auch wieder ganz langsam. Und wie ist denn so die türkischste Seite? Die sind so streng konservativ oder sind die eher so leben ihr Leben halt, ne? Nee, nee, die sind schon sehr, sehr streng, vor allem auch die Brüder von meinem Vater. Mein Vater ist so der Einzige, der wirklich so ganz normal ist, so wie du sie nennen würdest, des Shisha-Moslems, also wirklich, klar, der trinkt keinen Alkohol und der macht nicht diese anderen Sachen, aber der ist halt sehr, sehr locker. Der hat keine, man muss auch ehrlich sein, der hat wirklich keine Ahnung von dem Islam, das ist klar, aber die ganzen Brüder von meinem Vater, die sind alle sehr, sehr streng und die teilen auch wirklich dieselbe Meinung, die du auch versuchst, den Leuten beizubringen, wo die Leute sagen, das stimmt alles gar nicht, was Amir sagt, aber genau das sagen meine Onkels auch und die teilen diese Sachen auch. Ja, die echten Muslime geben mir ja recht, die wissen ganz genau, wovon ich rede. Genau, richtig. Nur die, die sagen, Amir hat keine Ahnung, sind diese Euro-Muslime, die nie den Koran gelesen haben. Richtig, richtig. Also mein Onkel zum Beispiel, einer von denen, der ist auch wirklich sehr, sehr, wirklich sehr strenggläubig, also das ist auch zum Beispiel einer, den habe ich in meinem ganzen Leben, in meinen ganzen über 23 Jahren Lebzeiten, habe ich den noch nie mit einem T-Shirt gesehen, noch nie mit einer kurzen Hose. Also wirklich, bei dem ist schon Endlevel, aber auch von den Meinungen her, von den ganzen Suren und von den ganzen Hadithen, die du uns beibringst quasi und uns zeigen möchtest, der teilt einfach genau dieselben Sachen. Bei dem kann ich mir auch sagen, oder fest sicher sein, er lebt streng nach dem Islam. Ganz so, wie es sein sollte. Deine Onkels, tragen die ihre Hosen über dem Knöchel oder unter dem Knöchel? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, über den Knöcheln, ja, über den Knöchel. Also so ganz normal, die Hose über die Schuhe dann, ne? Ja, ja, genau, richtig, richtig. Ja, kannst du denen sagen, dass sie zur Hölle fahren? Da gebe ich dir gleich den Hadith, sag mal, was ist das denn für ein Blödsinn? Ja, ich... Der Mohammed hat gesagt, dass wenn ihr eure Hosen überall am Knöchel trägt, dann landet das Teil, also der Fuß dann in der Hölle, oder was? Ne, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, ne, ich habe von denen auch noch nie die Knöchel gesehen. Also wirklich, die tragen die Hosen ganz normal. Ja, aber in der Gesellschaft, die dürfen ja auch gar nicht in der Gesellschaft so rumlaufen. Du siehst ja, wie Pierre Vogel rumläuft. Hast du schon mal gesehen, wie er rumläuft? Oder wie Sackers Neig oder wie die ganzen Cellophies rumlaufen? Natürlich, natürlich. Die haben so eine spezielle Kleidung, die nur so über dem Knöchel, also so oberhalb des Knöchels, des Fußknöchels. Richtig, richtig, richtig. Heftig, ne? Dann fragt man sich so, ja, warum machen die das denn? Ja, weil Mohammed das gesagt hat, dass sie das zur Hölle fahren, wenn sie Hosen tragen, was über dem Knöchel ist. Das ist so geisteskrank. Als würde sich Gott Gedanken machen, ob du jetzt eine Hose über den Knöchel oder unterhalb des Knöchels trägst. Das ist Wahnsinn, ist das. Ja. Ja, wenn das so ist, wenn das nur ist und die Muslime das so ernst nehmen, warum sehen wir dann immer noch Muslime, die auf einmal in irgendwelchen Shoppingmalls oder was hier so Dings benutzen, so Pissoirs und dem Stehen pinkeln, weil Mohammed hat nie im Stehen gepinkelt. Wenn jemand dir sagt, dass Mohammed dem Stehen gepinkelt, dann glaube ich nicht. Er hat sich immer hingehockt. Ja, genau, richtig, richtig. Naja, also bei solchen Sachen, bei solchen Sachen, das macht mein Onkel auch nicht. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, bis heute nicht, ob der jetzt Sunite ist oder ob der Schiite ist. Was ich nur weiß, ist immer, wenn ich bei dem zu Hause bin, der hat immer große, so einen Teppich quasi an der Wand mit Ali. Ah, okay. Ja, dann kann es sein, dass der eventuell entweder Ali Vite ist oder halt Schiite. Nein, Ali Vite nicht, auf gar keinen Fall. Ali Vite nicht. Dann wohl eher Schiher dann wahrscheinlich. Ja. Aber ich bin mir da nicht sicher, muss ich nochmal nachfragen. Genau, richtig. Ne, super, aber freut mich, dass du mich nochmal reingeholt hast. Hast du noch irgendwas, was du mich fragen möchtest? Ne, wenn mir wieder was einfällt, dann sage ich dir jetzt zur Zeit, bis gerade, oder hat noch jemand hier eine Frage an den, wie nennst du dich da, Kev, was? Tiefkirft, das? Dennis, Dennis, einfach Dennis. Ja, einfach Dennis. Hat noch jemand eine Frage an den Dennis? Dann kannst du das da vorlesen. Kannst du in den Kommentaren, ja, sehen. Also mir fällt jetzt zur Zeit nichts ein. Aber wenn jemand eine Frage hat an ihn, dann könnt ihr das gerne stellen. Ja, Anna, dann frag mal. Ich habe eine Frage. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch reinkommen und ihm eine Frage stellen. Wenn ihr wollt, wenn ihr wollt. Beziehungsweise, wenn ihr überhaupt die tausend Abonnenten habt. Oder stellt einfach eine Frage. Danke dir auch, Diana. Gott segne dich. Ja, glaube ich, Ziggi. Glaube ich. Ich glaube an Jesus, ja. Dankeschön. Danke, Adriano. Dankeschön. Und wie sieht dein Tag noch aus, Amir? Ich war jetzt noch so ein bisschen hier mit den Geschwistern bis ungefähr Viertel vor fünf oder so oder fünf und dann mache ich so langsam aber sicher auch Schluss für heute. Da waren wir fast schon wieder fünf, sechs Stunden live. Das ist das Wahnsinn. Ja, super. Super. Aber du selber, als du so, du hast ja gesagt, dass du mich ja drei, vier Jahre jetzt so verfolgst. Als du das gesehen hast, du kanntest das überhaupt gar nicht, was ich so gezeigt habe. Gar kein bisschen, ne? Nein, das ist genau das. Oder hast du davon schon mal gehört gehabt oder irgendwas? Nein, nein, das ist das Erstaunliche gewesen. Man hat dir zugehört. Also ich kannte das vorher nicht. Ich habe dir zugehört und dir sofort geglaubt. Ganz einfach. So muss es auch sein, weil du bist halt jemand, der zeigt dir auch Quellen. So, da verstehe ich die Leute nicht, die irgendwie versuchen, sich da noch rauszureden. Also ich weiß nicht, du kannst jede bescheuerte Argumentation nehmen oder jede bescheuerte Ausrede nehmen. So wie, ja, ich bin aber nicht so oder so weiter. Weißt du, wie ich meine? Aber man braucht das ja nicht zu verleugnen. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Ich rede ja nicht so von mir selbst, sondern ich beweise mal alles, wovon ich da rede. Damit die Leute mir die sagen, was redet der da? Richtig, richtig. Ne, ne, das kannte ich vorher nicht. Ich habe mir direkt dann die zwei Bücher geholt von Christian Prince, Sex und Allah halt. Habe ich mir auch durchgelesen. Also manchmal bist du in Schock. Manchmal musst du einfach nur lachen, weil du denkst, was ist das für ein Quatsch, was da drin steht. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, wie der Teufel sich selber penetriert oder irgendwie beim Beten wartet, bis du Arschhabe zupft und sowas. Weißt du, was ich meine? Bruder, was ist das? TikTok sportlich. Sobald du diese Wörter erwähnst, dann... Achso, Entschuldigung. Entschuldigung. Immer TikTok sportlich machen. Ja, TikTok sportlich. Ja, genau, richtig. Ne, ne, aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, das ist manchmal zum Kopfschütteln, wirklich. Manchmal ist es nicht normal. Wer ist da mit uns? Der Kästilumin. Weiß ich nicht. Hallo Amir, alles gut bei dir? Ja, alles super. Gott segne dich und deine Familie. Danke, Bruder. Dir auch. Auf jeden Fall. Ich wollte mich bei dir bedanken. Deine Arbeit ist richtig krass, Mann. Und zwar durch dich habe ich den Islam verlassen. Und jetzt befasse ich mich seit ein paar Wochen mit der Bibel. Ah, wundervoll. Gott segne dich. Gott segne dich. Ah, wundervoll. Ja, boah, die Sache ist halt, am Anfang, ich kenne dich von ABK. Ich habe mir immer ABK angeschaut, als ich noch etwas jünger war. Und ich dachte mir, okay, wer ist dieser Typ, dieser breitgebaute Bodyguard? Und dann habe ich mir deine Sachen angeschaut. Aber Bruder, man muss jetzt wirklich, so wie der Bruder oben gesagt hat, ehrlich sein. Das, was du zeigst, Bruder, das sind authentische Quellen. Nichts davon ist daiv, zum Beispiel. Oder wenn du so Sachen sagst, wie zum Beispiel, Sura Atauba, Vers 29, und du mir auch noch mit dem Tapsier von Ibn Ketheya ankommst, dann Feierabend. Weil die Tapsiere, die sind ja indirekt von den Hadithen geschrieben worden. Sehr, siehst du, da hat jemand gehört. Merkst du? Siehst du, sehr gut, dass du das erwähnt hast, weil du hast dir Gedanken gemacht, du hast das geprüft, du bist direkt auf die Dugel geklappt. Ja, das steht dort, der islamische Staat ist authentisch. Boah, das macht keinen Sinn, was die sagen. Weil wenn du Tapsieren, ich meine, ja genau, wenn du Tapsieren von Mufassir wie Ibn Abbas oder Ibn Kaffir ablehnst, dann nimmst du auch authentische Hadithen an. Dann bist du ein Teuchler. Sehr gut. Sehr gut, siehst du, jetzt hast du den Begriff. Siehst du also, dass wir es mit der größten Heuchelei zu tun haben unter den Muslimen, heftig, ne? Ja, Bruder, vorne, hinten, Takiya, dann sagen die Schias machen nur Takiya, aber die sind schlimmer als Schias. Wirklich, Bruder. Was mir geht, ist einfach darum, ich will einfach nur die Wahrheit erfahren. Ich habe keinen Bock mehr verarscht zu werden, reicht langsam. Amma, wundervoll. Gott segne dich für deinen Verstand, für deinen Mut, für deine Erkenntnis, die du bekommst. Das ist Hammer. Ja, Bruder, das wollte ich sagen. Auf jeden Fall, Bruder, ich muss weiter an meiner Hausarbeit arbeiten, wegen der Uni. Ich wünsche dir alles Gutes im Leben. Ich dir auch, mein Bester. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Halt am Herrn Jesus Christus fest. Super hast du das gemacht. Bruder, ich bin dir ehrlich, ich habe mir Matthäus durchgelesen, ne? Und ganz ehrlich, ich habe so eine Wärme gefühlt, Bruder, innerlich. So eine Wärme. Und ich werde auch auf jeden Fall weiterlesen. Amma, wundervoll. Super hast du das gemacht. Wundervoll hast du das gemacht. Ich kann nur staunen über deinen Verstand. Danke, Bruder. Ich wünsche dir auf jeden Fall was. Heidau, rein, weiter. Ich wünsche dir auch alles Gute, ne? Dankeschön, gleichfalls. Gott segne dich, mein Bruder. Danke, mein Lieber. Danke, danke für deine Worte. Siehst du, das gibt wieder Kraft und Mut, weiterzumachen. Halleluja. Ja, das seht ihr mal, ne? Heftig, ey. Wahnsinn. Ohne Ende. Das kann sich keiner vorstellen, ne? Danke, Alessio. Alexio. Unglaublich, ne? Einer nach dem anderen. Geht's vor kurzem. Habt ihr das gesehen? Der ist nicht mal lange jetzt im Glaube, aber hat den Islam verlassen und fängt an, Matthäus-Evangelium zu lesen. Das ist absolut heftig, ey. Gepriesen sei der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeiten, Hammer. Wundervoll. Ich bin auch Ex-Muslim. Du auch, Alexo? Willst du hochkommen und uns deine Geschichte erzählen, oder was? Da hat das Hetz-Mobil wieder Wirkung gezeigt. Ja, aber der kennt mich ja von den ABK-Zeiten. Hab ich euch nicht gesagt. Der Herr hat ABK genutzt, ohne dass der ABK das jetzt nicht versteht. Und dass er mich erwähnt hat und ich auf einmal diesen Leuten alles zeige. Das ist doch kein Zufall, Mann. Wir reden doch nicht hier von Zufällen. Zu wenig Abonnenten. Ja, dann folgt mal alle auf Ehre dem Alessio. Vielleicht schafft er irgendwann die Dings. Die 1.000. Ich glaube, du brauchst nicht mal mehr 1.000 oder was. Ich glaube, du brauchst ein paar Hundert, dann hast du es geschafft. Nein, nein, immer noch 1.000. Ach, 1.000, okay, ja. Okay, ich danke dir vielmals, Dennis. Mein Bester, ich muss weiterarbeiten. Alles klar, danke schön. Ciao, ciao, mein Bester. Okay, ciao, mach's gut. Gepriesen sei der Herr Jesus Christus. Halleluja. Habt ihr den gesehen? Wie wundervoll er auch das Ganze gecheckt hat. Mit Suche 9, Vers 29, sich nicht veräppeln lassen, sondern den Tafsir von Ebekathir aufschlagen, um zu schauen, was der Vers wirklich zu bedeuten hat. Und dann kriegst du Schock. Deswegen bin ich ja letztes Mal so ausgeflimt, ne? Als ich hier mit Schwester Mariam den Tafsir gelesen hab, von Atabari, von Eben Abbas, von Al-Jalalain, von allen möglichen, allen Mufasserien. Alle sagen dasselbe. Das ist ein allgemeingültiger Vers. Und er muss auf jeden Platz der Erde angewendet werden. Man muss die Menschen zum Islam zwingen. Muss mal Nasenspull benutzen. Ich kann keine Luft mehr durch die Nase. Ja, deine Arbeit trägt Früchte. Ja, aber deswegen sage ich auch, ihr habt ja genauso ein Verdienst daran, dass ihr das gleich teilt, die Geschenke, alles, alles, was ihr macht. Das ist ja wundervoll. Komm jetzt, ihr Lieben. Jetzt nochmal drei Minuten Gas geben. Ich zähle bis drei und dann geht's los. Eins, zwei, drei. Jetzt. Alle zusammen. Alle zusammen. Drei Minuten. Komm jetzt. Bis, ne, vier Minuten. Bis 20 nach. Bis 20 nach Gas geben, Leute. Komm jetzt. Ferrari Finger. Ich will den Ferrari Finger sehen jetzt. Hier, komm. Der Ferrari Finger muss jetzt rausgepackt werden, ihr Lieben. Es geht nicht anders. Ferrari Finger, los geht's. Löwe Universum klappt raus, ey. Porsche ohne Bremse, ja genau. Hallo, mein Lieber. Amir, du musst wieder so einen Muslim erreichen mit sehr viel Weite, dass die Leute wieder auf dich zukommen. Weil ABK hat sehr viel beigetragen mit seiner Reichweite. Ja, sag ich doch. ABK hat das Ganze ins Wald gemacht. Ganz heftig. Seine Reichweite ist ein Segen gewesen. Sag ich schon. Ich hab dir das extra sogar noch gesagt, weil ich für mich du warst, sondern der Jesus benutze ich, damit ich den Leuten aufhören mache. Wie der Herr das Ganze gesegnet hat. Ich staune immer noch darüber. Ganze Muslime waren fassungslos und haben gesagt, wie kannst du nur, wie seid ihr alle wahnsinnig, was geschieht hier nur so, ne? Erstmal Amulaji, dann ABK, dann die ganzen Muslime von YouTube. Okay. Okay. Ich bin dann wieder mal runter. Vielen Dank. 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 Ja, ihr Lieben, ihr müsst euch so viel Wissen wie möglich ansammeln. So ist das. Nur Wissen ist Macht, wie ich euch das gesagt habe. Und sobald ihr euch Wissen aneilt, könnt ihr es auch einsetzen für den Herrn. Genau. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, immer wenn ich stumm bin, wisst ihr, dass ich am Telefonieren bin. Nicht fragen. Das ist mein vierter Kanal. Wenn der gelöscht wird, dann mach nach dem nächsten Islamfaktik zu. Siehst du, das ist schon der vierte Kanal. Deswegen wundert mich das ja. Deswegen wundert mich das ja, warum du überhaupt noch so lange da bist. Aber das ist schon der vierte Kanal. Wahnsinn. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, wir wollen jetzt weiterhören. So. Wo waren wir stehen geblieben? Als nun die Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus und sprach, was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Wessen Sohn ist Christus? Sie sagten zu ihm, Davids. Davids Sohn. Er spricht zu ihnen. Wieso nennt ihn denn David im Geist Herr, indem er spricht? Der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Der Herr Jesus Christus ist der Herr von David. Wenn also David ihn Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Wie kann er dann sein Sohn sein? Und niemand konnte ihm ein Wort verwidern. Ach, der Mundtot hat er die Leute gemacht. Und sich von jenem Tag an niemand mehr ihn zu fragen. Niemand. Mundtot. Tschüss. Auf Wiedersehen. Jetzt trifft dieses Prinzip ein, mit Decke zugedeckt und schlafen gelegt. Der Herr Jesus hat die Pharisäer mit Decke zugedeckt und schlafen gelegt. Und gute Nacht. Kuss. Auf Wiedersehen. Ciao. Kapitel 23 Da redete Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach, Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses' Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, das ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Aha. Alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Genau. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß. Und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen. Und die Begrüßungen auf den Märkten, wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt. Rifat nennt uns Kufar, aber gehört einer Religion an, indem er ein Schienbein anbetet. Alle Achtung. Sehr gut, Rifat. Hör mal das wahre Wort Gottes. Komm mal. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Christus. Ihr seid alle Brüder. Nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Siehst du? Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister. Christus. Der Christus. Amen. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Ich möchte auch über Allahs Schienbein lachen. Leute, lacht mal ein bisschen über Allahs zwei rechte Hände, über sein Schienbein, über sein lockiges Haar, dass er ein hervorstehendes Auge hat, Entenfüße. Der Rifat möchte mit uns lachen über Allahs Aussehen. Damit können wir dienen, Rifat. Wir können das ganz einfach machen. Wir können viel mit dir lachen, Rifat. Das kann nicht wahr sein. Wir möchten alle ein bisschen lachen. Rifat, dein Allah hat ein Schienbein. Der zeigt dann seinen sexy Schienbein am Tage der Auferstehung. Und die Muslime werden sich dann anbeten, vor diesem Schienbein niederwerfen. Und er hat einen Fuß, der sich über die Hölle setzt. Er hat ja zwei rechte Hände. Der ist wie so ein Lego-Baustein. Können wir mit deinem Gott Lego spielen? Und die Leute denken, dass ich, äh, Quatsch, erzähl mal, der lüge nicht. Äh, Sahi Bukhari, hatte ich 7, 4, 3, 9. Da findest du das Schienbein. Äh, Sahi Bukhari, 4, 8, 4, 8. Da findest du seinen Fuß. Und, äh, was haben wir noch da? Seine zwei rechten Hände. Wer hat den parat, Leute? Den muss ich auch noch auswendig lernen. Einmal hier reinposten. Beide seine Hände sind rechte, rechte Hände. Weil Allah kann sich ja keine linke Hand zuschreiben. Weil die linke Hand ist Nedges, Dreck. Und mit der linken Hand wischt man sich ja den Hintern ab. Also darf der Allah keine linke Hand haben. Er muss zwei rechte Hände haben. Daher ist er ein Transformers. Er ist einfach Optimus Prime. Wir fahren, komm, lass uns lachen ein wenig. Hier war Optimus Prime. Lippert! Du betest einfach Optimus Prime an. Da kannst du auch die Decepticons und Autobots, die kannst du anbeten dann. Die verwandeln sich auch in irgendwelche komischen Dinger. Die fahren dann so zack, zack. Wie Baukasten. Lippert, wo bist du? Auf einmal bist du ja gar nicht mehr hier. Hallo! Lippert! 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 Dieser Freunde. Lippert! Wo bist du? Lippert! Refat, hören wir das wahre Wort Gottes kommt. Reden wir Alaschinenbein ab und kommen wir zum wahren Gott, Jesus Christus. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein, siehst du? Und die hinein wollen, die lasst sie nicht hinein. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange betet. Darum werdet ihr ein schweres Gericht empfangen. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, macht ihr ein Kind der Hölle aus ihm, zweimal mehr als ihr es seid. Wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wer beim Tempel schwört, das gilt nichts, wer aber beim Gold des Tempels schwört, der ist gebunden. Ihr Nahenblinden, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wer beim Brandopferaltar schwört, das gilt nichts, wer aber beim Opfer schwört, das darauf liegt, der ist gebunden. Ihr Nahenblinden, was ist denn größer, das Opfer oder der Brandopferaltar, der das Opfer heiligt? Darum, wer beim Altar schwört, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf ist. Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voller Rauch und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres reinwerde. So sieht's aus. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht. Genau, aber innerlich. Inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetze. Diese ganzen sogenannten Imame und Scher-Schihofs. Von außen wirken sich so wie fromme, dahergekommene religiöse Führer, aber innerlich total verdorben. Musigkeit. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Gräber der Propheten baut und die Denkmäler der Gerechten schmückt und sagt, hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen des Blutes der Propheten schuldig gemacht. So gebt ihr ja euch selbst das Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. Ja, macht ihr nur das Maß eurer Väter voll. Ihr Schlangen, ihr Otterngezögen, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Wie denn? Siehe, darum sende ich zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen. Und etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln und sie verfolgen von einer Stadt zu anderem. Damit über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen worden ist. Vom Blut Abels des Gerechten bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Ihr wolltet nicht. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet. Gesegnet sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Amen. Matthäus 24. Kapitel 24. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen? Wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Was sagt der Herr Jesus? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Siehst du. Und sie werden viele verführen. Viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht. Erschreckt nicht. Erschreckt nicht. Dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Bräuchen und Erdbeben geschehen. Und das passiert vor unseren Augen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Sehst du, das ist alles die Vor- und Vor- Weis geben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Völkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Städte stehen seht, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. So sieht's aus. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus, oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschen so es sein. Denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Von dem Vater. Der Herr Jesus Christus kommt wie der Sohn des Menschen auf Wolken. Kennt ihr das? Aus Daniel 7, 14. Dass Yahweh selbst mit den Wolken kommt. Dass er Jesus Christus Yahweh im Fleisch ist. Ebenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So erkennt er. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass der Sommer nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jenen Tag aber, und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noas war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arsche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Kapitel 25 Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen aber waren klug und fünf töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die Bereitwaren gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Er aber antwortete und sprach wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wach, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei, dem dritten eins, einem jeden nach seiner Kraft und er reiste sogleich ab. Da ging der hin, welcher die fünf Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann fünf weitere Talente. Und ebenso der, welcher die zwei Talente empfangen hatte, auch eben zwei ab. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, hinbrug die Erde auf und sprach, Herr, du hast mir fünf Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen fünf weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht. Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die zwei Talente empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir zwei Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen zwei andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechselern bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurück erhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die Zehntalente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner rechten stellen, die Böcke aber zu seiner linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Was ist denn jetzt, was ist denn passiert mit Doda? Was, warum, ich sehe immer wieder seinen Namen. Was ist denn damit? Wer ist das? War der nicht mal hier drin oder sowas? Ich bin kein Christ, aber der Jesus war ein guter Mensch. Ach, da ist er, der Hassan, Hassan Havel. Der ist nicht nur ein guter Mensch, der ist nämlich Gott im Fleisch. Was ist denn jetzt mit Doda? Was ist denn passiert? Was hat er denn? Sollen wir für den beten oder was sollen wir machen? Alle schreiben, er sei im Koma, aber... Ah, mir Daniel möchte Sturmschaltpaket. Ja, TC, gib mal hier dem Daniel Sturmschaltpaket. Er liegt im Koma. Achso, ach du Heidi. Oh mein Gott. Wie schnell das auf einmal gehen kann, ne? Der ist noch jung, dieser Dota, glaube ich, ne? Ist nicht so alt oder so. Der ist noch jung, ne? Ist egal, Tissi. Sobald der rumtrollt oder sowas, dann kannst du ihn ja stumm. Weil ich kann ja nicht auf alles achten. Ich muss ja auf die Straße achten dann auch auf die Kommentare. Sobald du was siehst, der am rumtrollen ist, dann mach ich ihn einen Sturm. Soll man für Dota beten, oder was? Ich hab das gestern Abend bei der Violetta erfahren, dass er im Krankenhaus liegt. Ja komm, dann lass uns für Dota beten, ne? Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich preise, Ehre und lobe deinen heiligen Namen, Herr Jesus. Ich bitte dich vom ganzen Herzen, Herr, dass du diesen Bruder Dota da segnest, Herr, dass du ihm hilfst bei seiner Krankheit, die er gerade in sich hat, Herr Jesus, dass du das sofort heilst, Herr, und deine Macht demonstrierst, Herr Jesus Christus. Aber nicht unser Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen, Herr. Wir beten zu dir aus dem aufrichtigen Herzen und bitten dich, dass du ihn heilst, ihn wieder aufrecht erhältst, Herr, und ihn deine Herrlichkeit spüren lässt, Herr Jesus Christus. Du allein hast die Macht über Leben und Tod und seine Seele oder sein Leben übergeben wir dir, Herr Jesus Christus, dass du ihn bitte wieder heilst, Herr Jesus. Wir beten für ihn, Herr, und bitte erhöre unser Gebet, Herr Jesus Christus, erhöre unser Flehen, Herr, auch für die Geschwister in Armenien, Herr, die gerade verfolgt werden und Massaker erleben, Herr Jesus. Lasse all diejenigen, die in deinem Namen sterben, in deinen Schoß, nimm sie in deinen Schoß auf, Herr Jesus Christus, und lass sie ins Himmelreich eingehen. Auch für Dota beten wir nochmal, Herr, dass du, falls er in die Ewigkeit geht, dass du ihn in dein Himmelreich eintreten lässt, und ihn zu deinem wiedergeborenen Christenzienst. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass wir zu dir gehören und dies alles erbitten wir in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. In Jesus' name, Amen. As-salamu alaykum. Wie geht's dir da, John, alles gut? Ja, wie geht's dir? Dank dem Herrn Jesus ganz gut. Ja, ich hab was gehört. Wer ist das? Du, der kommt mir bekannt vor. Ja, der kommt mir auch bekannt vor, weil ich glaub, der war jeden Tag hier bei mir, ne? Ja. Ja, hallo, ihr Lieben. Gottes Segen euch allen. Was ist mit dem? Liegt dem Sterben? Oder was ist mit dem passiert? Ich weiß nicht. Also, die Geschwister sagen, dass der Hirnblutung hat. Irgendein Venis geplatzt, oder weiß ich nicht. Irgendwas in seinem Hirn ist geplatzt. Ja. Ja, danke, Lido. Ja, es kann jede Sekunde halt sein, dass wir abgerufen werden. Aber du hast ja schon jetzt gebetet für ihn. Ähm, ja. Mal schauen, ob der Herr dieses Gebet erhört. Oder eben nicht, ne? Wir müssen aber jederzeit bereit sein, ne? Wie der Apostel Paulus sagt auch, es ist weitaus besser, wenn ich sterbe und beim Christus bin. Aber um eurem Willen bleibe ich noch etwas im Fleisch, um euch noch etwas zu führen, zu unterstützen. Aber es ist weitaus besser, wenn Christus zu sein. Also zu sterben, abzuscheiden, um beim Herrn Jesus zu sein. Deswegen müssen wir uns immer vergegenwärtigen, dass wir jede Sekunde wieder diese Welt verlassen und wieder zurückgehen. So sieht's aus, ey, wie schnell das gehen kann, Herr Ressard. Ja. Gestern noch, glaube ich, war der mein Live-Depot. Gestern oder am Freitag war der mein Live, glaube ich. Und heute ist er war mein Vormann, unglaublich. Ja. Ja, das soll uns immer vergegenwärtigen, dass wir sterblich sind. Und dass das Leben jede Sekunde aufhört. Das soll uns immer zu denken geben. Dass wir hier nur auf der Durchreise sind, auf der Erde. Und jede Sekunde vorbei sein kann, ne? Deswegen wohl denen, die sich im Sohn verbergen. Psalm 2. Im Sohn bergen, ne? Ist er? Ja, im Sohn bergen. Nicht im Vater. Das heißt, also Unitarier und so weiter, die die Gottheit des Herrn Jesus leugnen, die werden verloren gehen. Da können sie den ganzen Tag Jesus Jesus sagen. Gott widersteht ihnen. Ich denke, ihnen nicht die Wiedergeburt. Das musst du dir mal vorstellen. Armin, ein ganzes Leben lang gläubig gewesen, aber alles für die Katz. Alles für die Katz, ne? Alles für die Katz und in die Hölle. Ja, ja. Das musst du dir mal vorstellen. Wie der Schock sein muss, wenn das dann so weit ist. Na? Wohl denen, die sich beim Sohn, im Sohn bergen. Psalm 2. Nicht im Vater. Die Reihenfolge zur Errettung ist anders. Da hat der Vater den Sohn in die Welt gesandt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben bekommt. Ewiges Leben hat. Wer den Sohn hat, hat auch den Vater. Das ist die Reihenfolge. Und nicht andersrum. Das steht ja nicht im ersten Andersrum. Wer den Vater hat, hat den Sohn. Nein. Wer den Sohn hat, hat den Vater. Erst durch den Sohn müssen wir in der Gottheit müssen wir durch den Sohn Gottes zum Vater Gott. Und indem wir halt mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Das sind die drei Stationen, die wir durchgehen müssen. Durch den Sohn mit dem Heiligen Geist zum Vater. Es gibt auch Leute, die sagen irgendwie Jesus Christus Sohn Gottes, aber die sind nicht versiegelt mit dem Heiligen Geist. Da fehlt eben der dritte Person der Gottheit. Und dann gehst du trotzdem verloren. Das sind die, die eben unter dem Urteil des Hebräerbriefs Kapitel 6, Vers 4 fallen. Das sind die, die mit dem Heiligen Geist nicht versiegelt sind, sondern nur teilhaftig sind. Heiligen Geistes. Das ist wiederum das. Es ist so einfach. Es ist so einfach, errettet zu werden und doch so schwierig, dass nur wenige Menschen es schaffen. Dass nur ganz wenige Menschen es schaffen. Wie bei Noah. Ja, du musst nur durch die Tür durch bei Arscher. Du musst da reingehen, aber trotzdem gehen nur vier rein. Oder acht. Ja, weil es gibt Leute, die kommen bis zur Tür, Amir, und gucken, machen die Tür auf und gucken rein und sagen, ja, weiß ich nicht, ich habe noch was auf dem Herd. Das könnte anbrennen. Da, die ganzen Leute sind schon drin, die Tiere. Noah, Noah schreit, komm rein. Ja, aber warte mal, da habe ich noch was auf dem Herd. Ich habe Kartoffeln, Amir, im Salzwasser. Das sind die, die nicht durch die Tür durchgegangen sind und die Tür hinter sich zugeschlossen haben, sondern noch in die Welt schauen zurück. Wie Lohls Frau. Ja, da sagst du was. Und wenn die sogar so nah dran sind an ihrer Errettung und trotzdem nicht errettet sind, wo wollen dann die Muslime erscheinen, die Atheisten, die Hinduisten? Die sind ja um Milliarden Lichtjahre entfernt. Die sind in einem anderen Universum anstatt kurz vor der Tür. Und das ist so traurig, wenn man sich das so vergegenwärtigt. Fast mit den anderen Menschen. So wie der Apostel Petrus das sagt. Wenn der Gerechte nur mit Mühe gerettet wird, wo will dann der Gottlose erscheinen? Das sind Äonen von Lichtjahren, wie diese Leute nicht errettet werden, die ganze Menschheit. Die sind so weit entfernt. Und doch so nah. Jemand, der das Evangelium jetzt von dir hört, mit dem Herrn Jesus, der könnte sofort zugreifen und errettet werden. Aber er ist um Äonen, um Lichtjahre entfernt von der Errettung. Das ist so verrückt. Wer ist mein bester Freund? Wer ist mein bester Freund? Der hat der vier bei, ne? Der Stehpunkt. Ja, der Hartgroße. Oder Ach, Israel. Der wartet nicht. Ja, genau. Das war zum Beispiel einer, der hat da reingeguckt, so, um, was ist denn da? Und dann wieder zurück zu seinem Kartoffel, ne, auf dem Herd. Ja, er wird zurückgelassen samt seiner Familie, alle, ne. Die werden durch die Drangsal gehen, durch die neue Weltordnung. Ja, ja, da weiß er gar nicht, was ihm blüht. Da hat er gar nicht sich mit der Prophetie in der Bibel beschäftigt. Alles ist verloren. Alles ist verloren. Versiegelt jetzt wird das Gericht aufbewahrt. Überleg mal, der Herr hat ihn ja doch ein, zweimal zu uns gebracht, als er noch nicht abgefallen war. Weil er rettet war er trotzdem nicht. Aber trotzdem war er noch nicht abgefallen. Das heißt, er hätte noch nach vorne gehen müssen mit uns. Er hat mir gesagt, guck mal was er schreibt. Bin ein wahrer Moslem. Ein wahrer Moslem ist gerade woanders und schneidet ein paar Sachen ab. Nicht hier mit den Kumpeln zusammenleben und sagen, liebet eure Feinde, Vater, ich bete jetzt, Vater Allah, ich bete dir, dass du uns zeigst, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Das ist so verrückt. Das ist so verrückt alles. Der möchte nicht ganz loslassen vom Herrn Jesus, aber er hasst auch die Christen, der verachtet die Christen, natürlich, weil die auch die meisten Christen keine Christen sind und ihn nicht eben in der Liebe aufgenommen haben, wie ich das immer sagte zu dir. Weißt du noch, durch das Verhalten der meisten Christen da draußen, durch ihre Lieblosigkeit gehen solche Leute verloren, weil sie auf das Verhalten der Leute achten und sehen, dass die Menschen die Christen sind. Der soll auf den Herrn schauen. Aber hat der Herr uns nicht gesagt, wie soll ein Licht sein? Stell dir mal vor, wir hätten genau das Gleiche so gehandelt, wie du das jetzt sagst. Wären wir Christen geworden, aber hätten wir auf die ganzen Leute geschaut? Niemals. Na, ich weiß, ich wusste ja vorher, dass du es geschaut. Ich habe auf Jesus geschaut. Ja, aber seine Leute müssen ja auch dementsprechend auch handeln können oder sind die nur mit dem Mund Jesus, Jesus. Ja, aber in erster Linie, wenn du dich für jemanden interessierst, dann musst du ja herausfinden, wie er gelebt hat, was er gesagt hat. Alles andere ist jetzt erstmal egal. Verstehst du? Anhand anhand desjenigen, dem man folgen will, das Beispiel sollte man nehmen, nicht dem Einzelnen. Natürlich. Das ist natürlich das Ideal, was du da verlangst. Das ist das Ideal, was du da verlangst. Aber ich rede ja wenigstens durch unser Verhalten, durch unser liebevolles Auffangen von den Menschen, hätte man noch ein bisschen das Ruder umreißt. Aber sein Schicksal war ja sowieso schon längst festgeschrieben. Das ist das Problem. Und von seiner Sorte gibt es ja viele Leute, die eben auf die Menschen schauen und nicht auf Gott. Ja, das ist ein Paradebeispiel, der Mann. Mir tut sein Sohn sehr, sehr leid. Das ist das Problem. Mir tut sein Sohn sehr, sehr leid. Der hat einfach so Schahad ausgesprochen, ohne zu verstehen, dass er eigentlich den gefährlichsten Satz der Welt ausgesprochen hat und man nicht einfach so aus dem Islam austreten kann. Es sei denn, du lässt dann die Schnackentherapie machen. Ja, genau. Der hat ja gar keine Ahnung von Islam, Amir. Der hat nicht mal ein Gramm Ahnung von Islam und hat den Islam angenommen. Einfach aus irgendwelchen Gefühlen. Emotionen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Das ist so, als wenn du aus Emotionen heraus für einen Tag so auf einmal deinen Urlaub planst, weil du heute gut drauf bist. Sagst du, ich fahre jetzt nach Afghanistan, weil jetzt ein afghanischer Kollege mir Kuskus gebracht hat zu mir nach Hause. Afghanistan, jetzt zwei Wochen Afghanistan, Kabul, Urlaub, Fünf-Sterne-Hotel Afghanistan, Kabul. Ja, aber das macht er nicht. Es gibt ja einige, die wegen Dings konvertieren, wegen diesen Tönen. Ja, wenn man die fragt, wenn man die fragt, was sagt der, da sagt er, keine Ahnung, ich finde nur die Musik gut. Das hat mich berührt. Toilettendeckel auf Arabisch. Ja, was ist, wenn da steht, ich gehe und köpft die Ungläubigen und dann du singst das und er hat keine Ahnung, was er da gerade hört. Unbelievable, das ist unbelievable. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, Israel würde seinen Urlaub nicht so setzen, weil er wieder intelligent ist. Das ist die Verdorbenheit im Menschen, Amir. Der würde seinen Urlaub nicht zwei Wochen in Fünf-Sterne-Hotel bei den Taliban machen. Da ist er schlau und geht nur an einen schönen Orten wie Österreich. Da siehst du, dass sein Gehirn doch funktioniert. Ja. Dass Verdorbenheit immer noch da ist, Intelligenz. Weil wenn der Gaga wäre, würde er sagen, ja, hier, afghanischer Bruder, Muslim, wir gehen hier zusammen Urlaub machen in Afghanistan zwei Wochen bei Taliban. Aber Taliban sind ja nicht sein Bruder. Das macht er nicht, weil er wieder ganz genau weiß, das ist diese berechnende Verdorbenheit im Menschen, Amir. Heftig. Ja, emotional, so lange, bis es so an den Kragen geht. Der ist bei Taliban, der sagt, der ist bei Taliban, der will dir zeigen. Ja, ja, klar, der ist bei Taliban. Der ist bei der deutschen Bahn, aber nicht bei der Taliban. Bei German Bahn. Der ist bei der deutschen Bahn, aber nicht bei der Taliban. Der muss nur einmal bei Taliban so beten. Heiliger Vater, lass uns die Christen lieben. Liebe, lass uns unsere Christen lieben. Der ist eine Nackentherapie mit der Nackentherapie. Und da wird er den Islam schön an seiner, also seine wahrsten, in seiner wahrsten Form kennenlernen. Aber das ist halt mit Menschen, die sind halt so, ne? Aber ein Mann, der ist ein Mann, dass er so emotional ist und aus Emotionen heraus seine Ewigkeit entscheidet. Nicht eine Frau. Es gibt Frauen, die sind nüchterner als er. Die sind geistiger und nüchterner im Geiste als er. Und das sind Frauen. Obwohl Frauen ja von Natur aus emotionaler sind. Die handeln aus Emotionen heraus. Wir Männer sind ja nüchtern und geistig. Aber er ist ja noch schlimmer als eine Frau bei der Entscheidung treffen. Das musst du dir mal geben. Weil ein muslimischer Kollege an dem Sonntag sein Auto repariert hat. Geist ist krank. Geist ist krank. Das heißt, wenn ein buddhistischer Typ an dem Tag Zeit hatte und das gemacht hätte, wäre der jetzt Buddhist oder ein atheist. Ja, aber ist egal. Sowieso vorbei. Vorbei ist vorbei. So läuft das immer ab. So läuft das leider mit allen ab. Aber was ist der Unterschied an mir zwischen Petrus, der den Herrn verleugnet hat und jemanden wie Judas, der den Herrn verraten hat wegen Geld? Was ist der Unterschied? Was der Unterschied zwischen Judas und Petrus ist? Ja. Der Petrus, der hat das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Der Judas, der hat den Herrn Jesus Christus aus Angst verraten, weil er sein Leben nicht verlieren wollte. Ja. Der Judas hat ihn bewusst verraten für Geld. Also, ja. Der eine hat es aus Angst getan und der eine bewusst und hat ihn verraten und verkauft. Aber der Israel hatte doch gar keine Angst. Also, was hat er gemacht? Hat er aus Angst den Herrn Jesus verleugnet, weil jetzt jemand ein Messer an seinen Hals gesetzt hat? Nein. Also, was hat er gemacht? Er hat verraten. Ja, er hat verraten. Ja, eine verrät und eine hat aus Angst versucht, sein Leben zu erhalten, indem er den Herrn verleugnet hat. Ja, genau. Aber wir denken hier, ne? Merkst du, der will immer wieder hinkommen, weil es ihn zieht. Merkst du, der Arme, der will immer wieder hinkommen, weil es ihn zieht, ne? Er will aus Islam, also er will aus Islam so eine Art Christentum machen, weil ihm da so die Sachen aus dem Christentum gefallen. Islam. Islam, ja. Er will Islam machen. So traurig, ne? So traurig. Am Ende der Zeit, wie viele Leute abfallen, ne? Ja. Der Abfall ist riesig. Und genau wie der Apostel Paulus in 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1. Warte mal kurz, kriegen einen Anruf. Ich wollte gerade sagen, warum bist du so leise? Ich mach mal meine Kamera aus. Israel, schick mal Löwe. Ja, genau, schick mal Löwe da. Und Universen. Ach, Dindam ist auch da. Dindam. Dindam ist da. Dindam ist da. Tippen, tippen, genau. Hauptvoll, danke. Leute, ich glaube, ich beende den Livestream. Ich kann nicht mehr, wirklich, Leute. Langsam, aber sicher, ist auch... Wo ist mein Bruder hin? Wo ist Abo Hetzmann? Da. Abo Hetzmann. Komm in and find out. Abo Hetzmann. Armin, besuch mal das Fantasieland. Sollen wir alle zusammen Fantasieland gehen, ihr Lieben? Sollen wir alle zusammen Fantasieland treffen und einen ganzen Tag im... Das kommt doch heftig, oder nicht? Ich wäre dabei. Ich bin geboren, gerne. Ach, da war ein Fahm mit Dr. Scheer. Ich bin ganz vorne und ihr alle direkt eine ganze Reihe hinten durch. Wäre lustig, ja. Amir widerlegt den Islam auf der Achterwahl. Ja. Dann schlage ich so mein Tablet damit auf und dann bin ich da am rezitieren, am zitieren und alles mögliche. Das ist so heftig, ey. Mohammeds Silbermine. Alter, wir haben ja schon 533.000 Likes erreicht. Wahnsinn. Gott segne euch hier Wundervollen. Wo ist mein Bruder hin? Wo ist diese Abo Hetzerei hin? Alexa antwortet. Wo ist Abo Hetzerei hin? Entschuldigung, bitte. Ich muss ein bisschen meine Sahnenzwischenräume säubern. Ich gehe mal kurz hier aus dem Bild. Okay. Ich mache jetzt dann nochmal mal kurz. Du kannst das auch je auch hier hin? Okay. Der ist so heimische Scheiß. Ich mache jetzt auch zu high. Ich muss ja raume gehalten. - In der Inter suckier saisuale war. Ich pobre theo. Ich sage natürlich was ichel shiny. Ich Neighbor zu. Ich bin ja beim�� sanitizer. Ich weiß mir länger! Ich ray einen Bl rasen raus. Israel hat schon wieder gehackt. Der hat wieder seine Russen geschickt. Russischer Hackerangriff. Für den muss man eigentlich auch nur Covid-19 anmachen. Covid, oh du Virus von China, was hast du mit der Welt gemacht? Covid, was hast du mit dieser Welt gemacht? Covid, was hast du mit der Welt gemacht? Ist jetzt die Verbindung besser? Oh, mein Neck. Jetzt ist mein Bruder raus. Jetzt ist mein Bruder raus. So, wo waren wir stehen geblieben? Könnt ihr mich gut hören? Komm, lass uns die eine Million knacken. Ich lasse jetzt das Matthäus-Evangelium weiterlaufen und dann machen wir eine Million voll. 3, 2, 1, let's go. Komm. Der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich geplant. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Amen. Dich auch. Ja, alles. Er wird euch und Friede von dem, der da war und der da ist und die da ist. Der da kommen. Jesus Christus. Amen. Der Frohlerplatz. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele spuren ihn an. Er soll jetzt bitte schreien. Er möchte nicht noch viel mehr. Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus mit Stehner sprach, ruf ihn her. Ruf ihn her. Und sie sprachen zu ihm, sei Gott, steh auf, steh auf. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Babuni, dass ich sehen will. Jesus sprach zu ihm, geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Zugleich wurde er sehend und folgte ihm nachher auf die Wege. Amen. Wir wollen schnell werden bitten. Wir wollen nicht sagen, für dieses gigantische Geschehen, damals vor 2000 Jahren, jährlich hoch. Und gratulierend zu dir gekommen ist, wieder zu dir. Weil er redet, das ist der Olaf Latze. Der lehrt wieder Verlierbarkeit des Heils, ne? Ja, ja. Und ist Kalvinist. Kalvinist, ne? Mhm. Absolut heftig, ja. Deswegen ist er nicht zu empfehlen. Leider. Und er sagt auch immer nur, Jesus, Jesus. Jesus, dies, Jesus, das. Und er kann mir nicht sagen, dass er die Stellen nicht kennt. In der Apostelgeschichte oder in den Lehrbriefen, wo immer die Apostel den Herrn Jesus nicht mehr Jesus nennen, sondern der Herr Jesus. Er kennt das ja alles. Er ist ein theologischer, also studierter Theologe. Ja, das ist das Problem. Jesus, Jesus, wie Kumpel von der Dönerbude. Jesus, Jesus. Nein, man kann das Heil nicht verlieren, Adel. Ein Wiedergeborener kann nicht verloren gehen. Ein Gläubiger kann verloren gehen. Der Unterschied ist wiedergeboren und gläubig. Diejenigen, die wahrhaftig von Neuem geboren sind, die sind versiegelt mit dem Heiligen Geist und sind das Eigentum des Herrn Jesus Christus. Ja, genau. Ein Wiedergeborener. Ich habe da öffentlich so Druck gemacht auf ihn, weil er eben immer nie über das Thema Wiedergeburt gesprochen hat. So wie die meisten Pastoren innerhalb der Kirche. Die haben gar keine Ahnung, was das ist. Sie denken, Wiedergeburt ist so eine Schokoladenmarke. Und da habe ich dann halt Druck gemacht auf ihn, auch auf Facebook. Dass er nie über die Wiedergeburt redet. Und langsam hat er schon mal so hier und da mal die Wiedergeborenen erwähnt. Die Wiedergeburt. Bis heute weiß ich nicht, ob er immer noch glaubt, dass ein Wiedergeborener verloren gehen kann. Aber klar, wenn du nie in deiner Theologie die Wiedergeburt und die wiedergeborenen Kinder Gottes erwähnst, dann hast du auch gar keine Ahnung von der Heilssicherheit. Weil er weiß ja nicht, dass Wiedergeborene errettet sind für die Ewigkeit. Keiner kann sie mir aus meiner Hand reißen. Sie hören meine Stimme und ich gebe ihnen ewiges Leben. Ja. Was heißt das? Ich gebe ihnen ewiges Leben und ziehe es wieder zurück. Niemand vermag sie aus meiner Hand zu reißen. Genau. Und an diesem Paradebeispiel, jetzt zum Beispiel an dem Israel, sieht man, dass er nicht wiedergeboren war. Der war nicht versiegelt mit dem Heiligen Geist. Nicht versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er war nur teilhaftig. So einer kann abfallen, aber nicht abfallen vom rettenden Glauben, sondern abfallen von irgendeinem Glauben an Jesus Christus, was da draußen rum kriecht. Es gibt da tausende Möglichkeiten, an Jesus zu glauben. Die Zeugen Jehovas haben ihren Jesus, die Katholikinnen haben ihren Jesus und, und, und. Aber das sind alles keine rettenden Glauben. Ja, das stimmt. Ja. Und man hat vorhin gefragt, was ist mit Matthäus 16, 18, diese berühmte Stelle da, mit dem, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Mhm. Wie man das verstehen soll. Ja, ist das sehr einfach. Was ist der Unterschied zwischen Wiedergeboren und Gläubig? Beide sind gläubig. Sowohl ein Wiedergeborener ist gläubig, als auch der Nicht-Wiedergeborene ist gläubig. Aber der Glaube eines Nicht-Wiedergeborenen rettet ihn nicht. Nicht, auch wenn er glaubt. Beispielsweise Zeugen Jehovas. Die haben Glauben. Die evangelisieren sogar mehr, als die normalen Christen da draußen. Aber dieser Glaube, was sie haben, führt nicht zu Wiedergeburt und zur Errettung. Aber der Glaube eines Wiedergeborenen, der rettet. Das ist der, der mit dem Heiligen Geist versiegelt ist. Also ich habe einen hundertprozentigen Shadow-Bahn hier drinnen, ne? Ja, ja. Ja gut, du warst auch jetzt weg. Du hattest ja das Handy in der Tasche und die Leute haben gedacht, du bist jetzt schon Feierabend. Hast den Laden schon zugemacht. Ach so, hier Live-Sichtbarkeit für zehn Minuten. Widerspruch kann nicht genehmigt werden. Bereits abgelaufen. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Also auch Widerspruch genehmigt. Ja, du kannst nicht davon ausgehen, dass der Satan dich richtig so pusht. Dass der Held trotzdem so seine schützende Hand über dich hat. Dass du trotzdem so weit kommst mit der Reichweite. Und das ist alles Gnade vom Herrn. Normalerweise dürfte sowas gar nicht sein. Dass ein Wiedergeborener sich dazwischen schaltet in der Satanswelt und Leute aus seiner Hand reißt. Das ist Wahnsinn. Sowas gibt es eigentlich gar nicht heutzutage. Dass die Accounts aber immer noch da sind, ist ein Wunder, ehrlich. Der Große wurde schon gesperrt, ne? Ja. Ich hatte mir mühselig die ganzen Abonnenten da aufgebaut, ne? So eine große Reichweite aufgebaut, auf einmal weg. Von heute auf morgen weg. Ja, ja, klar. Was glaubst du, wie viele Leute dann weggemacht werden von TikTok? Das sind meistens evangelistische Christen, die eben das Evangelium verkünden. Auch der Bruder Dennis zum Beispiel. Der wird auch jede Woche seine Accounts gesperrt. Dabei sagt er nichts Schlimmes, gar nichts. Nur das Evangelium. Dass das Evangelium nur rettet zum Beispiel. Und alle Wege um das Evangelium herum in die Hölle führen. Tak, wird dir gesperrt. Ja, er zeigt ja auch die Bilder mit One Eye und sowas, ne? Das ist noch nicht mal so ganz schlimm. Das ist noch nicht mal das Problem. Der sagt nur eben dieses knallharte, radikale Verkündigung des Evangeliums, dass alle anderen Religionen eben falsch sind und in die Hölle führen. Und das reicht schon. Weil das ist nicht politisch korrekt, so eine Aussage heutzutage. Du musst ja sagen, meiner Meinung nach ist das Christentum richtig. Und noch nicht mal sagen, dass alle anderen Sachen falsch sind. Du musst sagen, meine Meinung ist auch richtig. Also Christentum ist auch richtig wie alle anderen Sachen. Ja, es ist irgendwie so geistige Rumhocherei, ne? Ja, ja. Und das ist dann halt, wenn du das nicht sagst, dann heißt das, du polarisierst, du spaltest. Genau das, was der Herr Jesus da gesagt hat. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Nein, das Schwert. Ich bin gekommen, um zu spalten. Das, was die meisten Menschen da draußen hassen, diese Spaltung. Die wollen ja so einen Brei haben in der Gesellschaft. Ja, Einheitsbrei. Genau. Dass die alle zusammen La Vizindiae zusammensingen und sich in den Armen liegen, besoffen. Wie geht das, Lesser, das Lied? Wie geht das? La Vizindiae. Wir suchen in ihre eigene Kotze und Pipi. La Vizindiae, das wollen die Leute da draußen. Aber sobald du sagst, nein, Moment, Kotze und Pipi da drin zu duschen, zu baden, da drin ist nicht schön. Was hast du gesagt? Du hast was gegen Kotze und Pipi was gesagt. Hast du gesagt, dass das nicht rein ist? Hast du gerade gesagt, dass Kotze und Pipi nicht rein ist? Ja, hast du nicht gesagt, dass Kotze und Pipi nicht gut ist? Du Spalter, du willst die Spalte, die Leute von der Kotze und Pipi wegbringen. Du Spalter. Wie ich so predige und der dazu tanzt, das ist ja Wahnsinn. Meine Predige und sein Tanz dazu. Das möchte ich den ganzen Tag machen. Da habe ich eine Million Abonnenten. Ja, dieses Herzzeichen ist sehr behämmert, was du gerade gemacht hast. Wenn du das ein paar Mal machst, am Tag bist du direkt 2000 Abonnenten her. Du musst diese behämmerte Zeichen mit dem Herz machen, mit den Händen. Aber immer ein Dritten hier so ganz so machen. Ja, 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 ja. Wenn du das einbaust ab und zu mal so, eine paar Minuten. Und dann so ein Ding, so ein behämmertes Herzzeichen mit der Hand. Auf einmal kommen die alle. Alle kommen dann auf einmal. Relsa, das System muss ja dribbeln. Du musst dich durch sowas machen, damit die sagen, oh, der Typ ist sehr gut, den müssen wir weiter pushen. Und dann wieder Evangelium reindrücken. Ja, natürlich, man muss die Leute verarschen, damit man reinkommt und dann das Evangelium füllen. So eine Art Liebestakir. Takir aus Liebe. Takir aus Liebe. Liebestakir. Liebestakir. Deshalb würdest du jemandem folgen, der sagt, in drei Fällen ist das Lügen ausnahmsweise erlaubt? Oder würdest du sagen, der ist doch absolut dösartig. Was für drei Fällen ist das Lügen erlaubt? Gott hat doch gesagt, nein. Nee, ich würde sagen, jemand hat Angst. Dieserjenige da, der diese Religion oder der diese Meinung hat, hat irgendwie Angst, dass er so lügen muss, weil er sonst Angst hat, auf die Backen zu kriegen. Da würde ich sagen, das ist sofort eine feige Sache. Feige, feigling. Ja, der Mohammed hat ja gesagt, in drei Fällen ist ja das Lügen erlaubt. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Warum lügt ein Mensch an mir? Weil er Angst hat vor der Konsequenz. Angst ist immer Feigheit. Ah, okay. Ein mutiger Mensch sagt die Wahrheit. Ja, natürlich. Weil er die Konsequenz nicht fürchtet. Ja, weil er die Konsequenz nicht fürchtet. Nur ein Feigling lügt, weil er die Konsequenz fürchtet. Und Furcht ist Feigheit. Ja, genau. Und feige Menschen fürchten sich. Hast du schon mal ein Feigling gesehen, der mutig ist? Nein. Ein Feigling, der mutig ist. Das ist doch Widerspruch. Ja, klar. Feigling hat mit Angst zu tun. Und so ist das, wenn du lügst. Denn Furcht ist nicht in der Liebe. Furcht ist nicht in der Liebe. Amen. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Amen. Amen. Am Freitag haben wir die Schwester Mariam habe ich hier reingeholt. Die kann ja perfekt Arabisch und ist da mächtig genug, in die Tafsida reinzugehen. Und da hatten die Leute Schock, als wir den Tafsida auf Arabisch von Ibn Kathi durchgelesen haben. Eindeutig sagen, man muss die Juden und Christen hier vor die Wahl stellen. Bei der Jizya-Bezahlung muss man schön auf ihren Nacken klatschen. Und die Jizya muss man so in niedrigem Zustand dann entnehmen. Und der muss uns dann einen Nackenklatscher geben und so. Da siehst du mal die Abartigkeit, wenn du einmal die Tafsida aufmachst, was der Vers wahrlich bedeutet. Und wenn man die Muslime fragen würde, würdet ihr das gut finden, wenn eine Religion sowas auch mit euch machen würde? Und wenn die sagen, nein, dann sind die ungerecht. Wenn die aber sagen, ja, wir fänden das gut, wenn jemand das auch mit uns machen würde, mit Nackenklatscher uns verpassen und sagen, hey, Schutzgeld zahlen, dann sind die in Ordnung. Dann gilt das recht. Am liebsten, mich interessieren ja nicht diese Euro-Shisha-Muslimen, die keine Ahnung von Tut und Blase haben. Die Dawa-Teams, denen würde ich das gerne mal an denen praktizieren. Surin 9, Vers 29 und die Auslegung von den ganzen Mufasserien, wir sagen. Damit sie verstehen, was Islam ist. Aber allein das, worüber wir reden. Ich fange dann direkt bei Hansi an. Bei Hansi fange ich als erstes an. Ich werde dann erst mal seinen Bart schön wieder auf Dings machen, auf Grau und dann werde ich Surin 9, Vers 29, darfst du eben in Kaze dann ihn praktizieren. Ne, Rosa. Sein Bart muss rosa gefärbt werden. Ja, rosa, Entschuldigung. Er muss den Gürtel der Schande anziehen, den ganzen Tag und dann werden wir, alle Christen werden dann zu denen nach Hause kommen, so wie Omar eben Al-Khatab das gesagt hat und der wird uns drei Tage Kost und Logik zur Verfügung stellen. Das heißt, wir machen uns bei dem breit, machen Netflix bei dem an, machen unsere Füße hoch, lassen uns bekochen von ihm, seine Frau und so und wenn er seinen Mund aufmacht, dann kriegt er erst mal ein paar Nackenklatscher, so wie Omar das gesagt hat und nach drei Tagen kommt der Nächste wieder. Dann stellen wir uns alle in eine Reihe, Rosa. Dann würden die sagen, das ist die letzte Religion auf Erden. Ganz genau. Dann versteht der Hansi, was der FN Religion folgt und sagt, Amir, Amir, Kufel pur, Entschuldigung, dass ich das zu dir gesagt habe, du bist Halal pur. Du bist Wahrheit pur. Du bist Wahrheit halal pur, ich sag's dir. Ja, das ist der ungerechte Hansi und sein Fitner-Dauer-Team und diese ganzen Dauer-Teams hier in Deutschland. kennen die Wahrheit, aber verschweigen sie. Ja, aber diese geistige Freiheit, die du da hast, das ist ein Schritt, was nur ganz wenige Menschen in ihrem Leben dann vollziehen können im Geiste. Das sind Schritte, das sind wie Himalaya-Erklimmen im Geiste. Das ist, du denkst, das ist so einfach, Gerechtigkeit, du willst nicht, das, was man mir nicht tun will, das tue auch einem anderen nicht an. Das ist, du denkst, das ist so einfach, aber allein das raffen schon 99% der Weltbevölkerung nicht. Weil wenn die das raffen würden, also behandle deinen Nächsten, wie du gerne behandelt werden willst, was der Herr Jesus sagt, dann hätten wir hier ein Paradies. Das ist raffen die nicht. Die wissen nicht, was das ist. Traurig, traurig. Heftig, ne? So eine einfache Sache, ne? Aber so ist die Welt, wie sie ist und deswegen wird sie auch gerichtet werden. Genau nach dieser Sache, was der Herr gesprochen hat, sein Wort. Der wird das alles durchgehen im Gericht mit dem Sünder. Der wird sagen, ich habe dir doch gesagt, behandle doch deinen Nächsten, wie du gerne behandelt werden willst. Warum hast du aber deinen Nächsten behandelt, wie du nicht gerne behandelt werden wolltest? Und dann wird seine Knie schlott, also die Knie sind schon sowieso am Zittern und auf dem Boden. Aber dann wird er schreien. Verzeih mir, vergeb mir in Panik. Dann ist es zu spät. Dann wird der Herr sagen, auf der Erde hättest du mir sagen sollen, verzeih mir, ich war ungerecht. Ich kehre rum, vergib mir meine Ungerechtigkeit. Jetzt ist es zu spät. Und die Engel packen ihn von links und rechts und tragen ihn bis zum Feuersee und werfen den da rein. Das ist heftig. Ja. So einfach ist das. Alle Menschen, alle Menschen werden drankommen. Alle Menschen. Der Jude wird nach dem Gesetz gerichtet werden. Alle 613 Gebote. Da wird der Jude sagen, also der Herr wird sagen, ja, warum hast du meine 613 Gebote aus dem Gesetz nicht gehalten? Und dann wird das jüdische Knie zittern. Aber dann ist es zu spät. Gute Segen. Gute Segen auch dir. Bruder, ich hätte eine Bitte an euch. Ja. Ich habe gestern von einem Bericht gehört, dass ein Bruder von uns, dass eben eine Ader in seinem Gehirn geplatzt ist. Wir haben schon für ihn gebetet. Wir haben schon für ihn gebetet. Für Doda. Ja, genau. Wir haben schon für ihn gebetet vor einer Stunde. Ja, ich wollte euch da bitten, dass wir da vielleicht noch mal zusammen beten könnten. Ob ihr einbieten könnt. Natürlich, klar. Wir haben gerade eben schon für ihn gebetet, alle zusammen. Wir können ja gleich wieder für ihn beten. Ja, ich habe gerade noch mal. Ja, bitte, machen wir das nochmal. Ich würde auch gerne anfangen. Okay, mach. Herr Jesus Christus, du hast uns beigebracht, dass wir alle ein Körper sind im Glauben. Und wenn ein Teil dieses Körpers Schaden erleidet, so leidet der ganze Körper. Darum erbitten wir dich, erbitten wir bei dir, Herr Jesus Christus, dass du den Bruder schnell wieder gesund machst und ihm beistehst. Und wir wissen auch, dass du der beste Arzt bist, Herr Jesus Christus, der über der Logik ist und über allem anderen auch. Dass du heilen kannst, dass du geheilt hast und dass du immer noch heilst, wie du es damals gemacht hast, Herr. Dass du tun lassen kannst, was du möchtest, Herr Jesus Christus. Darum bitten wir dich auch jetzt. Wir bitten dich, dass du den Bruder schnell wieder gesund machst und bitte, dass er keine bleibenden Schäden davon trägt von dem Koma oder von dem, was da passiert ist. Wir wissen nicht, warum das so zustande gekommen ist. Wir wissen es nicht, Herr, ob du ein großes Zeugnis vielleicht aus dem machen möchtest, ob du, wir wissen es nicht. Aber wir wollen dir vertrauen, weil wir wollen wie Kinder sein, die uns ganz auf dich verlassen, Herr. Darum bitten wir dich, nimm uns an die Hand und führe uns, führe uns und plane voraus besser, als es keiner von uns könnte. Nur du. Wir bitten das alles, mein Gott und mein Vater, im Namen des Herrn Jesus. Amen und Gott sei Dank. Amen. Sehr gut, mein Lieber. Bei all dem dürfen wir nicht vergessen, dass der Herr immer einen Plan hat mit allem. Auch wenn es in der ersten Sekunde so aussieht, als ob da jemand jetzt durchs Leid hindurch geht, aber es hat alles am Ende einen Sinn und einen Zweck, den wir zunächst erst mal nicht verstehen. Von daher dürfen wir uns auf ihn immer trauen, auch wenn er Dinge in unserem Leben zulässt, die schmerzlich sind. Das ist eine Tatsache. Wie gesagt, vielleicht will der Herr tatsächlich ein großes Zeugnis aus dem Bruder machen. Das kann sein. Das wissen wir erstmal nicht. Wir müssen das erstmal beiseite. tun und beobachten, was passiert. Das werden wir dann wissen dann. Also das nimmt mich gerade ein bisschen mit. Ich finde das, also man fragt sich halt, warum gerade der Bruder? Warum nicht ich? Wir sind doch alle so schlimm im Fleisch. Gottes Pläne sind so hoch, dass wir nicht dahinter kommen. So hoch wie der Himmel über die Erde ist, so hoch sind auch seine Gedanken weg von unseren Gedanken. Das kannst du nicht fassen, diese Gottesentscheidungen. Aber wir können alle darauf vertrauen, dass das alles zum Besten ist. Dass es einen guten Plan gibt. Gott macht keinen Fehler. Und Gott benutzt alles zum Guten. Mit allem, was er macht. ein Apostel Paulus zum Beispiel, der jetzt da kurz vor seiner Enthauptung stand in Rom, der hat da nicht den Herrn dann gebeten, Herr, ich will nicht, ich will nicht. Nein. Er hat bestimmt nur ganz kurz gebetet, Herr, wenn das dein Wille ist, bin ich bereit. Wenn das nicht dein, also wenn das das mein Wille sein soll, den du erhören sollst, dann erhöre mein Gebet. Ganz kurz wahrscheinlich hat er gebetet. Aber er hat ja, nach seinem zweiten Timotheusbrief, hat er ja schon gesagt, ich bin jetzt, ich werde jetzt als Trankopfer ausgegossen. Er wusste schon, dass er jetzt bald dann stirbt. Und dann ist heimgegangen, der Apostel. Also wir dürfen uns freuen, auch wenn wir, also wir freuen uns, dass wir heimkehren dürfen nach dem Tod. Also wir freuen uns jetzt nicht auf den Tod, dass wir uns schnell töten wollen, damit wir beim Herrn sind. Nein, aber wir wissen, dass wenn wir sterben, wir beim Herrn Jesus, den wir unser Ziel erreicht haben im Leben. Deswegen ist das eine Freude bei uns Christen, Wiedergeborenen auf den Tod. Das ist eine Tatsache. Eher die, die da bleiben, die sollten einem leid tun. Ja. Also von daher, in allem hat Gott uns zu Sieger gemacht. Hier auf der Erde, wenn wir bei der Entrückung dabei sind und spätestens auch, wenn wir sterben. In allen drei Fällen sind wir als Sieger. Wir sind nur als, wir können nur siegen. Also wir können nur siegen, wir haben gesiegt und werden siegen. Amen. Das ist Gottes Plan. Auch bitte an alle, die gerade zuschauen und zuhören, ich bitte auch euch, fordert bitte eure Gemeinden dazu auf, dass ihr für den Bruder Dobritscher betet, auch in der Gemeinschaft. Weil wir wissen ja, wo drei oder mehr im Namen des Herrn versammelt sind, da ist der Herr Jesus Christus auch darum, bitte betet auch in der Gemeinschaft, wenn der Herr euch das so ins Herz legt, bitte. Ja. Amen. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ja. Was so ein Gebet im Geist und in Wahrheit alles auswirken kann durch die Gnade des Herrn, das ist Wahnsinn. Ja. Das muss er leben. Okay, mein Lieber, dann danke ich dir für dein wundervolles Gebet. Möge der Herr ihn segnen auf jeden Fall und wir werden gleich nochmal für ihn beten, ja? Danke. Gottes Segen. Okay, Mann. Gottes Segen. Gottes Segen. Ja, traurig, traurig. Ja, wir werden sehen, ne? Alles, was der Herr macht, ist gut. Ob der jetzt die Gerechte erhört oder einen anderen Plan hat, wir werden es sehen. Ja, das ist auch wieder wichtig. Es gibt auch Christen, zum Beispiel, die freuen sich so auf ihr erstes Kind und das erste Kind ist dann behindert. Down-Syndrom oder noch schlimmer, todkrank. Und dann fragt sich natürlich der Christ, warum ich, Herr? Warum ich von all die 100 Millionen Kindern, die jeden Tag geboren werden und gesund sind? Warum ich? Und das ist auch eine Prüfung, weil es gibt Leute, die abfallen, die sagen, ausgerechnet, ich habe dir so gedient und den Ungläubigen da draußen gibst du gesunde Kinder und mir, denn ich dir so gedient habe, gibst du mir so etwas und machst mich kaputt. Und dann kommt der Abfall. Wir erinnern uns, weil der Teufel dann sofort einen verführt. Sag, lass ab von ihm. Ja, aber der Herr erlaubt ja die Prüfung. Ja. Der Herr erlaubt die Prüfung. Wie bei Hiob. Der Teufel hat natürlich Hiob geschlagen. Er hat seine Kinder getötet, aber der Herr hat das ja erlaubt. Der Herr hat ja zum Teufel gesagt, geh, nimm ihm alles weg. Alles. Außer sein Leben. Außer sein Leben. Und jeder Mensch da draußen, der nur ein bisschen gläubig ist, aber nicht wiedergeboren ist und der würde 10% von Hiob abbekommen, was mit dem Hiob passiert ist, der würde sofort abfallen. Sofort. 10%. Geschweigen denn das, was alles mit ihm passiert ist. Der würde sagen, guck mal, was Gott mit mir getan hat. Ich habe so an ihn geglaubt und dann tut er mir so etwas an. Und dann kommt der Abfall. Die Prüfung nicht bestand. Spricht er der Herr Jesus davon. Markus 4. In der Zeit der Prüfung fallen sie ab. Ja, Gott bewahre, dass wir irgendwie bei der Prüfung sofort abfallen von ihm. Gottes Willen. Ein Wiedergewohner wird ja alle Prüfungen. Johannes 5 sagt ja, wir werden die Welt überwinden durch den Glauben. Alles in der Welt überwinden. Alle Prüfungen. Das sind die Wiedergeborenen. Die werden überwinden. So sieht's aus. Aber was dem hier mal getan wurde, ne? Hat sich hier unvorstellbar. Unvorstellbar. Der war ultrareich, ne? Die Krankheiten, sein ganzes Vermögen. Seine Kinder alle. Seine Kinder alle. Und dann noch die Frau, die man noch dazu verführen will, abzulassen, ne? Satan hat alles versucht, ne? Hast du gesehen? Ja. Seine Frau, ja. Der Satan ist in seine Frau reingegangen und hat gesagt, lass doch ab von dem Gott. Du siehst doch, was er dir doch antut. Willst du immer noch an den anhängen? Und dann sagte Hiob, Grandioses, du redest wie ein Tür, wie schnitts Weib. Sollen wir denn nur das Gute von Gott annehmen und nicht auch das Böse? Oh, heftig, ey. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat genommen. Wahnsinn. Gelobt sei sein Name in Ewigkeit. Das sind die gewaltigsten Verse, wenn ich die mal wieder lese, ne? Ich sterbe, falls fast innerlich. Wahnsinn. Ja. Dieser Hiob, erst zwei Kapitel, die reißen mich richtig raus. Hm. Die reißen mich richtig auseinander. Was wir von Hiob mitnehmen können, für unser Glaubensleben, ne? Ja, das ist ein Mann, ähm, das ist auch wieder ein Bild auf den Herrn Jesus Christus, ne? Der unschuldig von Satan geschlagen wurde und die Prüfung bestand hat. Weil du weißt, der Herr Jesus wurde ja in der Küste von Satan versucht, geprüft. Und selbst bis zum Schluss hat er der Satan versucht, die Kreuzigung hier abzuwenden, indem er, zum Beispiel, durch den, ähm, durch den Mann, der neben dem Herrn Jesus gekreuzigt wurde, der, der Kriminelle. Da hat er wieder den Herrn versucht und sagt, du bist doch der Christus, rette dich, steig ab vom Kreuz. Na, damit der Herr Jesus, ne, wieder, also, auf die Probe gestellt wird, dieses Leiden am Kreuz zu beenden und wegzugehen von dem Kreuzesweg. Weil der Herr ist ein Mensch. Weißt du, was ich meine, Amir? Der ist ein Mensch und wir wissen ja, die Menschen haben alle unsere Grenzen. aber auch diese Prüfung hat der Herr meisterlich stand, weil er vollkommen ist. das ist im Leid, wird die Treue und die Liebe geprüft. Wir kennen das ja, ne? Eine Partnerin, die, wo es so lange gut glät, finanziell, da ist sie bei dir und auf einmal verlierst du deinen Job, dein Geld und dann ist sie weg. Das ist ein Mensch, der nur im Guten bei dir ist. Wie der Hiob sagt, sollen wir nur das Gute von Gott nehmen, nicht nur auch das Böse? Das ist Treue. Das ist wahrhaftig Treue. Nicht jemand, der immer bei dir ist, weil es demjenigen gut geht. Nein, Treue beweist sich darin, wenn das Leid beginnt. Da beweist sich die Treue. Da zeigt sich die wahrhaftige Treue. Macht bitte die 600 Milliarden Likes voll heute noch. Heute noch, ihr Lieben, bis 24 Uhr. Jetzt guck mal, ich muss wieder Animation machen. Leute, ich zähl bis drei und dann geht wieder die Animation los. Drei, eins, zwei, drei. Jetzt alle zusammen. Alle. Alles mal drei. Alles mal drei. Dr. Schech muss wieder loslegen mit Animation. Kommt jetzt. Wenn wir die 600 Milliarden erreichen, dann werde ich den Coach Frankie heute ein T-Shirt anziehen, dass er nicht mehr seine nackte Haut immer so zeigt. Wenn ihr das schafft, ich verspreche es euch. Coach Frankfurt. Coach Frank ist. Danke. Italienischer Chris, danke. Leute, komm jetzt. Komm, jetzt müssen wir aber Gas geben. Drei, zwei, eins, let's go. Drei, zwei, eins, für mich hunderte Löwen schicken, bitte. Drei, zwei, eins, jetzt. 100 Löwen. Bis 18 Uhr, bis 18 Uhr, wenn ihr 100 Löwen schickt, Leute. Lesa, da war das nochmal gestern. Wer war das nochmal gestern, der Löwe haben wollte? Da habe ich Löwe in den Chat reingemacht, so Löwe. Dann antworte ich, wenn Löwe kommt. Hier hast du dein Löwe. Ja. Ihr könnt auch Löwe schicken. Bis 18 Uhr nur Möwe schicken geht auch, aber dann Löwe, nach Möwe. Löwe. Arme NPC. Oh, danke. Oh, dankeschön. Ja. Er kann das sehr gut, das gibt es doch nicht. Ja, der weiß nicht. Komm jetzt, Leute, jetzt Gas geben. Fünf Minuten jetzt. Jetzt reicht es mir aber jetzt. Fünf Minuten. Jetzt alles mal drei. Komm jetzt. Auf das Handy springen. Mit beiden Füßen. Hoch und runter auf das Handy. Guck mal jetzt, wenn alle mitmachen. 100.000. Auf das Handy. Als ob ihr in die Kälte tretet. Die Weintrauben. Tritt auf das Handy. Kommt jetzt. Alles mal drei. Guck mal, in fünf Minuten 100.000. Jetzt erreicht es. Guck mal, wie schnell das geht, wenn alle mitmachen. Unglaublich. Jetzt Leute, alles mal drei. Alle Leute, alle mit eurer Patschehänden. Alle drauf auf das Handy. Bitch, alle Leute, die Patschehände haben. Handy Tipperei jetzt. Mit eurer Patschehände. Alle drauf blicken. Zerschlag das Display. Nein, nicht zerschlagen. Tiffen. Der Finger muss glühen, glühen. Die eine Million Knoten. Ah, wir aufhören. Tipico, Tipico-Spiele, Leute. Schnell. Das kann ich. Leute, kommen jetzt drei, zwei, Ich habe die, glaube ich, aus Versehen, dir eine Rose geschickt. Jetzt alle zusammen. Ich habe diesen Hetz eine Rose geschickt. Das gibt es doch nicht. Aus Versehen habe ich aus Nervosität habe ich auf Sachen gedrückt. So muss das sein. Lass gar nicht mehr den Rami reden. Nur noch tippen. 18 Stunden am Tag. Ohne Gerede. Ohne Livestream. Einfach nur live. Ich mache nur so. Dünndarm ist wieder da. Dünndarm, der will mit dir gerne reden, ist er. Wer? Dünndarm, Dünndarm. Dünndarm, komm. Dünndarm? Ja, der meint, Allah hat kein Schienbein, ist er. Dünndarm, komm. Das ist ein wunderschöner Name auch vor allen Dingen. Heißt der wirklich so? Nein, der ist Dünndarm. Dünndarm. Ein Dünndarm. Dünndarm. Komm jetzt. Drei, zwei, eins, los. Jetzt. Alles mal 500 Millionen. Leute. Team Familie. Kennst du diese bekloppten Leute, die auch auf Likes, also so auf diese Matches machen, wo die so laut schreien und das ist so verzerrt, die Stimme. Aus Türkei, glaube ich. Da ist so ein Typ und so ein Mädchen, die schreien so. Ah, 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 und die Leute geben denen auch noch so viel Geld, für so eine Beklopptung vereint. Wie aus dem Ehrenanstalt und die Leute geben denen Geld. Ah, 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 das ist direkt wie aus der Hölle. Du musst dir nur die hier in Deutschland angucken, Platz drei, ersten drei oder zehn Plätze, das sind die heftigsten Gelder. Geldmacher überhaupt, ne, natürlich, die sind auch drin, involviert, du weißt schon, ne, und die Leute raffen es nicht und lassen sich schön dann ausbeuten, ne, geben ihnen schön Geld. Die wissen ganz genau, wie die die Menschen so um die Finger wickeln können, ne, das ist unfassbar. Aber mit was? Das frage ich mich. Wenn die mir wenigstens etwas beibringen oder wenn die mir wenigstens etwas mitgeben fürs Leben, was geben die mir denn mit? Team Familie, komm, wir müssen ja, wir gucken jetzt, wen wir als nächstes matchen. Passt auf, die snipen gleich. Das ist also dein geistliches Ding, was du mir mitgibst, snipen. Ja, Wahnsinn. Snipen, Achtung, Leute, die snipen gleich. Das kannst du keine mehr erzählen. Auch ein paar Leute, wo die normalerweise anderen Content gemacht haben, und die haben gesehen, dass ihr Schrott-Content nicht zieht. Auf einmal machen die alle NPC, Amir. Die machen auch so diese Sachen im Stand, wie dieser Typ mit Jaul-Gaul. Ja, genau. Das ist so erbärmlich, dass wenn ich das sehe. Amir, willst du dich auch machen Jaul-Gaul im Stand? Ich würde mich dumm und dämlich verdienen, wenn ich Jaul-Gaul machen würde. Ich ziehe mein Schechkleid an und dann bin ich der NPC-Schech. Den ganzen Tag mit Lichtverhältnissen, alles perfekt und mache ich so die ganze Zeit. Oh, danke für die Rosa. Nein, das darfst du nicht. Nein, nein, nicht lustig machen. Aber als Schech so mit deinen Klamotten und dann Thank you for the Roses, das wird krank sein. Das ist richtig wie aus der Wehrenanstalt. Ja, genau. Das wird ziehen. Du kannst ja ein Neben-Dinges machen, ein Neben-Account und dann mit der Maske. Dann wäre ich, dann wäre ich, dann wäre ich, dann wäre ich kein Knechtes Herrn. Wenn du nicht mehr Geld bekommst. So sieht's aus. Außer du machst das Geld und gibst mir dem armen Bruder das Geld. Dann ist das wieder enorm. Dann ist das wieder allein. Weil du deinem armen Bruder hilfst. Ja, genau. Dann fragen die mich, ich dachte, du machst keine NPC-Matches und so. Dann sagt die, ich mache das nicht für mich, ich mache das für meinen armen Bruder, der will AMG-Wahne. Ja, der will, ja. Ja, genau. Der will S63 fahren. So wie Nino Gaschmann. Der will auch S63 fahren. Der Typ hat sich durch Spenden S63 geholt. Also das gibt's doch nicht so was. Wie heißt der? Was ist das für ein Typ? Das ist dieser Albaner, dieser Nino Gaschi. der immer mit seiner Mutter diese beämmerten Videos erstellt da. Ach so, nein, der Typ ist drin. Nein, nein, der ist involviert, der Typ. Nein, 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 nein. Das sind schon wieder die anderen, die andere Seite. Es gibt ja auch in Albanien diese Blutlinien. Sogu zum Beispiel heißt eine Familie, die tief drin ist. Ahmed Sogu. Ahmed Sogu? Ja, mit Z. Sogu. Sogu. Das sind auch Illuminati-Familien aus Albanien. Und deren Offsprings sind auch verteilt zum Beispiel. Könnte ich mir gut vorstellen, dass hier dieser albanischer Typ da mit seiner Mutter da, den du jetzt gerade genannt hast. Oder Barello, dass die aus solchen Blutlinien kommen von Ahmed Sogu. Könnte ich mir gut vorstellen. Das sind diese Illuminati-Offsprings. Ja. I love Jesus. Nimm mich kurz hoch. I love Jesus. Ja, ja, ne, dieser Albaner mit seiner Mutter, der diese Videos macht und so, sehr erfolgreich sind die. Die sind auf jeden Fall drin. Der Junge ist auf jeden Fall drin. Der ist auch mit den ganz großen TikToker. Ja, hallo zusammen. Hey, mein Lieber. Gottes Segen. Gottes Segen dir, Reza, und auch mir. Gottes Segen. Ja, wo soll ich anfangen? Zuerst mal zu dir, Reza, eine Frage. Was hättest du von der Mutter Theresa? Ja, auch so ein Scharlatan. Wie Gandhi und wie die alle heißen. Mutter Theresa und ihre ganze Volksschaft da in Indien waren ja in Kinderhandel und sowas verwickelt. Ist er jetzt rausgekommen? Ja. Wir haben die armen Kinder da einfach weitergeleitet. Kein Mensch weiß, wo die gelandet sind. Also ich weiß, wo die Kinder gelandet sind. Ja, ja, klar. Aber... Also ich hab mal ein Video so gesehen von einem, der auch so über Illuminatium so spricht, ja, und alles so aufklärt. Und der hat auch so erwähnt, dass die voll vom Teufel besessen waren und alles, ja. Natürlich. Die ist auch voll mit der Elite zusammen. Der Karl Lagerfeld, als er noch gelebt hat, der hat ja in einem Interview mal einfach so beiläufig, hat ein Bruder mir erzählt, der hat gerade ein Interview gesehen mit Karl Lagerfeld und der hat gesagt, dass er so ganz normal bei Rothschild und Mutter Theresa zusammen in einem Haus von Rothschild auch mal zusammen kam. Sowas hat er mal erzählt, der Karl Lagerfeld, warst du nicht. Jetzt ist die Frage, was sucht denn eine Mutter Theresa mit Karl Lagerfeld und den Rothschilds? Das sind wieder ganz andere Ebenen. Da kommst du und ich nicht rein, oder? Bei den Rothschilds in sein Haus mit Karl Lagerfeld? Ja. Ne, das sind schon wieder andere Ebenen. Unglaublich, ja. Unglaublich. Das ist eine andere Klientel. Aber der Satan weiß ja, wie er die Menschen fischen kann. Da schickt er ihm so eine alte Frau, die so nett aussieht, so eine alte Oma halt, wie man die so gern hat, wie man sich die so vorstellt, wie eine nette Oma, kennt ihr, ne? Ja. So mit bisschen Kopftuch und ein bisschen geknickt und die Leute haben schon Dinge ins Land. Fallen da drauf rein. Ja. Der Teufel weiß ganz genau, wie er das machen muss. Ja, eben. Unglaublich, unglaublich. Ja, eben. Ich habe nie irgendwie viel von ihr gehalten. Also ich wusste irgendwie, irgendwas ist komischer bei ihr so. Ja, Gandhi genauso. Gandhi war ja auch in einer Freimaurerloge in Indien. Gandhi hat ja auch den Herrn Jesus immer kopiert. Seine Klamotten, alleine wie der rumgelaufen ist und so Gefolgschaft hinter sich hatte mit diesem weißen Obergewand. So wie der Herr Jesus am Kreuz. Ja. Ja. Und Frieden gepredigt. Dabei hat er auch so giftige Sachen gepredigt, wie zum Beispiel, der hat den Indern gesagt, zum Beispiel, nehmt euch einen Gesetz raus aus irgendeinem Gesetz und bricht dieses Gesetz. Hm. Also genau gegen Römer 13. Ja, ja. Der Herr Jesus hat uns ja beigebracht, dass wir absolut gehorsam sein müssen, den Obrigkeiten und den Gesetzen jedes Staates, wo wir leben. Weil jedes Gesetz brechen ist Sünde. Auch vor Gott. Wenn da steht 50 kmh, du vers 60, hast du dich versündigt gegen Gott. Ja. Weil du die Obrigkeit nicht geachtet hast, die er eingesetzt hat. Ja, 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 ja. Ja. Und was macht Gandhi? Nehmt euch ein Gesetz, irgendein Gesetz, sucht euch ein Gesetz raus und bricht es bewusst. Ja. Anarchie. Weißt du, viele Leute durch ihn und seine behämmerte Revolution, seine bösartige Revolution, die er gestartet hat, weißt du, wie viele Millionen Menschen sich gegenseitig abgeschlachtet haben? Wie viele Leute ums Leben gekommen sind durch ihn? Krass, ne? Ja. Unglaublich. Und der Teufel kommt zum Ziel mit ihm, mit so einem Typen. Aber er wirkt, er wirkt so wie ein Lamm, richtig? Gandhi? Er wirkt wie ein Lamm, richtig? Aber er ist ein böser Wolf im Schafsmelz. Ja, eben, ich wollte noch sagen, wegen vorhin, der eine, der drin war, der hat ja auch, eben wegen seinem Kollegen, wie hieß er, Duda, oder wie hieß er? Duda. Dass ihr gebetet habt. Ja, schau mal, ich bin ja auch ein Albaner und Chris, du weisst ja an mir, und meine Mutter ist auch verschoben vor zwei Jahren und sie war ja auch sehr gläubig, und das kann ich mir ja auch nicht erklären, oder? Und so wie du gesagt hast, Reza, ich überlasse das dem lieben Herr, ja, der hat mich nicht gewöhnt, weil ich habe mir... Er dürfte nicht kleingläubig sein, wir wissen nicht, warum der Herr gewisse Dinge in unserem Leben zulässt, wo wir sagen, das kann doch nicht wahr sein, so, ne? Eben, eben. Dass wir halt mit klarkommen. Sie hat so gelitten, ja, und sie hat so gelitten, und ich durfte sie ja begleiten, weil ich bin ja ein Krankenpfleger, ja, ich war ja mit ihr und so immer wieder und so nichts geschlafen über die ganze Nacht und so und 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 für sie gebetet, aber ja, eben, und 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 ich habe ja wirklich auch vieles erlebt, gell, also jetzt vor zwei Monaten mein Schwiegervater verstorben wegen Krebs, äh, dieses Jahr mein Hund, ja, mein Hund, mein Chihuahua, ja, vor zwei Jahren meine Mutter, vor drei Jahren mein Grossvater, weisst du, und ich habe nie, 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 nie den Glauben verloren und ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil, sogar mein Glauben wurde stärker. Ja. Und dann war ich, wie kannst du das machen? Ja, übrigens, ich heiße Flo, und, ähm, ja, und, 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 Florin, du bist Florin. Nein, nein, Florin, mit N, N wie Nase, ja. Florin, Florin. Florin, Florin, genau. N wie McDonald, Amir. McDonald. Nein, nein, herzliches Beileiden, das sind ja richtige Schlicksalsschläge, ne? Ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm, wirklich, wirklich. Und jetzt noch, und jetzt noch, ähm, ist, äh, äh, also die Frau von meinem Bruder auch noch krank geworden, ja, äh, Brustkrebs. Ja, oh, äh, ganz schlimm, äh, also was ich so erlebe. Heftig, heftig, heftig. ähm, ganz, ganz schlimm. Aber wenn wir jetzt schon, äh, beim Thema sind eben so, wegen meinem Bruder und so, ich bin jetzt ganz persönlich, aber, äh, ich öffne mich auch jetzt, ja, weil irgendwie, komm ich nicht, äh, ans Ziel, ja, also wir sind drei Brüder, ja, ich bin der Jüngste, und der Mittlere, der ist jetzt so am Kämpfen, ja, mit, mit seiner Frau und so, eben, sie ist ja krank und, und er ist immer so zurückhaltend, der meldet sich nie, ja, und er hat immer so seine eigenen Probleme, wie wir auch alle, und wir haben uns immer ständig, immer so zusammengetan, ja, und, und immer wieder so unterhalten, hey, wenn du mal was hast, öffne dich, sag mir das, und, 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 und er, ja, ich konnte nicht, und so, dies, das, und er ist wieder, der meldet sich nie, obwohl wir uns gemeldet haben, und, 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 weisst du, und irgendwie, wir kommen so nicht an ihm so ran, ja, ja, und, und, ja, ihr wisst, in der Bibel steht ja immer, geht zu deinem Bruder, und so, versöhne dich mit ihm, und, und verzeih ihm, 777 Mal, er tut sich sehr distanzieren, der ist sogar, bei unseren Brudergruppen sogar rausgegangen, stell dir das mal vor, sogar, oh, die Gruppe verlassen, okay, weisst du, es ist auch nur die, eine WhatsApp-Gruppe und alles, aber, ja, es ist, weisst du, was ich meine, so, ich habe, manchmal habe ich so ein Wut in mir drin, ich würde immer am liebsten anrufen, und sagen, hey, was, was, was geht in dir, so, oder, ja, aber es bringt nichts, weil der ist halt einfach so zurückhaltend, und so, und, und, und nur seine Probleme sind die wichtigsten, und weisst du, was ich meine, ja, ja, und einfach so, ah, der war schon immer so, sogar meine Mutter sagte damals, ihr müsst ihn, das ist so wie ein grosser Stein, ja, der musst du immer wieder rollen, immer wieder rollen, und, und, und weisst du, ich habe auch nicht immer die Zeit, und, und, und ich habe mir auch immer wieder mehr gegeben, ich als junger, jüngerer Bruder, der immer alles zusammen getan hat, und, und immer Frieden möchte, und so, möchte ich natürlich auch, oder, ich liebe ihn ja, oder, immer, und ich werde ihm auch alles verzeihen, egal, was er gemacht hat, und so, und so weiter, aber, weisst du, was ich meine, ich komme nicht an ihn mehr an, und deshalb muss ich so fragen, was, habt ihr vielleicht irgendwelche Tipps, oder, oder, muss ich mich noch mal zusammenreißen, und, und, ich mich bei ihm melden, zum, zum, zum hundertsten Mal, oder, äh, keine Ahnung, ja, es gibt immer so Sonderlinge, durch ihr Charakter, sind ja sonderlich, aber, äh, von, von meiner Seite aus, ist das schwierig, jetzt einfach eine Ferndiagnose zu geben, warum er so handelt, wie er handelt, ich musste alles wissen, in seinem Leben, und ich müsste wissen, wie er mit ihm umgegangen seid, ne, alles ist, ich brauche ein paar Parameter, um eine richtige Diagnose zu stellen, Glauben her, weißt du was ich meine, so Glauben her, denkt, ist gut, es kann sein, dass er nicht wiedergeboren ist, ne, und keine Brüderliebe hat, das kann auch sein, das ist schwierig, ja, ja, klar, also, also, dass er wiedergeboren ist, das ist er sicher nicht, also, das ist er nicht, ja, wenn du das sagst, ja, dann hat er auch gar keine Dinge, gar keine Pflichten, der kann machen, was er will, der ist nicht gebunden, ja, ja, von der erste Johannesbrief, sagt der Apostel Johannes eben, wer sagt, dass er in ihm ist, der ist auch verpflichtet, so zu wandeln, wie jener gewandelt ist, ja, na, das sind die Wiedergeborenen, und wenn die Wiedergeborenen sich gegenseitig natürlich schlimme Sachen antun, müssen wir vergeben, absolut, ja, keine Ahnung, also, also, was ich hier machen soll, ist schon mein älterer Bruder, ja, wir, wir haben immer wieder Gespräche so um ihn, und es dreht sich alles um ihn, und so, und wir kommen einfach dran, und, 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 ich denke natürlich immer so an die Gesetze vom lieben Herrn, aber, irgendwie bringt es halt einfach nichts, oder, er, er fällt immer wieder ab, weisst du, was ich meine, ja, war dann alles gut, äh, in Emotionen, und so, äh, ausgebrochen, und, 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 die Einstisch werde mir Mühe geben, dies, das, und so, nur einmal in der Woche sich mal melden, und so, wie geht's dir, Bruder, und so, was auch immer, weisst du, ein Monat lang, und dann merkst du, wie die Batterie wieder schwach wird, ja, und dann ist es wieder aus, ja, und das ist zwar auch, dass er die Gruppe verlassen hat, weisst du, was ich meine, als wäre das gar nicht mein Bruder, halt einfach so, Fremdling, weisst du, was ich meine, ja, 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 da ist auch Egoismus mit dabei, ne, dass er eben nicht treu sein kann, auch, äh, sein kann, dass er eben nicht mit der Familie mitgeht, in den Tiefen und in den Höhen, ja, das ist auch immer ein Zeichen von Egoismus, Schwachheit, Egoismus, ne, also, es sind verschiedene Sachen, die da, auch stolz mit dabei, auch stolz so, komm, stolz, ja, stolz ist Schwäche, stolz ist Schwäche, wenn ich sage Schwäche, meine ich, also, stolz ist mit einbegriffen, ja, ja, unglaublich, unglaublich, ja, ja, ich habe mich das erst mal, also, ich rede sehr ungern über meine privaten Sachen, ich dachte, ich vertraue dir wirklich an mir und, 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 komm ich auch immer wieder so rein und so, wenn ich so mal was habe und so, und, ja, ja, kannst du mir immer wieder, ich weiss noch nicht, ob du jetzt in der Öffentlichkeit da diese Sachen preisgeben möchtest, ne, also, also, wenn mir das natürlich hilft, mache ich alles, also, für mein Bruder würde ich alles machen, ja, das heisst ja schon alles, dass ich das überhaupt so preisgebe, ja, vor allem, gebraucht sein, ja, und, aber es ist einfach schwierig, ja, ja, natürlich, natürlich, aber es ist so, der Mensch ist verschieden, und so sonderbare Leute wird es immer geben, ne, du kannst dich auch nicht ändern, das ist halt so, die sind so, wie sie sind, ne, und wenn du schon sagst, er ist auch nicht wiedergeboren, ja, dann, dann, gute Nacht, da kannst du gar nichts erwarten, ja, ja, eben, ja, weil der ist, der ist ja sich selber, sein eigener Gesetz, der ist ja überhaupt niemandem was, also, der ist ja niemandem was schuldig, ja, er ist sein eigener Herr, und der ist ja dem Herr, die ist gar nicht, ja, genau, der ist dem Herr nicht schuldig, also, der kann sich benehmen, wie er will, ja, das ist das Problem, ja. Und dann wollte ich noch, als, äh, zuletzt noch sagen, so, ähm, äh, wenn man, zum Beispiel, also, man hat ja, äh, Sünden, oder, also, die Erbssünden, ja, und dann, äh, wird man ja wieder vom Neuen geboren, ja, dann macht man ja, wieder die Sünden, ja, ja, leider, ähm, auch wenn man die Sünden vor der, ähm, vor dem, ähm, wie sagt man, soll ich, äh, den Vater verloren, äh, also, wenn man wieder vom Neuen geboren wird, ja, immer die Sünden hat, ja, also, nur eine Sünde, äh, ja, äh, äh, wie geht man mit dem um, also, äh, ist man dann trotzdem neu geboren, oder, oder? Natürlich, natürlich, die Sünde in deinem Fleisch wird ja nicht weggewischt werden, nur weil du wiedergeboren bist, du empfängst nur den Heiligen Geist, und du bekommst eine Sinnesänderung nach 2. Korinther 5, Vers 17, deine, 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 es gibt, es gibt eine Erneuerung in deinem Geist, das heißt, ab dem Zeitpunkt willst du nicht mehr das Böse tun, aber du tust es, und das Gute, was du tun willst, dein Geist will das Gute tun, aber das Gute, was du tun willst, das tust du nicht, also immer das Gegenteil, und dann bemerkst du ein Gesetz in deinem Fleisch, was der Apostel Paulus so schön schreibt in den Römer 7, äh, das Gesetz der Sünde in meinem Fleisch, denn ich weiss, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt, das heißt, der verurteilt sich selbst, und die Sünde und das Fleisch. Ja, ja, man muss es ja erkennen, man muss Abuse tun, ja, und alles, und das ist eben bei mir so, oder, das ist bei mir so, also ich, äh, werde euch natürlich erst nicht unbedingt, meine Sünde, äh, jetzt euch so bemerken. Du weisst ja, dass Adam und Eva nur eine Sünde hatten, verstehst du, und der Herr hat sie ja rausgeschmissen, weil er keine Gemeinschaft haben kann mit Sünde. Das heißt, nach dem Muster zu gehen, dann will ja kein Mensch auf der Erde gerettet werden, weil nach unserer Bekehrung werden wir ja trotzdem weiter sündigen. Ob bewusst oder nicht bewusst, verstehst du? Ja, ja. Das sind wir alle verloren. Aber weil Jesus Christus den Tod auf sich genommen hat, den wir verdienen, hat er uns losgekauft von dem Fluch der Sünde. Heftig, ne? Heftig. Genau, du darfst nicht auf dich und auf deine Werke schauen, ob du aufgrund deiner Werke so gerecht werden willst vor Gott, dass du eben gerecht bist wirst und nicht davon meinst. Das waren die Muslime. Das verstehen die Muslime nicht. Sie versuchen durch Werksgerechtigkeit, sich das Himmelreich zu verdienen. Du siehst ja, dass sie Hassanat sammeln. Hast du das gehört? Ja, ja. Die sagen zwar, mit Hassanat wird der Allah dich nicht ins Himmelreich lassen, aber das ist ein Grund, den Allah nimmt, um die Barmherzigkeit dann zu erfüllen. Das ist doch völliger Blödsinn. Was ist mit den ganzen Sünden, die du begangen hast in deinem Leben? Wie willst du das denn wegmachen? Wo gehen die denn hin? Einfach verloren oder was? Nein, Allah vergibt einfach so. Das ist ja Quatsch. Einfach so. Dann wäre Gott nicht gerecht, wenn er einfach so vergibt. Der muss das ja bestrafen. Entweder er nimmt die Strafe auf sich oder du wirst dafür bezahlen. Und das hat Jesus Christus gemacht. Er hat sein richterliches Kleid ausgezogen und hat die Strafe, die du und ich und alle verdienen, auf sich genommen. Das ist der Gott, den wir brauchen. Unglaublich. Und immer wieder, wenn ich daran denke, bekomme ich immer wieder kein Zerhaut. Natürlich. Mein Bruder sagt ja immer, wenn die Muslime nur 5 Minuten, 1, 3 Minuten sich Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, sie würden alle den Islam verlassen. Sofort. Ich habe erst mal vor kurzem, also einer hat so eine Story, so eine Facebook-Story, so ein Muslim, den Koranbuch so gezeigt. Und dort habe ich dann so gelesen, eine ungefähre Übersetzung auf Deutschland. Da musste ich einfach lachen. Ja, immer so ungefähr, immer so, ja. Und so, dann dachte ich einfach so. Ja, die schämen sich, die schämen sich, weil der Koran übersetzt wurde und jetzt da so voll die widerwärtigen Sachen auch zu finden sind. Deswegen sagen die ungefähre Bedeutung. Arabisch kann man nicht ins Deutsche übersetzen. Das ist ein Quatsch. Du kannst jede Sprache übersetzen, das ist gar kein Problem. Und falls dir das nicht passt, hast du immer noch die Erklärung zu dem Vers. Das darfst du jede. Ja, ich komme jetzt langsam zum Ende. Hey, ich danke dir, also zuerst natürlich Jesus, logisch, und Gott. Amen. Immer dem Herrn Jesus Tür zu greifen, nicht uns. Immer zuerst. Also im Gedanken immer zuerst, aber was ich spreche natürlich, sage ich dann auch zu dir, weil, ja, danke dir auch, Amir, und Teresa wirklich für die Zeit. Immer wieder, gell? Wenn wir eines, wenn wir zweit sind, dann nimmst du uns einen zu einem schönen Lammspieß. Bevor du gehst, mein Lieber, kennst du die Familie Sogu aus Albanien, Ahmed Sogu? Ja, also ich kenne, ich habe mal was gehört, ja, von denen. Was sind das für Leute? Boah, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe mich wirklich nie, 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 nie groß mit dem zusammen... Aber ist das so eher Mafia oder eher so Leute, die einfach viel Geld... Also was ich mitgekommen habe, eher Mafia, ja? Ja, Mafia, ja. Also was ich mitgekommen habe, aber ich spreche mal, ich spreche mal, also mein Bruder und ich, wir sind ja auch so mit, du weisst ja, so Illuminati-Zeugs und so, wir haben das auch schon ziemlich so herausgefunden und alles und... Ja, ja. Aber wir werden hier sicher mal zusammen mal sitzen und das mal genauer anschauen und dann komme ich sicher mal wieder live. Ja, würde mich interessieren, weil ihr Albaner kennt das schon, so ein bisschen hört ihr voneinander immer ein bisschen was, ne? Ja, 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 ja. Die Blutrache und alles, ja, du weißt ja, das ist ja bei uns immer noch... Ja, ihr habt ja Kanonen, ihr habt ja keinen Scharia oder sowas. Ihr geht ja nach Gesetz, nach eurem Gesetz, ne? Genau, genau, genau. Kanonen. Das Traurige ist ja, dass die christlichen Albaner auch da drin verwickelt sind, in die Kanonen. Ja, natürlich. Das ist das Allertraurigste. Also wenn die Muslime so was machen, das wäre schon schlimm genug. Aber wenigstens nach ihrer Religion noch halbwegs verständlich irgendwie, weil das so ist nochmal mit dem Mord und Totschlag. Aber als Christ, den Herrn Jesus, der gesagt hat, liebet eure Feinde, bietet demjenigen, der die auf die linke Wange steht, die andere Seite hin und dann auch so Blutrache. Das ist Hardcore. Das ist Hardcore. Ja, also ich weiß, also von einem Dorf, das ist Komme, ja, dort in Kosovo. Dort gab es ja auch so eine Blutrache, ja, also da ging es irgendwie, also du musst dir das mal vorstellen. Also wir hatten so einen Platz, so eine Wiese, ja, die haben dort alle Fussball gespielt, dann haben sich so zwei Jungen so geschlagen und so, ja, und, und. Und dann kam dann der Vater zu dem anderen Vater und so Besuch und hat gesagt, ja, was soll das und so, der hat gebrochen, die ist das. Und dann hat das Ganze so angefangen, Und dann haben sie sich verprügelt, verprügelt halbwegs so und dann zog einer die Waffe, ja, und hat dann den Vater so umgebracht. Dann kam der andere Onkel von den anderen. Oh Mann, oh Mann. Und immer wieder so, also wirklich, bis dann einer kam, wirklich bis einer kam und dann sagte, hey, ich werde mich jetzt nicht mehr rächen, sondern ich werde dir alles verzeihen, was du, also was wir alles gemacht haben, aber ich möchte hier ein, aber ich möchte hier ein, bis das ganze Dorfige, wie er voll mitgezogen wird. Unglaublich, unglaublich. Also wir Schippis, wir haben das einfach im Kopf, also das finde ich ganz, ganz schlimm. Ja, vor allen Dingen halt als Christ, dann nenn dich nicht Christ und mach diese Sachen. Aber den Namen des Herrn dann durch sowas auch noch in den Dreck zu ziehen, ne? Ja, ja, ja. Das ist das ganz Schlimme da dran. Ganz, ganz, ganz schlimm. Ich verstehe das nicht, aber eben. Ja, und die müssen wiedergeboren werden, ne? Diese sogenannten albanischen Christen, die müssen eben Muße tun und wahrhaftig wiedergeboren werden, ne? Ja, genau, 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 genau. Ja, alles klar, ja. Gottes Segen. Ja, mein lieber. Ja, Gottes Segen, ich meine Damen und Herren und bleib dir mit gesund. Danke, dir auch. Danke, danke, du auch. Gottes Segen, es war alles gut, sehr glücklich und deine Familie. Ciao, ciao. Gottes Segen euch. Gottes Segen auch dir. Amir, ich habe eine Frage, wenn ich dir natürlich stellen darf. Ja. Ich sehe dich öfters im Laster. Darf sprang, in welchem Beruf du tätig bist. Ich bin eine Shisha-Barbesitzer und suche nach dem besten Tabak, den es hier in Deutschland gibt. Echt? Lieferst du für ABK? Ich liefere für ABK und die Euro-Shisha-Busstem, die warten immer auf ihren frischen Tabak, deswegen muss ich die mal beliefern. Ach so. Nein, ich möchte so. Ich bin halt, ich bin Mossad-Agent und Startschutzbeauftragter, deswegen muss ich halt immer in diesem Hetzmobil unterwegs sein. Ach so. Das ist der Transporter, der darf nie stillstehen. Das ist dieser Typ, der Adrenalin braucht. Der darf niemals stehenbleiben. Kennst du einmal den Typen? Diese Chance, Adrenalin heißt der Film, ne? Adrenalin, genau, das ist heftig. Der darf nie stillstehen. Ach so, er hat mich nur interessiert, weil ich sehe dich öfters rumfahren. Ich dachte mir, bist du jetzt die HL-Paket-Boote oder so? Nein, ich habe nichts mit DHL oder hier GLS oder diese ganzen komischen Dings habe ich nichts zu tun, ne? Ich würde dich sonst dafür anhänglich machen, dass du meine Pakete zerstörst, wenn du mir sie lieferst. Ehrlich? Einfach zerstören und die dann bringen oder was? Zertrümmern? Ja, ja, genau. Das ist gestern bei mir passiert. Oh, okay. Dann tut es mir sehr, sehr leid, mein Lieber. Ach so, ja. Dann wünsche ich dir noch Gottes Willen, mach dein Programm weiter. Gut zu sehen. Gut zu sehen. Gut zu sehen. Wir haben die 700.000 geknackt und sind jetzt fast bei 720.000. Das ist so heftig. Danke an jeden Einzelnen, der hier mittippt und das Ganze immer teilt und mitmacht und so. Das ist wirklich ein großes Lob auch an euch, ne? Ihr Wundervollen. Ich kann das gar nicht oft genug sagen, ne? Ohne euch ist das gar nicht möglich. Oh, Cousinus. Danke dir, wie man es. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Aber ihr seht, was für Früchte das trägt. Also wir konnten sehr, sehr viele Menschen erreichen und wir können Gott dafür dankbar sein, dass wir so viele gute, ja, mit Verstand behaftete, gute Seelen da gerettet. Also, wir retten ja niemanden, aber wenigstens, dass wir die erreicht haben, ne? Diejenigen, habe ich doch schon mal gesagt, diejenigen, die Verstand haben, die werden rauskommen aus dem Islam. Diejenigen, die auf Ignoranz spielen, werden immer da drinne bleiben. Das ist echt heftig. Dass er jeden Einzelner von uns benutzt für sein Himmel reicht. So, gucken wir mal noch, was der Herr hier sagt. Nein, du nicht. Au, ja. So, wo waren wir stehen geblieben? Haltet immer an seiner Gnade fest und lasst euch eures Glückes und Freude niemals berauben, die ihr in Jesus Christus habt, unserem Herrn. Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, dass ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt. Das habt ihr mir getan. Das habt ihr mir getan. Dann wird er auch denen zu Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespreist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet. krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten. Hallo Hassan. Hallo Ex-Muslim. Gott segne dich. Wie geht's dir? Gott segne dich und deine Familie, mein Bester. Ja, danke dich auch. Danke schön. Ja, schön, dich wieder zu sehen. Schön, dich wieder zu sprechen können. Irgendwie, ja, er freut mich es immer wieder, mit dir zu sprechen, hochzukommen und ja, tolle Arbeit, was du machst. Viele Leute fassen ja das so auf, als ob du so gegen den Islam bist oder so, weißt du. Aber eigentlich möchtest du den Leuten die Augen öffnen. Den Leuten, die Augen öffnen. Man hört sich nicht. Entschuldigung. Ja. Ja, Entschuldigung. Ja, genau. Also das ist so, wie ich das sehe. Es ist keine Hetze. Du erfindest ja diese Suren nicht oder die Versen nicht. Die sind wirklich dargeschrieben im Islam. Die Sunnah oder den Koran und sehen, ob es stimmt oder nicht stimmt. Wenn es nicht stimmt, dann können die dich als Lügner darstellen. Dann können wir ganz einfach sagen, nee, der Ex-Muslim ist ein Lügner, sowas steht doch gar nicht. Aber ich war nicht so oft in deiner Sendung hier. Gab es denn Leute, die gesagt haben, die den Koran wirklich gelesen haben und gesagt haben, nee, er lügt? Ich glaube nicht. Ja, das sind alles diejenigen, die den Koran selber nie gelesen haben, die Sunnah von Mohammed niemals berücksichtigt haben und einfach sagen, das, was ich sage, ist eine Lüge. Aber alle lachen nur noch darüber, das, was die Muslime da von sich geben. Ja, genau. Also, viele sagen ja, Gewalt ist nicht im Koran. Es steht nicht im Koran. Du siehst doch, du kennst doch Abu'l-Bara, du kennst doch diesen Abu'l-Bara, richtig? Leider nicht. Doch, diesen Prediger aus Berlin, Mann, den kennt doch fast jeder. Ach so, mit dem Bart da, der alles so humorvoll erzählt? Ja, genau, dieser humorvoll. Da hat er letztes Mal so eine Predigt gehalten, wo er gesagt hat, Mohammed hat niemals jemanden umgebracht. Unglaublich, was der Typ sagt. Da muss ich sagen, er war so, manche sagen 67, manche sagen 80, manche sagen sogar fast 100 Beutezüge. Früher haben die da mit Kamelherden so Waren transportiert und das war dessen Gehalt. Also dadurch haben sie sich ernährt. Die sind dann mit Pferden oder Kamelen rüber und haben die Herde dann so vor dem, also alles, was sie genommen haben, gehörte denen. Und zum Beispiel in Kureyza, dieser Krieg, da haben die, manche sagen 600, manche sagen 700, manche sagen 800 Männer enthauptet. 600 bis 900 sollen es sein. Genau. Da frage ich mich dann, wie kann das sein? Und dann rechtfertigen die das mit, dass sie dieses Medina-Abkommen nicht eingehalten haben. Das ist Blödsinn. Der Mohammed hat ja alle Verträge gebrochen. Und wenn man auch einen Vertrag bricht, enthauptet man da 900 Menschen? Ja, bei Mohammed, ich komme jetzt gleich wieder. Mein Bruder ist da, der kann auf dem Sklavenhandel Bazar verkauft, die Kinder auch. So hat er auch die Frau Reihana gefunden. Ja. Alle Kinder und Frauen waren Beute für die. Ja, genau. Dann wurden die als Sexsklavinnen dann behandelt. Die haben die auch getauscht untereinander. Die haben gesagt, zum Beispiel, du kriegst die Fatima hier von links und die Aisha von rechts. Gib mir deine Fatima und Aisha für eine Nacht oder für ein paar Tage. Die haben die getauscht. Also was mich auch wundert, in Israel 3, da wird im Koran gesagt, Männer sollen 1, 2, 3, 4 Frauen nehmen, können also 1, 2, 3, 4 bis 4 Frauen heiraten dürfen. Ja. Und dann er selber, als er gestorben ist, hat er 12 Frauen gehabt in dem Moment. Er hielt sich ja nicht selbst an den Koranfersen. Also was Ja, weil er halt Ja, weil Mohammed der einzige ist, der Allahs Gesetze halt übertreffen darf. Ja, nee. Keiner andere darf die Gesetze übertreten, nur er. Ja, aber Ömer hatte auch 7, 8 Frauen. Ali hatte 12 Frauen. Osman hatte 7, 8 Frauen. Abu Beker hatte auch so viele Frauen. Ich sag mal, alle Leute, die Geld hatten, hatten mehr Frauen. Und dann dazu kommen ja noch diese Sexsklavinnen. Davon konnte man unzählige Harmen besitzen. Also es gab keine Zahl, wo Gott gesagt hat, Allah gesagt hat, ist Schluss. Nein, die konnten so viele haben. Und in Achsab 52 zum Beispiel verbietet Allah, dass man die Frauen tauscht miteinander. Das verbietet er. Aber da sagt er, die Sexsklaven könnt ihr weiterhin so verkaufen tauschen. Ja, aber in dem Vers, Suche 33, Vers 52, ist das ja so, dass eben die Muslime auch ihre Frauen getauscht haben. Und wo Allah sagt, jetzt erlaube ich dir nicht mehr, deine Frauen zu tauschen in Zukunft, sondern die Tausch ist nur unter deinen Sexsklavinnen kannst du tauschen. Genau. Das liegt doch sportlich, ne? Nee. Und Mohammed durfte ja auch die Cousine heiraten, er durfte dies heiraten, er durfte diese Frau heiraten, das kam ja auch von Gott. Zum Beispiel, er hat ja auch von seinem Stiefsohn, was er großgezogen hat, von Seyd die Frau geheiratet. Als er im Krieg war, also nach einem Hadith ist es so, er war im Krieg, dann ist er zu ihrem Zelt gegangen, also Mohammed ist zum Zelt gegangen und hat diese Frau der Nacht gesehen. Ja, genau. Und dann war er so beeindruckt, aber bloß in sein Haus gegangen, ja, genau, in sein Haus. Und er war so beeindruckt von ihr, naja, irgendwie ist es dann passiert, dann kam eine Verse von Gott, ich sage Gott also Allah, ne? Wieso verheimnisst du das, was du in deinem Herzen begehst, ja genau, du kannst ruhig begehren, begehre die Frau deines Nächsten, kein Problem, begehre sie. Du darfst auch, dann kam eben dieser Vers, wo eben Allah erlaubt hat, eben, oder verboten hat, dass man, also, Leute adoptieren darf, ab dem Zeitpunkt. Genau. Vor allem, wenn die Frau deines Adoptivs uns die gefällt und du willst sie haben, auf einmal geht es ja nicht. Also muss ein Verbotsgesetz kommen, dass man nicht mehr, also, Leute adoptieren darf. Weil wenn du Bock hast auf die Frauen von denen, dann kannst du die danach nicht mehr haben. also Adoptionsverbot, sodass du immer die Frauen von deinen Leuten auch haben kannst. Genau. Also so viele Umstimmigkeiten im Koran, das ist, das kann man gar nicht sehen. Zum Beispiel in Isra 15 sagt Gott zum Beispiel den Völkern, denen wir kein Prophet geschickt haben. Ja. Die werden die Hölle nicht, also, die sind frei von der Hölle, weil die ja nichts wissen von dem Koran. Ja. Und im Nahl 36 sagt er, wir haben zu jedem, jedes Volk einen Propheten geschickt. Ja, genau. Und dann in Furkan 51 glaube ich, wenn ich mich nicht irre, sagt er, wenn wir wollten, könnten wir zu jedem Volk einen Propheten schicken. Ja, was denn nun? Ein, zwei oder drei? Das ist auch komisch. Oder zum Beispiel bei M Fall 1 sagt er, alles, was ihr erbeutet habt, ich fasse mich kurz, alles, was ihr erbeutet habt, gehört zur Hälfte Gott und zur Hälfte den Propheten. Und wahrscheinlich sind so Aufstände geworden, sodass die Leute sagen, Moment mal, wir kämpfen und alles gehört denen. Und plötzlich kommt hier Dings im Fall 41 bloß ein Fünftel gehört nur noch Gott und den Propheten. Das sind so Unstimmigkeiten. Unstimmigkeiten. Genau. Und zum Beispiel Gewalt in Töbe 5 da sagt er, alle, die gegen den Herrn, also gegen Allah, Krieg anfangen, bringt sie um. Aber der Krieg fängt schon alleine an, wenn du als Christ sagst, ich glaube nicht an Allah. Ich bin kein Muslim. dann bist du schon ein Feind. Natürlich. Da gibt es nur drei Optionen. Entweder, also wenn du jetzt Christ bist, musst du Jesia zahlen oder musst Kopf ab. Genau, genau. Und wenn du nicht Christ oder Jude bist, einfach Atheist oder Buddhist oder was, das ist ja, dann gibt es überhaupt nur noch Kopf ab. Da gibt es kein Jesia. Entweder Islam oder Kopf ab. Ja. Bei uns Christen und Juden, also die dürfen noch weiter praktizieren, so in einem kleinen Rahmen, jetzt nicht zum Christentum aufrufen und so, keine Evangelisation und so und Schutzgeld zahlen an die Muslime, damit die nicht getötet werden. Und aber Buddhisten und so weiter, die haben überhaupt nicht die Möglichkeit, Schutzgeld zu zahlen. Nein, die haben die Möglichkeit, entweder direkt Islam abschwören ihre Religion oder Tod durch das Wert. Also der Satz, der Spruch kommt ja, im Islam wird oft behauptet, deine Religion ist deins, meine Religion ist meins. Also Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, das sind die Alten, wo der Mohammed noch in Mekka war. Genau, damals war er aber nicht stark genug. Ja, genau. Sobald er seine Truppen hatte, sobald der Islam ein bisschen stärker wurde, war es ganz anders. Natürlich, natürlich. Du weißt auch bestimmt, dass Mohammed die Juden beeindrucken wollte und nicht zum Mekka gebetet hat. Nach Jerusalem, ja. Nach Jerusalem, 16 Monate hat er, nach 16, 16 oder 17, irgendwie so. Und dann haben die Juden dann ihn ausgelacht. Die sind nicht drauf eingegangen und plötzlich beim Gebet hat er wieder geändert. Seine Gesinnung, ja, genau. Ja, also deswegen bin ich kein Moslem mehr. Was bist du? Bist du Türke? Ja. Ah, Türke ist Wahnsinn. Das ist auch immer wieder ein Wunder, wenn jemand zum Beispiel, für mich ist das immer wieder ein Wunder, wenn einer aus der Türkei zum Herrn Jesu drin ist. Das ist für mich auch immer Wunder. Also hier unten im Chat ist so ein Furkan, Hasreti Furkan, der lebt sogar in der Türkei und der hat das so gut drauf, dass er ohne Angst wirklich die Wahrheit erzählt den Leuten. Und er hat die Kraft auch von Jesus, sagt er. Also ein Evangelist in der Türkei, Furkan. Ja, also er kann sich besser. Wenn Ex-Muslim da wäre, würde ich mal bitten, dass er ihn hochholt. Der Typ hat so ein Wissen, der hat mir auch damals die Augen geöffnet, sage ich mal so. Ah, sehr schön, ja. Sehr gut. Dank an Furkan, wenn er hier ist. Ich habe da gerade was gesehen, ja. Ich habe einen Furkan gesehen in den Chat, ja. Aber was ich fragen wollte, dein Profilbild ist ja dieser psychopathische Killer aus dem Film No Country for Old Man. Ist das dein Lieblingsfilm oder was? Ja, Lieblingsfilm echt, ich habe das Profilbild mal so genommen. Es ist ein schöner Film, aber so. Der ist sehr psycho, der Film ist sehr psychopathisch und dieser Typ, der Film ist sehr psycho. Achso, ja, das war lange her, wo ich das gesehen habe, den Film. Aber vom Charakter her habe ich den jetzt nicht bewusst ausgesucht. Ja, aber das ist so ein psychopathischer Auftragsmörder, dieser Typ. Javier Bardem spielt ja diesen Auftragsmörder, der eben mit dieser Genickschussanlage, was, wo man mit die Schafe vorher Molzenschuss Achso, du bist einfach nur raus aus dem Islam. Ja, 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 ja. okay, da hätte ich mich gewundert, da hätte ich mich jetzt gewundert, dass ein Christ so ein Bild nimmt. Nein, ich habe das damals auch Ex-Muslim erzählt. Ich bin erst mal froh, dass ich aus dieser Religion raus bin. Ja. Und ich hatte versprochen, dass ich die Bibel mir durchlese, ich tue es auch. Ja, ja. Viele Zeilen haben mich sehr beeindruckt, viele Zeilen sind liebevoll, ja, und ich hatte auch erzählt, dass ich morgens immer früh Arbeiten empfange, und Leute, einige wissen das, vor 6 Uhr gibt es so eine christliche Predigt immer, im Radio. So, ich höre ich mir auch gerne an, ne, damit weiß ich nicht, ich entspanne mich damit, und so allein schon wie er redet, so ganz sanft mit einer schönen Stimme, und er sagte, man kann die Bibel lesen, ich habe ihm das versprochen, dass ich das tue, und schön, vielleicht werde ich ja, komme ich ja zum Christentum und enteine mein Profilbild da auch. Ja, genau, deswegen habe ich mich gewundert, ne, also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du auch mit dem Herrn Jesus bist, aber dann das Profilbild zu einem psychopatischen Killer, aber jetzt passt das, jetzt passt das, das versteht. jetzt bin ich noch atheist, genau, genau. Ja, ich hoffe und ich bete dafür, dass der Herr Jesus auch dich rettet. Du weißt, wir haben nicht mehr viel Zeit, jede Sekunde kann die Evakuierung beginnen, der Herr Jesus holt seine Leute in einem Augenblick zu sich heim, und dann beginnt die letzte Phase der Menschheit, die Apokalypse, dieses Yomul Giamat, kennst du ja, bestimmt, Yomul Giamat, das Ende der Welt, wo Milliarden von Menschen sterben werden, eine schreckliche Zeit, die schrecklichste Zeit der Weltgeschichte, und wenn du diese Evakuierung, die Entrückung, nennt sich das in der Bibel, wenn du die Entrückung verpasst, dann musst du in die schrecklichste Phase der Weltgeschichte, und warum, das gefährlich ist in deinem Fall, wahrscheinlich hast du schon sehr oft vom Furkan, das Evangelium auch gehört, wie du errettet wirst durch den Herrn Jesus, und du bist noch nicht zum Herrn Jesus gekommen, das heißt also, wenn die Entrückung geschieht, und du warst nicht dabei, dann kannst du nach der Entrückung dich leider nicht mehr bekehren, das ist das Gefährliche in deinem Fall, ja, also ich muss alles dran setzen jetzt, ja, ich habe auch Ex-Muslim gesagt, dass ich meine Zeit brauche, ich war glaube vor anderthalb Wochen oder maximal zwei Wochen bei Ex-Muslim das erste Mal und zweimal habe ich mit ihm gesprochen, das ist jetzt das dritte Mal, also ich möchte auch nicht unwissend zum Christentum, weil nein, natürlich, du musst den Herrn Jesus kennenlernen, genau, aber ich wollte nur damit sagen, wir sollten das nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen, ja, ich hoffe, was für mich Gutes soll auch so geschehen, und ich lebe ja hier in Deutschland, ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich in einem christlichen Land sehr wohl, ich mag die Leute, allein schon so, worauf man nicht achtet, wenn man zum Beispiel sonntags spazieren geht, so christliche Damen und Herren, wenn die so guten Tag, guten Tag, und so schön höflich alles, weiß nicht, mir gefällt das hier zu leben, ich mag die Menschen, ich mag die christlichen Werte, ich war ein paar Mal in der Kirche, beim Schulchor Gesang, also von meinen Kindern und zu Weihnachten weiter, ich habe mich wohl gefühlt, war nichts, wo ich gesagt habe, das ist, möchte ich nicht oder so, war sehr schön, war angenehm, richtig schön, ich besuche auch viele Kirchen, diese alten Kirchen, ich hatte auch mit einer Pastorin mich so über eine Stunde so unterhalten, also der Wille ist schon da, irgendwas ist da, letztens hatte ich sogar gesagt, ein Fuß ist in der Türspalt zum Christentum, aber jetzt muss ich nur noch reinkommen, also ich alles klar, du musst deinen Retter kennenlernen, da musst du wirklich lesen und dabei bleiben, es steht viel auf dem Spiel, es steht viel auf dem Spiel, das ist eben, du musst von neuem geboren werden, sagt der Herr Jesus, also ein bisschen gläubig und in die Kirche gehen und so weiter, das reicht nicht, das kann ich dir jetzt schon sagen, damit du nicht ein falsches Verständnis hast vom Herrn Jesus und von der Errettung und von Gott, der Herr Jesus verlangt eine 180 Grad Kehrtwende von der Welt, von der Sünde hin zu ihm. Okay, darf ich fragen, Reza, warst du auch mal ein Moslem? Ja, ja, klar. Aus welchem Land kommst du? Iran. Ah, Iran, okay, warst du denn Schia oder? Ja, Schia, in schiitische Familie hineingeboren, aber ganz normaler Moslem, also mit richtigem Schiitentum hatten wir auch nichts zu tun, also meine Eltern haben gebetet und an Mohammed und an Allah geglaubt, also ganz normal eigentlich. Das Ding ist ja, dass die ganzen Moslime sich immer wieder selbst bekämpfen, zum Beispiel die vier Halifen, wie sie getötet wurden, da hat den getötet, da hat den getötet, da hat den und alle waren ja auch miteinander verwandt, zum Beispiel von Ömer, das Kind hatte Mohammed als Frau, die Tochter war bei Ali, von Alis Tochter hatte Mohammed als Frau, so ein, wie soll ich das sagen, du weißt, was ich meine, also geben und nehmen, ein geben und nehmen war das bei denen. Ja, ja, ja gut, den ersten Schritt hast du ja schon gemacht, hinweg von Islam, jetzt den letzten Schritten vor dem Ziel darfst du nicht so jetzt schlapp machen, kurz vor dem Ziel. Ja, genau, genau. Und was ich noch gerne loswerden wollte, also viele sagen ja, also die Muslime sagen ja, die wahre Religion ist der Islam und so und dass sie keine Götzen anbeter sind, aber Leute, die den Koran lesen, Lat Menad Usa, das steht im Koran, 19 und 20 das glaube ich steht, wie kann das sein? Verstehen die das nicht? Nein, 99,9% der Muslime haben noch nie den Koran gelesen. Die wissen gar nicht, was Islam ist, 99,9% und die paar Millionen, die den Koran lesen, sind jetzt gerade im Dschihad. Sogar sein eigener Onkel hat ihm ja nicht geglaubt. Der wurde ja verflucht dadurch. Viele Sachen Unstimmigkeiten zum Beispiel alleine Mohammed hatte Adjutanten und so was ähnliches die die Koran Versen irgendwie aufgeschrieben haben Abdullach Bizzatak zum Beispiel und der andere Abdullach und dann haben die selber Versen mit reingeschrieben und Mohammed hat das zuerst gar nicht bemerkt oder er hat gar nichts dazu gesagt und dann haben die gesagt so ein Prophet kann das nicht sein er ist gar kein Prophet und dann sind sie nach Mekka abgehauen und haben das veröffentlicht die wurden ja auch hingerichtet ja also mit dieser Geschichte kenne ich die die wissen die den Koran gelesen haben die den Islam kennen wie zum Beispiel hier unten der Furkan Furkan Selam hallo die wirklich den Leuten die Augen öffnen und er macht wirklich einen sehr guten Job ja sehr gut sehr schön für die Menschen ja dass die Leute den Islam kennen lernen ja das wollte ich so sagen hallo Ex-Muslim nochmals wir haben uns mit Reza kennengelernt schön ja das ist ein sehr netter Mann ich weiß nicht ob du den schon kennst ja natürlich kenne ich den ah ok alles klar ja wir würden ihn natürlich beim Herrn Jesus sehen damit er rettet ist aber du hast natürlich deine eigene freie wille zu kommen ich habe ihm schon den Herrn verkündigt und gesagt dass er der einzige ist unsere Sünden zu verhalten und habe ihn auch ermutigt die Bibel zu lesen was er natürlich getan hat nein 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 also ich brauche mein Dings wenn ich etwas lese verstehe ich es nicht direkt also ich brauche ich muss es mir überlegen durch den Kopf gehen lassen wie man das genau und so Entschuldigung deswegen lese ich das langsam noch nicht komplett durch natürlich aber ich lese das intensiv was ich auch lese nehme ich ins Herz und wenn ich dann Fragen habe frage ich dann zum Beispiel diesen einen Typen oder andere oder ich werde mal einfach in die Kirche gehen was ich ja auch ein paar Mal gemacht habe damit kann ich leben und würde ich dir nicht empfehlen mein Lieber darf ich euch was bitten also für die Arbeit die er gemacht hat Furkan darf er kurz hochkommen er ist ein wirklich ganz netter kurz hochkommen und Hallo sagen so dass ich das übersetzen kann ich übersetze das ganz kurz ich übersetze das ich schwöre auch dass ich nichts Falsches sage ok Salamu alaikum Merhaba Merhaba Furkan Merhaba Teşekkürler Buar Kadashlar also diese Freunde haben mir geholfen oder noch nicht aber dass ich so halt zum Christentum gehe Buar Kadashlar Christian ich hab mich Er sagt, dass er über den Islam eigentlich sehr, sehr, sehr viel erzählen kann. Ja, aber er selber Christ, oder was das ist er? Fulkan, Christian müssen... Momentan hat er kein Glauben, sagt er. Ah, okay, alles klar. Aber er hat mir auch erkannt, dass Christentum sehr gut eigentlich, aber noch besser das Islam. Ja. Ich kann Ihnen mal fragen, warum die Leute Muslime sein sollten? Ja. Fulkan, insanlar sence neden Müslüman olmasın? Annen sebepleri? Ja. Çünkü birincisi Arabideolisi yaymakta, onların Kulturen yaymakta. Tamam, bir dakika. Also der Islam vermittelt eigentlich die arabische Ideologie, arabische Kultur. Evet, Fulkan? Ja, evet. İkincisi, kadına hiç değer vermiyor. Kadın değersiz ist İslam da. Und zweitens, zweitens, werden die Frauen verachtet. Frauen sind nichts wert im Islam. Ja. Können Sie, Christian? Evet. Mesela, çocuklara yan gözle bakabiliyorlar. Çocukla evlenmeyi normal görüyorlar. Meşri görüyorlar. Okay. Er sagt, mit Kindern darf man heiraten. Kinder werden überhaupt nicht geschützt im Islam. Ja. Evet. Fulkan? Onlar gibi inanmayan, onlar gibi düşünmeyen insanları öldürüp, onların kadınlarını, kızlarını satma etkisini buluyorlar. Kitap da yazıyor diye. Okay. Wer sich nicht an Islam richtet, oder wer kein Moslem sein will, werden getötet. Ja. Und die Frauen werden, Frauen und Kinder werden halt versklavt. Ja. Absolut richtig. Korrekt. Ja. Evet, Fulkan. Deva? Evet, evet. Ja. Normalde ahlaklı bir insan için bir kadın evlenmesi gerekir. Tek eş olması gerekir. Ama Kur'an dört eşli, dört kadın alma izin vermiştir. Ve kadını çok basit görüyor. Bu bence hiç etik değil, ahlaklı değil. Also ich finde das überhaupt nicht etik, dass der Kur'an einfach dem Mann die befugnis gibt. Einfach die Frau vier Stück von den Frauen nehmen kann. Wie ware. Das finde ich überhaupt nicht. Sehr richtig. Sehr richtig. Evet, Fulkan. Korrekt. Şimdi, 1400 yıldır, İslamiyet'den sonraki bu kitabla yönetilen yerlerden bahsediyorum. Kitabla yaşayan hiçbir Geografya kendini geliştirmemiş. İnsanlar cahil kalmış ve aç kalmış. Bu da çok kötü bir şey. Evet, Fulkan. Evet. Das allein schon das müsste Menschen reichen, den Islam zu verlassen. Nicht nur verlassen, sondern man sollte davor Angst haben. Ja genau. Wahrne. Was würdet ihr denn davon halten, wenn so ein älterer Mann einfach zu euch kommt und sagt, ich will deine achtjährige, neunjährige Tochter zur Frau haben? Ja. Was würdet ihr davon halten? Er fragt euch also. Was würdet ihr denn sagen? Ja, ich finde das sehr, sehr schlimm. Ich bin sehr schlecht. Alle, also Amir und die meisten Leute im Chat genau so. Alle? Was für die meisten alle im Chat? Hepsi diyor. Bütün chattekiler sind schlecht. Und jetzt kurz zum Koran. Ja. Ja. Nein. Absolut. Aber er sagt es. Im Fall 7 sagt Gott zum Beispiel zu den Propheten, geh zum Seidenweg, also diese Straße und überfalle diese... Ja. Ja, genau. Karawane, genau. Ja, 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 ja. Absolut, ja. Evert, Furkan? Karawane solltet ihr euch gelden und sagt, meine Karawane solltet ihr mich. Und überfalle die Karawane und sag, dass Gott ihnen das gesagt hat. Sag den Leuten, Gott hat mir befohlen, die Karawane zu überfallen. Das steht in M Fall 7. Also Suche 8, Vers 7, falls sie nicht wissen, welche Suche das ist. Suche 8, Vers 7, ja genau. Evert, Furkan? Müslüman der Karte kann seine Karawane töten. Also, ein... Ja, das ist das. Das ist das. Müslüman der Karte kann seine Karawane töten. Denn die Kirche hat seine Karawane zu vermittelt. Also... Karawane solltet ihr euch, wenn ihr euch auf jeden Fall verholtet ihr euch, wenn ihr euch auf jeden Fall verholtet ihr euch. Und ihr euch auf jeden Fall verholtet ihr euch. Okay. Ein muslimischer Mann hat das Recht seine Frau zu schlagen. Allein schon bei Verdacht hat er das Recht. Ja. Ja. Alles korrekt. Alles korrekt. Alles korrekt. Genau. Also, allein schon bei Verdacht darf er die Frau schlagen. Dazu hat er das Recht. Im Koran steht das. Er wird, Furkan? Er ist von der Wand, von der Wand, von der Wand, von der Wand. Haben die dann Fragen an ihn? Oder... Ich frage mich, ist er denn jetzt in der Türkei da tätig, hat er keine Angst, dass die Muslime ihm was antun? Ja. Wenn es diese Situation war. Ich frage mich. Ich frage mich. Ja. Also, natürlich habe ich Angst. Aber meine größere Angst ist, dass diese Ideologie an unserem Land kleben bleibt. Und wenn ich auch ein paar Leute davon rette, freue ich mich. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Wie sieht die Lage momentan in der Türkei aus, was zu Ex-Muslime wie ihn betrifft? Er war ja Ex-Muslim. Also, ich denke mal, dass er Muslim war, ja. Ja. Und er weiß ja, dass darauf die Todesstrafe steht. Ölüm listesinde olduğunu da biliyorsun, değil mi? Diyor Kur'an'a göre. Ja. Ja. Und darauf die Todesstrafe steht. Ja. Das weiß ich. Also, er sagt, natürlich weiß er das, dass er eigentlich nach dem Koran die Todesstrafe nicht verdient hat, sondern verhängt wurde. Weil im Koran steht, alle, die gegen Mohammed und gegen Allah den Krieg anfangen, sind mit ihm tot zu verurteilen. Wissen denn dann seine Familie davon, dass er sowas macht? Ja. Also, meine Familie weiß das auch. Mein Vater ist jetzt Deist geworden und meine Schwester glaubt nicht an den Koran mehr. Ja. Ja. Ich habe schon mal Probleme bekommen in der Türkei. Da wurde wohl. Ja. 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 Ich wurde sehr, sehr oft bedroht. Ich kriege auch sehr viele Drohungen, schriftliche. Oh Mann. Die Religion des Friedens. Oh Mann. Ich wurde auch von der Arbeit ein paar Mal entlassen, als sie gehört haben, dass ich kein Moslem mehr bin. Aber mir ist es egal. Ich werde diese Arbeit weiterhin führen. Ja, sehr schön. Ich hoffe natürlich, dass er zum Herrn Jesus kommt und die Arbeit auch wirklich dann Frucht trägt und auch nicht verloren geht diese Arbeit, sondern dass er den Herrn Jesus tut und die Muslime auch zum Herrn Jesus führt, damit die errettet werden und nicht einfach aus dem Islam rausgehen und einfach äh unerretet durch die Welt laufen und den Sinn des Lebens verpassen, sondern dass er wirklich auch… Ja genau, genau bitte. Furkan, diyor, bu işinu yaptığın için önce tebrik ediyorlar. Çok güzellig, yapıyorsun. Aber madem bu işi yaptimm, diyorlar, kaybolmaman için Hristiyanlığa davet ediyorlar. Yani, schon an değil, ilerisi için, diyorlar. Anladın. Ich kann es nicht beantworten, aber ich weiß nicht, dass ich die Dinge ganz entfernt bin. Ich weiß nicht, dass wir die Dinge brauchen müssen. Ich denke, dass wir die Dinge brauchen müssen, dass wir die Dinge brauchen müssen. Und dass er halt ohne Sünden wie ein Mensch lebt, das ist das Wichtigste. Ja, okay, alles klar. Ja, wunderbar. Ich wünsche ihm und seiner Familie alles Gute, dass der Herr Jesus ihn weiterhin beschützt. Der Herr Jesus schützt ihn ja auch. Man sieht es ja, dass er immer noch am Leben ist. Dass der Herr Jesus ihn schützt. Aber ich bete auch dafür und die ganzen Geschwister auch hier im Chat beten auch für ihn, für den Schutz, dass der Herr Jesus ihn auch weiterhin beschützt. Und dass er eines Tages auch zum Herrn Jesus kommt und er rettet wird für das ewige Leben. Das wünsche ich Ihnen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie für alle Dinge gut gemacht haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sehr gut gemacht haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sehr gut gemacht haben. Das wünsche ich Ihnen. Ja, das wünsche ich Ihnen. Und letztens möchte ich noch etwas sagen? Ja, bitte. Ja, bitte. Also, er will nochmal an den großen Erdbeeren im Februar in der Türkei erinnern. Es sind eigentlich über eine Millionen Menschen eigentlich gestorben. Aber man hat diese Toten politisch benutzt. Ja. Haben dann erzählt, dass es eigentlich nur 50.000 wären. Erwett Furkan? Ja. Ja. Und als diese vielen Menschen gestorben sind, hat man einfach diese Ausweise genommen, hat das dann anderen Migranten gegeben und die haben dann einfach für die gewählt. Ja. Und dass man halt in der Türkei den Ablauf total verändert hat. Er will jetzt nicht damit, glaube ich, sagen, dass man in solchen Ländern wie die Türkei mit Religion viel erreichen kann. Ja, klar. Instrumentalisieren kann natürlich. Religion ist eines der größten Mechanismen und Werkzeuge in den Händen der Obrigkeit. Ja. Das ist leider. Eine Frage hätte ich noch an ihn. Hätte er denn schon mal mit den Gedanken gespielt, auszuwandern, wenn es so gefährlich wird für ihn in der Türkei? Also, er liebt sein eigenes Land, ich liebe mein Land. Ja. Aber dieses Land versinkt im Nahen Osten. Also, die Türkei ist nicht mehr Türkei, was sie mal war. Dieses Land versinkt weiterhin im Nahen Osten und ich gerne würde mein Leben woanders führen wollen. Ja. Kann ich verstehen, ja. Kann ich verstehen. Wir Iraner können ja davon ein Lied singen. Wir haben ja gesehen, was Islam kommt und dann übernimmt und dann das ganze Land kaputt geht. Wir haben sie gesehen und deswegen können wir das verstehen. Ja. 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 Also, früher, genau wie früher, war ja der Iran auch eine Republik so frei. Ja. Und genau wie Afghanistan und diese anderen Länder. Ja. In Afghanistan zum Beispiel haben die Menschen im Frühjahr als Lohn Geld bekommen. Heutzutage kriegen sie dann Nahrungsmittel als Lohn. Ja. Ja. Und Mädchen, Kinder, also die Mädchen dürfen nicht in die Schule, die Schule nicht besuchen. Die, das Recht auf Schulbildung wurde denen genommen. Und die Türkei macht Schritte in diese Richtung und das macht mir Angst. Ja. Die Türkei hat jetzt einen Islamdrall. Absolut Richtung Islam. Islamischer Staat sogar würde ich sagen. Das braucht nichts mehr lange. Und wenn die den Fehler machen, was die Iraner gemacht haben damals, was sie gedacht haben, dass der Islam, wenn er an die Macht kommt, uns Paradies schafft. Wenn ihr denselben Fehler macht, dann gute Nacht. Also, ihr müsst von unseren Fehlern lernen. Wenn die Türkei die Iraner machen, dann können sie sie machen. Das ist der wichtigste Weg. Wenn die Türkei die Iraner machen, dann können sie sie machen. Genau damit wir diesen Fehler nicht machen, versuche ich und einige wie ich den Leuten die Augen zu öffnen. Ja, der ist ein moderner Held. Das muss ich ihm sagen. Der ist ein moderner Held. Jetzt weiß ich nicht, was Held auf Türkisch ist. Naja, okay. Sorry. Ja, kein Problem, kein Problem. Ja, also wie gesagt, ich bete für ihn. Die Geschwister werden auch für ihn beten, dass er Schutz hat, dass seine Familie geschützt ist, dass seine Arbeit weiterhin geschützt ist, dass den Muslimen die Augen geöffnet wird durch seine Arbeit. Also der ist momentan arbeitslos, der kriegt keine Arbeit wegen seiner Äußerung. Ja. Ja, der ist seit langem arbeitslos und hat sich so über den Kopf und genau macht dann hier Sendung auf TikTok, versucht den Leuten die Augen zu öffnen. Ja, also ich bete für ihn, dass er geschützt ist weiter und dass er seine Arbeit macht und dass er zum Herrn Jesus findet. Ich wöre dir zu wissen, was ich nicht. Ich wöre dir zu wissen, dass er uns auf de Google gibt. Ich wöre dir zu wissen, was ich… Ich wöre dir zu wissen, ich weiß den Menschen nicht. Ich wöre dir zu wissen, was ich sagepa, was man hier und das sagt. Naja, das sagt sie immer. Ich wöre dir zu wissen. Also ich liebe natürlich mein Land, aber es ist schwer hier zu leben und es macht mir nur hoffnung, da die Technologie immer weiter wird, wird der Islam irgendwann, hoffe ich, nicht mehr existieren. Langsam. Ja. Die Bibel hat natürlich andere Sachen. Die Bibel prophezeit eine andere Zeit, die kommen wird und leider sieht es nicht gut aus. Die Bibel sagt ja eben, dass Gott... Ja, genau. Die Bibel sagt, wie das Wort Gottes sagt, eben, bzw. Gott sagt, dass die Welt bald unter dem Zorn Gottes kommt, weil eben die Menschheit von ihren Sünden nicht losgelassen hat, nicht umgekehrt sind und immer weiter machen in ihren Sünden nach vorne. Und nicht davon loslassen und nicht zu Gott kommen. Ja, die Bibel sagt, dass es eine Zeit kommen wird, sagt Gott in Offenbarung Kapitel 13, dass die Menschen ein Mahlzeichen bekommen werden an ihre rechte Hand, womit sie kaufen und verkaufen können. Und wenn jemand das Mahlzeichen annimmt, so wird er nie mehr von Gott angenommen werden. Okay. İnsanlar, Incil'in bir ayetine görese, bir elinde yiyecek, içeceğini tutacaklarmış. Eğer o şeyi alırlarsa elinde, Allah'ı tamamen kaybedeceklermiş. Und... Er möchte was ganz Kurzes fragen, weil er etwas nicht weiß. Ja, bitte. Allah'ı neden yüceysayı korumadı? Er fragt bei der Geschichte, weil er das nicht kennt, er meint, das weiß er nicht, daraufhin er, warum Gott den Herrn Christi nicht geschützt hat. Der Herr Jesus hat ja freiwillig, ist er gekommen, um sein Leben für uns zu geben, um die Frage der Sünde zu lösen. Weil wir Sünder sind und wir bestraft gehören, weil wir sündigen, wir lügen, wir betrügen, wir töten, wir vergewaltigen. Du weißt ja, was die Menschheit macht da draußen jeden Tag. Und aufgrund dessen muss die Sünde von den Menschen auf sich genommen werden. Als ob er die Sünden getan hat, damit er uns rettet. Das ist so wie ein Vater, wo sein kleines Kind zum Beispiel etwas kaputt macht, etwas sehr Wertvolles. Und das Kind selber kann es aber nicht zahlen. Aber der Vater springt für das Kind ein und bezahlt für das Kind, weil ihm das Kind unfähig ist zu zahlen für seine Schuld. Und aufgrund von Liebe nimmt der Vater die Sünde des Kindes auf sich. Ja, übersetzt bitte. Okay, ganz kurz übersetzt ich das. Also Furkan diyor ki, bak, insanların bir sürü günahlarından dolayı bu günahların muhakkak bir ceza çekmesi için Allah kendi, şey, çocuğuna işte o günahlarının suçunu işletiyor. Christus, Jesus Christus da Isa yani. O kendi istemiş, insanları çok sevdiği için bütün insanların günahlarını kendi üzerine almış diyor. Yani burada korumadığı falan yok diyor. O şimdi, buyur. Söyle, söyle. Şimdi şöyle bir şey biliyorum. Kur'an'dan hangi ayet? Yunus 37, bu kitap, bu kitap, kendi önceki kitabların tefsiridir, açıklamasıdır. Yani, Kur'an'ın aslında hak olmadığını ve bir önceki kitapın açıklaması olduğunu söylüyor. Bu durumda İncil'in doğru olduğunu gösterdikleri bir hayat var mesela. Haber var mı? Also, er sagt, in Yunus 37 steht zum Beispiel, dass der Koran die Bücher von früher vertritt. Also dadurch muss ja eigentlich das richtige Buch, nicht der Koran, sondern die Bibel sein. Ja, genau, weil das Original immer kommt vorher. Und dann kommt die Fälschung. Immer kommt das Original, was ich immer sage, wie Rolex. O originali hep önce gelmiş diyor. Originali hep önce gelmiş diyor. Çok doğru diyor. Genau, und die Bibel war vorher da und Islam kam später. Das heißt also, der Islam ist eine Kopie vom Original Bibel. Genau, das hat er auch gesagt und das soll ja im Koran stehen. Ja, der Koran sagt ja eben, dass das Koran und das Incil vom Allah herabgesandt worden sind. Und dass sie eben verfälscht worden sind. Und das stimmt nicht. Der Gott der Bibel ist ein ganz anderer Gott als der Gott des Korans. Ganz anderer. Der Gott der Bibel liebt alle Menschen und bezahlt mit seinem Leben für die Menschen, weil er sie liebt und retten möchte. Der Gott des Korans, der hasst alle Ungläubigen auf der ganzen Welt. und er will, dass die Ungläubigen bekämpft und getötet werden. Das ist ein ganz anderer Gott. Der eine Gott ist Hass, der andere Gott ist Liebe. Wie kitab da Allah'n Sevgisi war, wie kitab da Allah'n Nefreti war diyor. Ja, jetzt ist es wirklich. Allah'n Nefreti sagt ja. Zum Beispiel, genau was du sagst, genau was du sagst. Wahrscheinlich liebt dich, liebt nicht dein Gott. Und mein Gott hasst mich. Mein Gott will mich töten, sagt er. Es gibt ja nur einen Gott. Aber es gibt jemanden, es gibt einen Engel hier auf der Erde, der Gott spielt. Und der hasst die Menschen. Sag ihm das. Er möchte... Allah sagte, bitane war diyor, aber bitane melek war diyor, die Menschen, die Nefreti hatten diyor, melek diyor. Und der spielt hier Gott. Der möchte so sein wie Gott. Und der kopiert den Gott der Bibel. Der möchte sich so verehren lassen. Ja, 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 ja. Das wollte ich gar nicht sagen, sagt er. Also dieser Gott, der mich hasst, er wurde frei von Mohammed erfunden. Ja, genau. Um das zu lesen, was ich gerade gesagt habe, dass der Satan eben gefallen ist auf der Erde und er möchte hier auf der Erde Gott spielen, steht in Jesaja Kapitel 14, Vers 14. Das kann er sich sehr leicht merken. Jesaja Kapitel 14, Vers 14. Vers 100. Versaia? Jesaja, der Prophet Jesaja. Ja. Kapitel 14, Vers 14. 14. Da sagt er, Vers, Ayet 14, Vers 14 yazıyormuş diyor. Orada bakabilirsin diyor. Genau. Dort sagte Satan, ich werde emporsteigen und mich dem allerhöchsten Gott gleich machen. Also er will so sein wie der Gott der Bibel. Und so hat er Religionen erschaffen auf dieser Welt, wo er sich als Gott verehren lässt, aber er ist ein falscher Gott. Bak bu melek diyor, bir sürü din çıkarttı diyor. Kendini Tanrı gibi kutsatıyor diyor. Ama aslında diyor, sahte bir melek diyor. Sahte bir Tanrı o diyor. Onun dinleri bu çıkanlar diyor. Şimdi, biraz daha Kur'an için konuşmak istiyorum. Kardeşler Kur'an daha net anlasın. Tanrı ile alakası olmadığını. Ganz kurz, Kur'an will ich noch was sagen, damit die Leute mich verstehen, Kur'an verstehen. Ja. Ja. Mesela elinde silah kılıçla cihade ekliyorlar. İnsanları öldürüp yağmalıyorlar. Sonra oradan birkaç kişi diyor ki, yatıyorum yanındaki sahabeler. Hesap soruyor. İşte ya Muhammed bize de pay verecek misin? Bekleyin diyor, vahiy bekleyeceğiz. Sonra titreme geliyor falan. Diyor ki, ganimetler Allah ve resulünündür. Enfal bir. Ondan sonra yanındaki insanlar, sahabeler savaşa çıkmayacağını falan söylüyor. Diyor ki, Allah'tan gene bir vahiy geldi. Ganimetlerin beşte bir Allah ve resulünündür. Allah sözünden dönüyor. Dönmez, ziyahit olmasına rağmen Enfal kırk bir. Buyur. Ja, also, widerspricht sich eigentlich Gott. Sagt er zum Beispiel, damals hat Gott befohlen, geht und macht sich in die Kriege. Und die Leute haben dann Dörfer überfallen, vieles erbeutet. Und dann sagt Gott, die Hälfte gehört zu mir, die Hälfte gehört zu Propheten. und später widerspricht sich Gott sich selbst und sagt, ein Fünftel gehört nur noch mir und den Propheten. Wie kann sowas sein, sagt er. Fünftel. Also, Mohammed will then end up with their top article. Und Gott schickt ihnen eine Verse runter und sagt ihnen plötzlich, alle Frauen, die dir auf dem Weg begegnen, kannst du als Frau zu dir nehmen. Sogar deine eigene Cousine, von deinen Onkels. Ist das nicht lustig, fragt er. Wie kann Gott sowas herabsenden? Ja, das sind so Dinge, die einen Menschen eben stutzig machen, wo man kritisch wird und dann sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Aber gut, er hat eben diesen Kopf, diesen Intellekt. Leider sind nicht viele Menschen auf dieser Erde so frei im Kopf, solche Gedanken zu fassen. Also, auch das ist Gnade von Gott, dass er solche freien Gedanken fassen kann. Und dazu sind die meisten Menschen in der Welt nicht dazu in der Lage. Kannst du ihm sagen? Ja, also eine Frage. Senin gibi intelligent, zeki insanlar, az war, diyor. En azından, diyor. Birkaç kişi, şey. Und eine Frage von Isabel, hat er denn schon viel aus dem Islam gebraucht. Also, ich denke, es sind so ungefähr 2000 bis 2500, denke ich. Wahnsinn. Ja. Das ist ja brutal. Ich muss dazu sagen, ich muss dazu sagen, er ist auch sehr bekannt, er ist fast jeden Tag im TikTok, macht jeden Tag Livestreams, Stunden lang. Und er erzählt auch, er liest viel, er hat auch immer den Koran zur Hand, Koran el-Name. Ja, genau. Er hat auch den Koran immer zur Hand. Und also, alles, was er sagt, ist kein Humbug, sondern wirklich halt durch Bücher, durch islamische Quellen, durch islamische Quellen, alles, was er erzählt. Bist du denn auch bei ihm im Livestream immer? Ja, nicht immer, aber ich bin auch öfters mal da. Ah, okay, alles klar, super. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass er für die Wahrheit kämpft. Ja, gerne, 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 gerne. Wir freuen uns alle und natürlich freuen wir uns noch mehr, wenn ein Lüftal ist von Herrn Jesus kommt. Also, ich möchte nur eins sagen. Ich bin nicht derjenige, der die Leute zum Ungläubigen oder vom Islam rausgebracht hat. Ich gebe nur den, ich frage die nur was. Und ihr eigenes Gehirn, wenn sie denn recherchieren, ihr eigenes Gehirn veranlasst sie, diese Religion zu verlassen. Ja, natürlich, aber gut, die Aufgabe macht er schon, das ist eine gefährliche Sache. Und dass er sowas macht, das ist schon recht heftig. Ja, sie machen, das ist eine große Sache. Vielen Dank. Besonders nicht, Türkei. Türkei ist eine große Herausforderung. Finden für die Schengze hat der Finnland. Fürkan, bitte. Ja. 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 Ich gebe nur ein Beispiel aus Afghanistan, dieses Bacchabazi. Ich weiß nicht, ob dir das gehört. Ja, ja, Bacchabazi. Ja, ja, das ist sehr schlimm. Ja. Ja. Biliyormuş. Biliyormuş. In Afghanistan, in Afghanistan gibt es diese Bacchabazi-Kultur und für die ist das was ganz normales. Die akzeptieren diese Kultur. Erwett Furkan? Für die ist es normal, für uns Türken ist es nicht normal und für euch Deutschen ist es wahrscheinlich auch nicht normal, diese Kultur. Erwett Furkan? Das ist schrecklich. Was soll daran normal sein, Kinder zu missbrauchen? Das ist ja grauenhaft. Erwett Furkan ist eine Kultur. Erwett Furkan ist eine Kultur. Wenn Reza heute in Afghanistan leben würde, würde das normal sein. Okay, wenn du zum Beispiel Reza oder ich in dieser Kultur aufgewachsen wären mit diesen Glauben, wahrscheinlich würden wir das auch normal finden. Erwett Furkan? Ja, ich wünsche. Und wie wir diese Kultur nicht gut finden, diese Bacchabazi-Kultur genauso diese arabische Kultur, also diese Religion passt auch nicht in unsere Kultur, diese Sklaven und diese Frauenmissachtung. Das gehört auch nicht zu unserer Kultur und das gehört auch nicht in eure Kultur, also ihr Deutschen meint er jetzt. Ja, ja, ja. 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 Ich möchte nur, dass man nicht gezwungen wird, diese Kultur sich weiter ausbreiten und jeden so erzählt wird, als ob das was Gutes ist. Ja, ja. Weil diese Kultur akzeptieren wir nicht. Ja, ja. Ja, ja. Ganz verständlich. Aber wir, Dina des Herrn Jesus Christus, wir haben eben den Auftrag bekommen vom Herrn, vom Herrn Jesus, alle Menschen zu lieben, auch unsere Feinde. Das heißt, Muslime, Atheisten, Ex-Muslime, so wie Vulkan, ja. Also. Das heißt, dass man zu haben, ja, ich seit progressivem darling, vielleicht diese�, was sie nicht angeht. 그러니까. Das heißt, wir haben auch über die Relation und erhalten, habe ich einen Associate für wir aufbundraf. Ja, ja. Ja, denn Councillor hat angeht, wenn ich Menschen gut für das'tendenTE. Sofaced ich groups komme, ich als eine Sprache am Weil, dass wir ihnen trotzdem sind. Sagt er, natürlich liebe ich auch alle Menschen, ich liebe auch alle Menschen, aber ich halte mich fern von Leuten, die mir etwas aufzwingen wollen und ja, das sagt er. Das ist verständlich, das ist natürlich verständlich. Er meint ja auch, er lebt ja jetzt in der Türkei und welche Religion ein, seit der Geburt aufgedrungen wird, ist ja klar. Ja, ich hoffe, wir nehmen eure Zeit nicht weg. Nein, aber eine Frage hätte ich noch, kennt ihr denn zum Beispiel von den Leuten, wie sieht denn die Lage der Christen da aus in der Türkei? Werden die auch verfolgt von den Muslimen? Haben die auch Angst um ihr Leben? Furkan, Christenlern'in durumu nasıl diyor Türkiye'de? Korkuyorlar mı diyor? Hayati tehlikelleri var mı diyor? Ya da nasıl sence onların şeyi diyor? En çok benim hayati tehlikem var. Şimdi şunu söyleyeceğim, Christenlern saygılı olden, İslam deniyle ilgili konuşmadüren, sıkıntı yok. Ama tabii Müslümanlar şu anda Türkiye'de şeriat da yok. Türkiye'de şeriat olmuş olsa, onlar da mesela tafirdir, İslam'a göre. Ya da ne bileyim, onları düşman mı diyor. Dur anhat teman mı diyor. Ich unterbreche ihn immer wieder, damit ich das nicht vergesse. Also solange die Christen in der Türkei nichts sagen, so grob gesetzt, ich entschuldige mich, ihren Unterhalten, dem passiert auch nichts. Aber es passiert denen auch nur nichts, weil die Türkei kein Scheriat ausübt. Land, wie bei uns in Iran, ja. Ja, weil das ein noch laizismisches Land ist. Aber wer die Scheriat, diese Form da, sah das ganz anders aus. Also, ich lebe noch, die Christen leben auch noch. Aber unsere Namen sind alle auf einer Liste. Sobald die Scheriat kommen, werde ich wahrscheinlich nicht mehr leben. Oh Mann, oh Mann. Ich hoffe, dass das nicht so weit kommt. Aber das ist doch die Religion des Friedens. Wir könnten sagen, dass der islamisch friedlich ist. Das F im Islam steht für Frieden. Sag ihm das. Das F im Islam steht für Frieden. Also, meine Sempatie an euch allen Christen, auch die ganzen Herzen, was ich ihnen übersetzt habe. Ihr kommt nicht alle so sympathisch. Ich finde euch total, ja, eine Beulierung. Ja, dass er euch ja ins Herz genommen hat. Ja, danke. Wir auch. Wir lieben ihn auch. Und wir freuen uns, also wir hoffen und setzen alles dran, zu beten dafür, dass er auch zum Herrn Jesus kommt. Auch zu uns gehört eines Tages. Aber das ist nur seine eigene Entscheidung. Also das was ihr gesagt hat als letztes, das hat mich sehr beeindruckt. Im Islam ist das das genaue Gegenteil. Entweder wirst du zum Moslem oder du bezahlst dein Geld, also deine Steuern und wenn du beides nicht machst, wirst du getötet. Und ihr sagt genau das Gegenteil, was der Islam uns erzählt. Der Herr Jesus ist genau das Gegenteil von Mohammed. Ja. Diyor ki, Islan Tammuz Haikamber'in antitezi diyor. Söyler misin? Ne? Anlamadım, bir daha söyler misin? Diyor ki, işte sen dedin ya hani İslam'da ya Müslüman olursun, ya mihrini, haracını verirsin, ya da öldürürsün. Bunlar da tam tersini diyor, ne olursan ol diyor, kabul ediyoruz diyor. Also deswegen allein schon nur wegen dieser Aussage würde ich, wenn ich mich dazu entschließe, den Christentum mit meinem Herzen annehmen wollen. Ja wunderbar, wunderbar. Wir freuen uns alle und der Herr Jesus wartet auf ihn mit offenen Armen, um ihn zu empfangen. Wenn er sich dann entscheidet für den Herrn. Hasan, du kannst dir mal bitte auf türkisch Matthäus 5 Vers 43 vorlesen. Geht das? Hast du die türkische Bibel da? Vurkan. Vurkan. Vurkan, Matthäus'u okuyabilir misin? Matthäus'u okuyabilir misin? Matthäus, Matthäus. 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 Matar Beş Matar Beş Kapitel Beş Ich lese das auf Deutsch weil Türkisch ist mir ein bisschen nichts Matar Matar ist Türkisch habe ich doch richtig gelegen Matar Beş Matar Beş Das brauche ich ja gar nicht übersetzen Stimmt ja Hat er eine Bibel zu Hause der Furkan Hat er da alles klar Sehr gut Sehr gut Matar Beş Matar Kapitel 5 Wie gesagt ich kenne ihn ja ein bisschen so lange und er hat wirklich jedes Buch und er liest die auch er ist nicht so einer dass er das nicht liest er behandelt auch alle Bücher mit Respekt sage ich aber dass er das so schnell rausgefunden hat hat mich auch Furkan wir hören dich nicht Entschuldigung Pardon Isa Kalabakları Görünce Daher çıktı Der bir Ayet Şey Odan bahsediyor Als Jesus zum Berg hoch gegangen ist irgendwie Ja also Kapitel 5 Ab Vers 43 Kürküc Ayet Kürküc Göze Göz Düşmanları Sevin Ja genau Ja genau Düşmen Ja weiter Solle lesen Die Nefes Die Nefes Düşmanları Sevin Göze Göz Düşmanları Sevin Ja Düşmanları Sevin Kürküc Komşu Sevin Düşmanların Nefes Liebe Deine Nachbarn Has Dein Feind Ja Ja Aber ich sage euch weiter, der nächste Vers. Aber ich sage euch, liebt eure Feinde. Weiter. Der war. Der war. Betet für diejenigen, die euch, also wie sagt man. Fluchen. Fluchen. Ja. Weiter. Der war. Öyle ki göklerde olan babanızın oğulları olasınız. Deswegen werdet ihr die Söhne vom Herrn Oum so rum. Hat er fehlende Faser. Ja, hat einer übersprungen einen Satz. Also tut gut ist denen, die euch hassen. Tut gut ist denen, die euch hassen. Size kötülük yapanları sevin diyor. Nerede kaldık? Öğle ki göklerde olan babanızın oğulları olasınız. Ja, werdet zum Söhnen vom Herrn. Genau, eures Vaters im Herre. Ja, die Übersetzung ist jetzt nicht so gut. Ja, also ich muss das auch üben. Das ist ja bisschen... Ne, ich meine die Bibel, die er hat, die Übersetzung. Nicht deine. Deine Übersetzung sind super. Aber die Bibelübersetzung, die er hat, diese türkische Übersetzung, ist nicht die beste. Also, da fehlen Sachen. Die Türkische Bibel. Ja, ja. Die ist auch sensiert. Oder sansürlümme, die Bibel. Yok, esprit yapıyorlar, güzellig beğeniyorlar. Çünkü o güneşini hem kötülerin hem de iyilerin üzerine doldurur. Deswegen wird die Sonne über gute und schlechte Menschen scheinen. Ja, sehr gut. Amen. Sehr gut, sehr gut. Da hat man ja keine Angst mehr vor Gott. Ne, da siehst du, dass das ein liebender Gott ist. Furkan, Allah'a korkmamıza gerek yokmuş. Bak sen, ne lerdiyor. Düşmanablenin yok. Yani, iyi bir insan sanırım. Ja, wenn man ein guter Mensch ist, sollte man auch keine Angst haben. Sagt er. Ayşad Ali Abad, fückel yapma, güzellig yok ya. Yavdi Güldüröben. Yavdi Güldüröben. Wollt ihr noch ne Verse haben? Ja, Lukas 6, 27. Lukas, wie soll ich das übersetzen? Luka, Luka. Luka Alte, Ayet, 46? Nein, 27. Yirmiyede, Luka Alte, Ayet, Yirmi Alte. Luka 26. Luka Alte, Ayet, Yirmiyede. Luka 24, Ayet, Yirmiyede. Yanlış mı? Ich hab das 24, Luka. 29 kann er lesen. 27 ist wieder im Feindesliebe. Ab 29 geht's wieder weiter. Yirmi, dokuz, dan sonra devam ediyor diyor. Luka 14, Luka 25 und Yuhann Negerich. Oku bakalım bir şey. Luka Alte. Luka Alte. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ya, weiter. Yete, yete, yete. Yete. Saites, no gus, on. On bir, on iki, on üç, oder? Ja, und ich möchte fünf Köfte. Luka Alte. Luka Alte, ayet. Luka Alte. Luka Alte, yirmi Alte. Ab Vers 29. Verurteilt nicht andere, so werdet ihr auch nicht verurteilt. Verurteilt nicht andere, so werdet ihr auch nicht verurteilt. Verurteilt nicht andere, so werdet ihr auch nicht verurteilt. Verurteilt nicht andere, so werdet ihr auch nicht verurteilt. Ja, nur noch ein paar Verse lesen, nur noch zwei, drei Verse weiterlesen. Verurteilt nicht andere, so werdet ihr auch nicht verurteilt. Verurteilt nicht andere, so werdet ihr auch nicht verurteilt. Wir dürfen nicht lachen über das Wort Gottes, aber das ist seine Aussprache, ist lustig. Ja, aber siehendlösen, so wie die Schmerzen Sie, siehendlösen, siehendlösen. Siehendlösen, siehendlösen, siehendlösen. Hast du das verstanden, Hassan, was der Amir sagt? Hassan? Ja, sorry, die Tür ging auf. Ah, okay, sorry. Hat der Amir das korrekt ausgesprochen? Hast du das verstanden? Ich habe das sehr gut verstanden. Amor, der Amir kann auch türkisch, das ist Wahnsinn. Das passt zu deinem Unterhemd. Die Stimme hat sich so echomäßig angehört, deswegen ist er rausgekommen wahrscheinlich gleich wieder. Und es ist geschaltert irgendwie. Seine Muskeln gehört und seine Wart. Ich bin jetzt zu Hause, Mann, ich bin den ganzen Tag live, das kann doch nicht wahr sein. Aber heftig, dass du das verstanden hast. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir bedanken uns erst mal. Schade, dass er so gegangen ist, aber wahrscheinlich hat das so sehr geschaltet, dass er... Also, ich meine, er hat eine Frage gestellt. Also, ja, 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 das ist Furkan. Er hat auch einen Namen von Furkan. Ja, genau. Furkan, die ist mir auch sehr gut gefallen hat, Furkan Ayetinden. Also, Furkan Ayetinde, Furkan Suresinde eine Ayet vor, da wir sprechen. Furkan Suresinde, die ich zum letzten, als letztes lesen, fragte, was haltet ihr, denkt ihr auch, dass der Koran Gottes Wort ist? Also, das ist eine Dingsfrage. Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Absolut nicht. Aber, aber, aber. Absolut nicht. Esa, Havre'ye girmiş, öğretiyordu. Orada saheli sakat bir adam vardı. Esa'yı suçlamak için fırsat kollayan din bilginleriyle Frisiler, Şabat günü hastaları iyileştirecek mi? diye onu gözlüyorlardı. Esa, onların ne düşündüklerini biliyordu. Eli sakat olan adama ayaan, o da kalktı, orta yerde durdu. Esa, onlara, size sorayım dedi. Kutsal yasaya göre Şabat günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, öldürmek mi? Gözlerini hepsinin üzerinde gezdirdikten sonra adama elini uzat dedi. Adam elini uzattı. Eli yine sapasağlam oluverdi. Onlarsa ülkeden deliye döndüler ve aralarında Esa'ya ne yapabileceklerini tartışmaya başladılar. Esa, on iki elçesini seçiyor. O günlerde Esa, dua etmek için dağa çıktı ve bütün geceyi Tanrı'ya dua ederek geçirdi. Gün doğunca elçilerini yanına çağırdı ve onların arasından elçi diye adlandırdığı şu on iki kişiyi seçti. Petrus adını verdiği Simon, onun kardeşi Andreas, Yakup, Yuhanda, Filipus, Bartalmay, Matta, Thomas, Halfay oğlu Yakup, yurtsever diye tanınan Simon, Yakub oğlu Yahuda ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot. İsa bunlarla birlikte aşağı inip düzlük Yahuda İskariot, Amir, Yahuda İskariot, Yahudatı İskariot. Masada yakınlarındaki kıyı bölgesinden gelen büyük bir halk topluluğu da oradaydı. İsa'yı dinlemek ve hastalıklarından şifa bulmak için gelmişlerdi. Kötü, çok güzel, çok güzel. Kalabalıkta herkesi çabalıyordu. Çünkü onun içinden akan bir güç herkese şifa veriyordu. Mutlular ve mutsuzlar. İsa gözlerini öğrencilere çevirerek şöyle dedi. Ne mutlu size ey yoksullar! Çünkü Tanrı'nın egemenliği sizindir. Ne mutlu size şimdi açlık çekenler çünkü doyurulacaksınız. Ne mutlu size şimdi ağlayanlar çünkü güleceksiniz. İnsanoğluna bağlılığınız yüzünden insanlar sizden nefret ettikleri, sizi toplum dışı edip aşağıladıkları ve adınızı kötüleyip sizi red ettikleri zaman ne mutlu size. O gün sevinin coşkuyla zıplayın. Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür. Nitekim onların ataları da peygamberlere böyle davrandılar. Ama vay halinize ey zenginler! Çünkü tesellinizi almış bulunuyorsunuz. Vay halinize şimdi karnı tok olan sizler çünkü aşık çekeceksiniz. Vay halinize ey şimdi gülenler! Çünkü yaz fıkı dağlayacaksınız. Bütün insanlar sizin için iyi sözler söyledikleri zaman vay halinize! Çünkü onların ataları da sahte peygamberlere böyle davrandılar. Düşmanlarınızı sevinin. Ama bir düşmanlarınızı sevinin. Sizin özgü dedenlere iyilik yapın. Sizin olan çocuklar için iyilik dileyin. Size hakaret için doğayın. Bir yanağınıza vurana öbür yanağınızı da çevirin. Babanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin. Sizden bir şey dileyen herkese verin. Malınızı alandan onu geri insanların sizin nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile kendilerini sevenleri sever. Size iyilik yapınlara iyilik yaparsanız bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile böyle yapar. Geri alacağınız yıldız kişilere ödünç verirseniz bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile verdiklerini geri almak koşuluyla günahkarlara ödünç verirler. Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın, hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak. Yüceler yücesinin oğulları olacaksınız. Çünkü o nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir. Babanız merhametli olduğu gibi siz de merhametli olun. Başkasını yargılamayın. Başkasını yargılamayın. Siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın. Siz de suçlu çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın. Siz de bağışlanırsınız. Verin size verilecektir. İyice bastırılmış, sirkelenmiş ve taşmış dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekte verirseniz aynı ölçekte alacaksınız. İsa onlara şu benzetmeyi de anlattı. Kör köre kılavuzluk edebilir mi? İkisi de çukura düşmez mi? Öğrenci öğretmeninden üstün eğitimini tamamlayan her öğrenci öğretmeni gibi olacaktır. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki Mert'i fark etmezsin. Kendi gözündeki Mert'i görmezken kardeşine nasıl Kardeş izin ver gözündeki çöpü çıkar seni iki yüzlü. Önce kendi gözündeki Mert'i çıkar. O zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. Ağaç ve meyvesi İyi ağaç kötü meyve kötü ağaçta iyi meyve vermez. Her ağaç meyvesinden tanınır. Dikenli bitkilerden incir toplanmaz. Çalılardan hüzün devşirilmez. İyi insan yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı yüreğinden kaşanı söyler. Eşim beni Ya Rab diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz. Bana gelen ve sözlerimi duyup uygulayan kişinin kime benzediğini size anlatayım. Böyle bir kişi evini yaparken toprağı kazan derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Sen sularıyla kabaran ırmak o eve saldırsa da onu sarsamaz. Çünkü ev sağlam yapılmıştır. Ama sözlerimi duyup da uygulamayan kişi evini temel koymaksızın toprağın üzerine kuran adama benzer. Kabaran ırmak saldırınca ev hemen çöker. Evin kılışı da korkunç olur. Alleluya. Heftig. In der ganze Lukas 6. Ja, schön. Der hat vieles mitgenommen dann halt. Aus Feindesliebe, Nächstenliebe. Hasan, ist das auch so wie im Deutschen? Hast du das alles gehört, Hasan? Hasan? Oder Hasan? Leute, wir haben gleich die eine Million geknallt. Sorry, ich habe alles gehört. jetzt. Ich habe alles gehört. Ich habe alles gehört. Aber das, was ich jetzt gehört habe, war ja flüssiger, was er erzählt hat. Also wenn man in den Versen so sucht, das war verständnisvoller jetzt für mich, so sage ich mal. Hast du gesehen, wenn Gott spricht, das ist, was wir brauchen. Hast du gesehen, wenn dich jemand zwingt, eine Meile zu gehen, ihm zwei, wenn du jemals vor gerichtet und einen Mantel mit zu geben, gib ihm alles. ist egal. Ich bezez es mal. Es sind ja auch viele, jetzt paar Leute von Furkan stream hier. Ich bezez den mal, was du gesagt hast. Das war von sehr bedeutung für mich. Arkadaşlar, Furkan'ın şeyleri burada, takipçileri, gördünüz mü Hristiyanların Allah'ını diyor, düşmanınıza düşman değil, sevgiyle yaklaşın diyor. Sizi nefret denenlere nefret ne değil, sevgiyle yaklaşın diyor. Gördünüz mü öyle şeyi? Farke. Ja, das wollte ich kurz auf Türkisch übersetzen. Ich habe gesagt, also der Gott von den Christen, es gibt ja natürlich nur einen, sagt ihr, aber er sagt, Leute, die euch schlecht begegnen, behandelt sie gut. Die Leute, die euch hassen, hasst sie nicht, sondern liebt sie. habe ich dann erstmal denen übersetzt. Ja, sehr gut. Zum Beispiel eine Hasreti Akilin sagt, guck mal, was da steht, Isach Messi soll uns schützen, steht da. Ja, Amen, Amen. Amen, sehr schön. Ja, dann würde ich mal sagen, wir bedanken uns, dass wir nicht eure ganze das hier nicht von uns so Alter, wie lange war die schon hier, dass wir irgendwann nochmal kommen können, weißt du? Das ist kein Problem, der Herr Jesus Christus hat uns befohlen, auch ein Deutnis abzulegen, um mit ihm zu reden. Okay, vor allem, dass wir kommen, dass wir kommen, liebt die Menschen, liebt euch, bleibt von bösen Menschen weit weg, das möchte ich nur sagen. Wenn ich irgendwann jemanden brauche, das werde ich bestimmt irgendwann, dann werde ich als Herrn Jesus Christus wählen. Amen. 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 Wir pointen uns there. Amen. Amen. Ruhları sınayın. Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrı'dan alıp almadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Çünkü bir çok sahte peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor. Hisa min beden alıp geldiğini kabul eden her ruh Tanrı'dandır. Tanrı'nın ruhunu bununla tanıyacaksınız. Hisa'y kabul etmeyen hiçbir bu mesih karşılığının ruhudur. Onun geleceğini duydunuz. Sadece o şimdiden dünyadadır. Yavrularım, siz tanrıdansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan dünyadakinden üstündür. Sahte peygamberler dünyadandır. Bu nedenle söyledikleri sözler de dünyadandır ve dünya onları dinler. Bizse tanrıdanız. Tanrı'yı tanıyan bizi dinler. Tanrı'dan olmayan dinlemez. Gerçeğin ruhuyla yalan ruhunu böyle tanrı sevgidir. Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi tanrıdan seven herkes tanrıda olmuştur ve tanrıyı tanrı. Sevmeyen kişiye Tanrı'nın tanrı sevgidir. Tanrı biricik oğlu aracılığıyla yaşıyor. Olu dünya görecek müslüman müslüman mıydın daha önceden? Hasan sorar mısın? Ex-müslüman müslüm müslüm ismi belli zaten ex-müslüm neden dinlenmiş sorar mısın? Neden bir ilgiyon rağız? Neden bu güzel deneyi terk ettiğin diye sorar mısın? budaya tut hou ve okay ut bist mu şey yak 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 Er sagt gerade, er hat auch, er nimmt das Internet über Pre-Pad-Karte, dass er bald kein Internet mehr hat. Oh, 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 ja, sorry. Okay, vielen Dank von meiner Seite aus. Ganz kurz, also das interessiert ihn wirklich, wieso du aus der Religion raus bist. Ja, also ich habe mir Gedanken gemacht um meine Ewigkeit und wollte wissen, ob der Islam wirklich die Wahrheit ist. Und da, was ich alles im Koran und in der Sunna herausgefunden habe, hat mich schockiert. Und schlussendlich habe ich dann im Schnelldurchlauf, habe ich mir dann eine Debatte angefragt zwischen Josh McDowell und Ahmad Didat, wo es hieß, wurde Jesus Christus gekreuzigt. Das ist ja die Frage der Frage. Ist der Jesus Christus gekreuzigt oder für die Sünden der Menschen gestorben und auferstanden? Gibt es dafür Beweise, dass die Bibel war? Und da, was ich mich schockiert habe. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Also, ben geleceğim için çok düşünceliydim, Kur'an'ı okudum, Hadisleri okudum, sonra iki kişinin tartışmasını, MacDowell und Ahmed Didat. Und Reza, du, ganz kurz, wenn du das... Es war dasselbe, auch wie Amir. Ich bin über die Mason-Sache zum Herrn Jesus gekommen, weil ich herausgefunden habe, dass die Welt von Satan und seine Masonen und so weiter geleitet wird. Und dann habe ich gesehen, dass diese Mason gegen Jesus Christus waren und dann war für mich die Augen aufgegangen. Ben de, ben de, benim çok kısa Masonları araştırdım. Masonlar, Jesus Christus, Isa'ya karşı olduğu için bunu anladım, bunu araştırdım, okudum, onun için İslam'dan çıktım, diyor. Anladın. Kur'an'ı kumuştum, ben Kur'an'ı anlamamıştım. Yok, okumuş işte. Ex-Müslim Kur'an'ı okumuş, hadisleri okumuş, hepsini anlamışlar, uzaklaşmışlar ortak. Anladın. Anladın. Diyana Karabük, Türkiye-Karabük. Tamam, yayın için çok teşekkür ederim, çok kaltılı bir yayın, çok güzel bir yayın. Es war ein sehr, sehr, sehr guter Livestream. Vielen Dank, dass ihr mich hochgenommen habt. Teşekkürler. Und vielen Dank auch an mich, dass ich das so toll übersetzt habe. Ja, danke. Danke. Danke auch an mich, dass ich das alles zugehört habe, was du eben erzählt hast. Auch ein großer Dank an mich auch. Einen Dank auch an Reza. Und natürlich ein Dank an Texto Reza. Danke, dass ihr meinen eigenen streamen Redner hat. Danke, dass ihr meinen streamen Redner hat. Und ein grüße Dank an die Leute unten im Chat. ne? 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 Helal olsun Furkan. Helal olsun Furkan, Karabük dünyayı tanıttın. Helal olsun Furkan, Karabük dünyayı tanıttın. durch uns. Ja, sehr schön. Amen. Danke an Furkan. Danke dem Herrn Jesus. Danke dem Herrn Jesus, dass er uns das ermöglicht. Okay. Tschüss. Ciao. Ciao. So, die eine Million machen wir noch voll und dann glaube ich, dann ist vorbei für heute. Ja, dann ist vorbei. Ja, schönes Gespräch. Guck mal, wie der Herr führt. Ich habe Ihnen gerade erst den Johannesbrief vorgelegt, dass dieses System ihm das vorspricht, weißt du? Ja, ja. Ist das nicht wundervoll? Sehr schön. Das hast du gut geschaltet und das ihm vorgelesen. Sofort. Meine Aussprache im Türkischen ist ja eine Katastrophe, aber du kannst ja sofort runterladen auf dieser Bibel-App. Da habe ich sofort gesehen, ah, da gibt es eine Version, die kannst du dir runterladen mit Audio-Datei. Und dann liest er dir das vor. Voll Hammer. Ja, sehr gut. Sehr schön. Ja, da siehst du, dass die Leute auch ihr Leben einsetzen, ne, um Leute aufzuklären. Erstehen. Ja. Es ist immer beim Islam, es ist immer mit deinem Leben verbunden. Das ist immer, musst du um dein Leben fürchten. Leider. Leider. So. Aber hat doch sehr gut übersetzt, ne, der Hassin. Ja, das wäre gut. Auch ein ganz feiner Mann. Richtig simultan. Gut gemacht. Danke, Lieben, für die ganzen Leis, für die Geschenke. Danke vielmals. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen. Behüt'n und beschüt'n. Schaffen wir die eine Million, komm. Drei, zwei, eins, let's go. Alle zusammen, jetzt. Tippet, jetzt zusammen, alle. Alle, jetzt, jetzt. Komm, jetzt. Alle zusammen. Fünf, drei Minuten haben wir das voll. Kommt jetzt, Leute. Ja, danke dir auch für deine Zeit. So, dass du den Herrn bedient hast. Und dass wir da Gespräche geführt haben. Ich will dir das Ganze frucht tragen, mit dem Frucht bringen. Ja, als ich mit ihm das erste Mal geredet habe, mit Hassan, da habe ich schon gemerkt, dass er ein anderes Kaliber ist. Er macht es auf jeden Fall sein Gehirn an. Sein Gehirn arbeitet, sein Verstand funktioniert und seine Moral und Ethik ist auf jeden Fall eingeschaltet. Der kannte sich auch sehr gut aus. Er wusste, wo alle Stellen zu finden sind im Koran. Sehr gut. Armin, du schuldest uns Daumenmassage. Ich küsse doch eure Daumen. Und eure Zeichen. Fühlt euch alle gedrückt. Ich liebe euch, ehrlich. Ihr seid die Heftigsten. Ja, Mann. Ja, und jetzt werden in dem Moment, wo wir hier sitzen und lachen und Freude haben, werden unsere Geschwister auch verfolgt. In dem Moment. Wir müssen um ihr Leben bauen. Ich küsse euer Schienenbein. Danke. Ja, wir haben es gleich geschafft. Noch 15.000. In drei Minuten ist es voll. Nein, nicht bis 22 Uhr. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich bin schon den ganzen Tag unterwegs, ehrlich. Euer Dr. Scherer, aber mir ist auch langsam platt. Habt Nachsicht mit mir, ihr Wundervollen. Morgen sind wir in aller Frische. Dann kann ich euch wieder empfangen. Zu einer nächsten Hexologie-Stunde. Also was heißt eine Stunde? Das ist ja Dings. Einen ganzen Tag, ey. Mein Bruder ist immer noch da. Natürlich, Matthei. Ich muss meinen Daumen versichern. Das ist so heftig, ey. Langsam, so später der Abend, desto heftiger die Gäste hier. Tagesausflug gegen Dr. Scherer, Abu Hamid und seinen Hetzer, Bruder, Hetzerei. Abu Hetzerei. Warum musst du so viel hetzen? Sag mal bitte. Wieso? Leute, ihr müsst mehr Kalorien zu euch nehmen, damit ihr mehr drücken könnt mit euren Fingern. Likes. Genau, hört auf Abu Hetzerei. Viel Essen, mehr Proteine. Mehr Proteine, gute Ernährung, damit ihr Kraft habt, auf das ihr schön liken könnt. Nehmt viel, viel Kalorien zu euch. Das ist sehr wichtig, lebenswichtig. Sehr gut. Die Welt braucht Likes. Das kannst du doch, genau. Ja, wir haben es geschafft. Das waren eine Million. Wow. Eine Million. Ich muss aber auch, eine Million Likes. Das ist heftig. Danke vielmals. Möge der Jesus Christus euch segnen. Ich habe fertig. Ciao. Danke. Was erlauben Ex-Muslimen? Ich habe fertig. Ich habe fertig. Danke. Was erlauben diese Ex-Muslimen? Spiele wie Flasche leer. Spiele wie Flasche leer, diese Ex-Muslimen. Trapattoni. Das ist die beste Rede aller Zeiten. Guck mal, wie international wir gehen. Das ist unglaublich. Jetzt Türkei, Amerika, England, das ist krass. Ja, haben wir. Das ist so krass. Nein, Leute. Ich sehe aus ganz schlimm. Wenn ich die Kamera anmache, könnt ihr nie wieder schlafen. Ich sehe aus wie gerade vom Berge. Der Mann vom Berge. Da fehlt nur noch dieses Schafsfell auf meinen Kopf, auf meinen Schultern. Eine Insel, wo der Reza da gerade ist. Eine Insel, wo der Angelen ist. In seiner Insel. Nein, lieber nicht. Ich will, dass ihr noch gut schläft. Meine Hüfte ist breiter momentan als mein Rücken da oben. Also nicht V-Kreuz, sondern ich bin jetzt M-Kreuz. Ich habe jetzt dieses Fitness-M-Kreuz. Anstatt Trichter ist andersrum. Von oben geht einer nach mir zu. Man muss mich umdrehen, dann habe ich wieder V-Kreuz. Genau, auf den Kopf stellen. Ja, okay, wir machen jetzt langsam Schluss. Ich danke euch von ganzem Herzen. Möge der Insel. Aber ich mache die Kamera an auf ein Bild von Brad Pitt. Warte mal, ich mache ein Bild von Brad Pitt und mache meine Kamera auf, damit ihr seht, wie ich aussehe. Auf Brady, auf Brady Pitti. Ja. Nein, Gottes Segen, euch allen danke für eure Unterstützung. Das ist alles. Für die Ewigkeit werdet ihr Lohn empfangen vom Herrn. Jeder einzelne Schritt, den ihr im Glauben geht, für die Geschwister und im Glauben für den Herrn wird alles belohnt werden. Nichts ist verloren. Der Herr wird euch alle belohnt dafür, für jeden einzelnen Schritt. sei es noch so klein. Sei es noch so kleiner Schritt, aber es wird alles aufgezeichnet beim Herrn. In das Buch der Werke. Gottes Segen. Armin Jun, gute Nacht. Alles klar, gute Nacht. Gott segne euch alle. Segen, Herr Jesu. Es bleibt in seiner Liebe. Ciao, ciao. Super. Alles klar, ciao. Ciao, ciao.